Assalamu alaikum, ich habe mein T-Shirt heute angezogen, das hat Twinkie mir gekauft, das muss ich jetzt tragen, hat sie gesagt. Jogi, 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 ne das sehe leider nur ich, oh, was ist denn eigentlich los, ja ist echt schade, man könnte es machen und alles sehen, aber die Baustellen sind momentan woanders. Ich habe dein T-Shirt angezogen, oh, ich schaue gleich an, Moment. Ja, was macht ihr? Oh, ich muss schon mal, oh, zwei Tage, dann habe ich beginne, wie gut. Zwei Tage noch? Ja. Willst du da nicht noch ein paar Null dran anhängen? Ja, wie, guck mich an. Ich kann heute keinen Sport machen. Ich bin ein heißer Fäger. Ja, das ist sie, oh, ja, und jetzt nochmal meine Muskeln zeigen, oh, guck mal an, das sind Beine, das sind gar keine Arme mehr, oh, ja, Willi, du schaffst das. Drei, vier. Hallo, na du Kika? Ja, hast du schon Bock auf Falte? Und Boxen, ja, oh, yes. Oh, wenn ich das schon so sehe, dann. Komm, Ronny, mach mit. Okay, wir haben nicht mehr viel noch, zwei Minuten, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt kommt nochmal, das ist das Schwere von Kalk. Zwei, drei, eins, zwei, drei, zwei, drei. Redi, wir machen ja keinen mit Rappensport. Okay, das reicht. Bisschen Hausdauer. Ja. Sei da, genau. Oh, mein Gott, ich bin sehr. Eben, das stimmt mit mir nicht, ich schwitze noch nicht. Das dauert, das dauert, das kommt, das läuft nach, glaub mir. Oh, das ist ja schon kein Maschen. Oh, Gott. Was sagt der? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Sollen wir heute wieder Wrestling machen? Oh, ja. Oh, mein Gott. Wir sind ja gleich warm, ne? Da kommt man direkt stark. Warum machen wir das überhaupt? Ich weiß. Ich weiß. Ich will die Bikini-Figur, ich will die Bikini-Figur. Ich will ja keine Bikini-Figur. Ich auch nicht. Ich will kein Bikini anziehen. Eine Minute, Jungs, eine Minute. Eine Minute. Ich will gar kein Bikini anziehen. Call me. Jetzt den Arsch trainieren. Call me, call me. Ronny, wieso bist du nicht oben ohne? Ja, wegen dem Wrestling gestern. Ja. Oh, Gott, oh, Gott. Das ist ganz schön langweilig. Gefällt dir, was du siehst? Really? Was? Eine Minute noch. Gefällt dir, was du siehst? Du hast schon ein strammes Würchen, ja? Oh, Gott. Deine Figur ist besser. Oh, Gott. Ey, ich hab Muskeln, du nicht. Ja. Du hast keine Muskeln. Ja. Aber ich hab auch keine Labrie gehauen. Ja, ich auch noch nicht. Hallo, hallo, hallo. Vorsicht, ne? Ist auch wieder alles strumm. Oh, Gott. Peanut, shake your ass. Mach mir das. Oh, Kinder, wir sind fertig. Oh, Gott. Fertig. Oh, ja, ja, ja. Das war anstrengend. Hast du dir eine Smartwatch gekauft? Oh, ja. Was sagt deinem Blutdruck? Oh, ja, das ist so was. Was? 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 Und jetzt Wrestling. Ja. Und dann eine Runde Tennis noch. Nee, ich hab mir gestern wehgetan. Herrlich? Hab ihm auch noch ein bisschen geschmiert. Auf dem Schmiert-Tabletten. Schling nicht so, du Monster. Wer hat denn den gelben und den roten da so eingeparkt? Ja, wer wohl? Ronny? Dreimal darfst du fragen, wie der so geparkt hat. Geile Sau. Was sagst du, mein T-Shirt? Ja, wenn sie. I love my Twinkie. Ja. Oh, Telefon. Jetzt schon. Ach, nö, das ist der Markus. Den hab ich abgezogen. Den hab ich Goldnackets verkauft. So, pscht, einmal Ruhe sein. Okay. Dies ist der Anrufbeantworter von Pino Smolz. Pino Smolz ist leider gerade nicht zu geben. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht nach dem Piepton. Piep. Pino, du wirst sterben. Der hat gesagt, ich werde sterben. Ah, was? Ja, wie? Der will mich mördern. Wer ist das denn? Den hab ich abgezogen. Ich hab dem Goldnackets verkauft. Hab gesagt, der Preis wird steigen. Okay. Boah, alle machen ja auch Mörder. Ja, aber man weiß doch, dass der Goldpreis immer steigt, ne? Der will mich drum bringen. Hallo. Wie kannst du den anderen schon sagen, du bist mein Sekretär? Ja, wer ist das denn? Ja, dann gib mir die Nummer. Achso, die Twinkie. Achso, achso. Mir ist egal, wer anruft. Der Twinkie, die kann da besser, die ist strenger. Okay, dann sag dem, das Gespräch wird aufgenommen und wir gehen jetzt zur Polizei und machen eine Anzeige. Okay, 5, 5, 5. Ja, 7, 8, 7, 7. 7, 8, 7, 7. 4, 5. 4, 5. Sag dem, wir gehen eine Anzeige machen jetzt. Wegen Bedrohung. Ist besetzt. Okay, warte nochmal. 5, 5, oh, da fehlt ne 5. Oh, 5, 5, 5. 7, 8, 7, 7, 7. 7, 8, 7, 7. 4, 5. 4, 5. Ja. Oh, das Gras ist wieder was hoch, ne? Jetzt klingt. Ja, dann meh doch rasen. Ja. Willst du jetzt oder du nachher? Hallo, junge Mann. Oh, jetzt bin ich mal gestolten. Äh, ich hab gehört, Sie haben gerade bei dem Herrn Smorz angerufen. Ist die so korrekt? Ja, ich bin die Sekretärin. Jetzt machen Sie mal schön die Lauschau. Hier wird jedes Gespräch aufgenommen. Ob nun Mailbox oder nicht. Und ich kann Ihnen sagen, wir gehen zur Polizei, okay? Ist so gut, ne? Ja, das werden wir auf jeden Fall. Na, was denn für Verarschen? Na, was denn für Verarschen? Es geht schon wieder gut los hier. Frag, wo er investiert hat. Ja, ich muss schon genaueres wissen. Ich bin die Sekretärin. Passen Sie mal auf. Was denn hier genau los? Mit mir können Sie reden. Ich verspüre eine Menge negative Energie. Ich bin mir sicher, ich würde Sie sofort mit Ihrer negativen Aura auf der Straße erkennen. Das wirkt sich nicht gut auf Ihre Umwelt aus. Sie sollten sich wirklich einen Arzt suchen oder wirklich mit mir reden. Ich kann Ihnen helfen. Was denn? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja. 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 Nö, du Schuschi, genau, ja. Passen Sie auf, ja. Was für ein Angebot genau hat der Smolzin denn gemacht? Ja, ja. Hm. Heute. Ähm. Gar nichts. Ähm. Entschuldigung, aber... Aber... Eine Sek... Eine Sekunde mal der... Sind Sie sicher, dass Sie nicht von Ihrem Gegenüber, wo Sie jetzt diese Goldklunker, ähm, abgeben wollten, dass der Sie nicht übers Ohr gezogen hat? Das ist ein guter Punkt. Vielleicht sind Sie einfach nur an den falschen, ähm, Mann geraten. Ähm. Genau wo. Hm. Windisch, Ronny, ist der nicht kalt? Und die ist ja ab. Ob der nicht kalt ist. Ich erzähl jetzt gleich. Okay. Nee. Ich bin jetzt im Goldgeschäft. Okay. Bull bigger. Hm. Okay, okay. Was... Hm. Hm. Ja. Und nicht nur das, ich bin auch eine, ähm, super Psychotherapeutin. Also, falls Sie Hilfe brauchen, Sie haben ja jetzt meine Nummer. Ich kann Ihren Geist wieder bereinigen. All die Negativität aus Ihnen raussogen. Und sich frei lassen. Okay? Ach du Scheiße. Oh Gott. Am Arsch, ja. Ah, aber der, der scheint sich zu beruhigen, ne? Ja, scheint schon. Nein, oh mein Gott, oh Gott. Oh. Ja, was haben Sie denn angestellt? Oh, ja. Ja, ja. Oh, die Jenny ruft schon wieder an. Die sagt dann bestimmt, bist du schon im Dienst? Knutsch die doch. Äh, danke. Der hat doch einen Freund. Oh Gott. Ah, die Haarschneidemaschine. Oh, nicht die vom Erdbewerb. Ach, ich geh da nicht dran. Verkauf dem die Therapie. Ich werd auf jeden Fall nochmal ein Wäldchen mit ihm reden. Und... Und mit seiner Mutter. Ja, das werd ich gerne weiterleiten. Ja, super. Ja, hey, gar kein Problem. Und wie gesagt, melden Sie sich einfach, nachdem Sie aus dem Gefangenis rausgekommen sind. Ich bin gerne für Sie da. Und ähm... Wir kriegen das wieder hin, okay? Glauben Sie an Sie. Dann lad ich Sie auch gerne mal ein. Wir haben hier ein nettes Örtchen. Und dann können wir mal auf einer Tafel genau aufschreiben, wie wir Ihr Leben wieder auf die Reihe bekommen. Wieder auf die gerade Spur mit einer positiven Aura. Nicht nur für Sie, sondern auch für all die anderen in der Welt. Und dann bin ich sicher. Dann bin ich sicher. Wir kriegen das wieder hin. Geil. Geil. Die ist einfach super. Dann heirate du die doch. Ja, den werd ich auch reinigen. Keine Sorge. Ja. Boah, hat der Holländer im Apparat? Ja, kein Problemchen. Okay. Ich danke für das Gespräch. Ja, hau rein. Und, was hat er gesagt? Oh, wirklich ein netter Junge, Mann. Wie, der will mich meldern. Ja, der ist ziemlich im Stress. Wow, ich hab diese Negativität, die ist direkt in mein Ohr, durch meinen ganzen Körper, durch. Aber ich hab so viel positive Energie heute. Ja, was hat er denn nun gesagt? Ja, er möchte gern nochmal ein ruhiges Gespräch mit dir am Telefon führen, oder sich auch mit dir treffen. Aber warum? Wenn du an der Börse gambelst, kannst du Minus machen. Ja, erklär sie ihm in Ruhe, du. Also, das sind deine Geschäfte, ich mach immer meine Geschäfte. Aber du hast mir grad einen Geistesblitz gegeben. Ja, wirklich? Wir sind da ja im Revue der Ballast-Revolution-Zentrum. Ja. Ach, Mann, Gauda, kein Bock. Was? Der Holländer ruft an. Oh. Mit dem solltest du mal reden, Twinkie. Warum bieten wir denn nicht hier so Kurse an? Ganz schön. Anti-Aggressivitäts-Training. Das können wir auch gerne machen, ne? Wenn sich das gut verkaut, dann machen wir einfach, machen wir noch eine Anzeige, so wie bei Pinsel. Und, Pinsel, hat schon jemand gemeldet? Äh, nee. Ich hab ihm in die Box geschickt. Wow. 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 Oh, mein Gott. Ja, ich bin mal direkt. Kann ich jetzt einen Schlüssel vom Bagger haben? Warum? Warum, was willst du mit dem? Ich will so anbagern. Willst du wieder rumkickern? Ich will so anbagern. Heute mal nicht. Besser. Nee, heute bin ich spannend. Heute machen wir keinen Kicker, sondern... Vielleicht können wir mit dem Sheriff zusammenarbeiten, dass die uns Straftäter schicken, die wir Rehabilitations machen. Oh. Oh. Ja, wieso nicht? In unserem Paradies hier. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Aber wie wäre es, wenn wir erstmal damit anfangen, ähm, dass wir in unsere schicke Karre springen und diesen Arsch hier in eine bessere Hose stecken für die Cody-Feier. Von deinen Arsch oder vom Pinsel? Weil du hast gerade drüber geguckt vor dem. Oh, Entschuldigung. Nee, nee. Ich meine schon mal einen. Oh. Hm. Das Ding muss gut verpackt werden für heute Abend. Aber ich muss noch zum Fluss. Ich muss ein bisschen Gold suchen. Ich muss Geld machen. Du willst mich doch verarschen. Warum? Ich bin ein schneller Goldfinder. Ich komme schneller Goldfinder. Ich komme schneller Goldfinder. Ja. Mhm. Seid ihr doof? Ja. Dann fahr doch mit dem Willi. Ich komme nach. Ich muss Geld verdienen. Was soll das, ey, Mann. Du kannst doch ein Taxi fahren, dann verdienst du auch ja. Ja, aber Gold-Nuggets verkaufen ist so kreativer. Die sind alle dumm. Ehrlich? Weißt du, gleich zieh ich mein T-Shirt aus. Fettklops. Oh, da waren die nett. Oh, oh. Oh, oh. Auf der Fettsack. Entschuldigung. Wie redest du mit mir? Ich wollte das nicht sagen. Komm her. Komm her, Puddingdeutschen. Ich muss, ich muss aber Geld verdienen. Okay. Na dann los. Ja komm, es dauert echt nicht lang. Ich schau dir so lang auf deinen Zuckensüßen. Ich fahr. Das halte ich davon. Was soll ich dazu sagen? Da fällt selbst mir nix mehr ein und ich hab Übung. Du hast mal wieder super geparkt, Twinkie. Ja. Hast rein. Oh, ja. Dina. Ja, Wölli. Willst du nicht mit dem, mit dem Bagger da runter? Nein, ich suche nur ein paar Goldklumpen. Hä? Das dauert echt nicht lang. Okay. Oh nein, nein, nein. Wir fahren mal mit deiner Rennkiste hier. Woher renn ich? Hast du deinen Körper anscheinend nicht unter Kontrolle, ne? Nee, nee. Aber Hogwarts. Warte mal, Pinsel, Willi, wo fahrt ihr hin? Na, no. Weg. Ja, wo weg? Ja, wir wissen doch nicht, was wir machen jetzt. Okay. Warum? Oh. Ich muss meinen Spitzhacker aus dem Koffer rumholen. Heute gibt's Minecraft-Pommes. Oh. Twink, ich muss sie... Das will ich sehen. Das darf ich mir sicher nicht angehen, du. Wen gehört in die Tasche, die im Koffer rumliegt? Oh, Mia. Oh, die mal raus, bitte. Ach, nee, nee, passt schon. Ist schon okay. Warum? Dann zieh dir ein T-Shirt, sonst klatscht das, Junge. Warum? Ich schon, Julo. Du kriegst auf jeden Fall bald Urlaub. Wenn du so weitermachst. Habe ich mir mal verdient. Dann fliegst du nach T-Heiland. In T-Heiland leben zwei Leute. Eine Million Menschen. Du? Nee, es sind mehr. Ich hab nachgezählt. Okay. Okay, ich geh kurz paar Klunker besorgen. Ja. Und dann call ich. Okay. Okay. Oder Twinkie-Cole. Ja, ja. Tamam. Tamam, tamam. Voila. Na? Oh. Mir fällt grad mal auf, wir sind das erste Mal alleine. Seit Tagen. Ohohohohoho. Also wenn ich mir ein Snickers kaufe, könnte ich es in Sekunden. Was? Nix. Okay. Ich hab ihn echt nicht verstanden. Ja, besser ist es. Was ist denn für ein Problem? Unfallgebaut. Was ist denn mit dir? Was hat das? Keine Ahnung. Nix. Ich glaub, der muss echt mal nach Vegas. Einfach Urlaub. Nehehe. Hilfst du mir beim Goldnuggets leicht? Oh, Schwinkwilchen, geht's sicher nicht. Warum denn nicht? Ne, kom. Unterstütz mich mal! Juri? Ja. Ich habe gar keine Arbeitssachen an. Du kannst dir mit dem Fingern-Dứng zeigen, wenn du was glitzern siehst. Jaaa, klar. Ich bin echt schnell da drünn. Wir müssen tanken. Guck, da sind doch schlankere Leute. Da stehen sie alle und suchen Gold an einem Fleck. Das scheint sich ja echt zu lohnen. Wenn die da schon alle stehen, dann wird das wohl schwer für dich, was zu finden oder nicht? Oh Quatsch, da findest du immer Gold. Da ist ne richtige Goldgrube. Mein Herz ist grad richtig stehen geblieben. Hallo. Und habt ihr schon Gold gefunden? Ja, wie schon was. Ich hab da was für euch beiden Süßen. Schaut mal ran. Machst du dich an meinen Pudding-Teigchen ran? Nein, das ist nur was für euch. Pass auf. Mal hier. Einmal. Sind wir hier im Zoo? Gibt's hier Tiere? Ja. Wie lang warst du da? Ganz wilde. Danke. Oh, jemand vom Erdbefeld. Nein, ich bin nicht vom Erdbefeld. Würde ich jetzt auch sagen, Luca. Ich geh nicht tindern. Bin nicht so einer. Aber ich mag keinen Erdbeend. Twinkie mag Erdbeend. Das musst du sagen, der letztens am Weizen stand, ja? Und was denn? Hier war ich am Graben. Oh, ja. Hast du wieder gefragt oder was? Hiho. Hiho. Ich brauche Gold. Gold? Ja, ich will mit dem Kochring basteln. Oh. Aus Gold. Hast du mir auch einen? Oh, ich hab was gefunden. Warum aus Gold? Das ist ein Fetisch von dir. Was? Ist das ein Fetisch von dir? Nee. Ja, warum denn aus Gold? Ich mag Gold. Es glitzert. Ah. Ich muss hier für meine Frau arbeiten. Geh, alles klar. Ach, die guckt zu oder wie? Ja. Das ist ihr Fetisch. Also genau. Geil. Stopp. Die mag's, wenn ich hol's. Oh, schon wieder was gefunden. Gold ist ja gar nicht so selten. Ist aber richtig viel Glück. Boah. Guck mal, wie stark ich bin. Ich kann meine Spitzachse hier mit einer Hand. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich weiß, dass Glücksspiel süchtig macht. Ich darf auch keins mehr spielen. Ich merke schon. Ich habe 70.000 Dollar verloren. Wie viel? Im Casino. 70.000. Klasse zu viel. Ich kann Leute haben viel mehr verloren. Oh, Trommel 1 gefunden. Die haben ihr Leben aber dann noch weniger unter Kontrolle. Ja. Oh, ich hätte damit gerechnet, Trommel 1. So, ich bin fertig. Stop. Viel Spaß noch. Ja, ich habe euch auch. Viel Spaß bei deinem Coaching-Bastel. Danke. Siehst du, ich bin super schnell. Oh. Jetzt müssen wir das nur zur örtlichen Schmiede bringen. Mit denen habe ich schon Connections. Die machen mir das fertig. Okay. Ist das nicht ein schöner Tag heute? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja, wunderbar. Stell dir mal vor, du würdest den ganzen Tag hier stehen und Gold suchen. Was ein Spaß. Ja, super. Ich könnte mir nichts besseres vorstellen. Ja, super. Super. Mhm. Dann nicht? Ja. Heute ist das einjährige Bürgerladen, ne? Ja, ich weiß. 21 Uhr. Tankst du? Nee, du. Ich habe nur noch. Ich habe 1000 Dollar noch. Du musst mein ganzes Geld. Da, jetzt bin ich nicht gelaufen. Ich gehe kurz ein paar Snacks kaufen. Willst du auch was? Ja, ja. Okay. Kapitano, danke schön für den Primes. Herzlich Willkommen und Montino, danke für den Primes am 47. Selber Ruhe. Und Chanik, danke für den Primes am 5. Küsschen zurück. Und Mr. Mingo, danke für den Primes am 3. Und Ine, danke für den Primes am 33. Und Timmer, danke für den Primes am 12. Oha, Poggy, umgewandelt in GW2-Gams. Das ist, by the way, 4800 Games. Hallo. Ich hätte gern... Hm. Zwei Schokerdonuts. Schokerdonuts. Und... Boah, was nehme ich denn? Ein Eiskaffee ist immer gut. Und ein Cookie. Ich zahre mit Karte. Dankeschön. Ich bin fertig. Ich hab für dir eins getan. 630 Dollar, genau. Ihr Budget. 630 Dollar? Eins. So, okay. Ich danke. Schönen Tag noch. Ich hoffe, du hast Diesel getankt. Was? Das ist ein Diesel. Ja, klar hab ich Diesel getankt. Bist du sicher? Ja. Bist du... Twinkie? Twinkie? Ja? Was, Twinkie? Warum lachst du so? Ach, ich hab grad eine lustige Situation. Ich hab veräppelt, das ist ein Benziner. Oh. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Nee, nee, nee. Du hast nämlich Benzin getankt. Tattest du schon den Stift in die Hose, ne? Ja, ja. Hätte ich dich zusammengeschrien, hättest du Diesel getankt. Ich hab überlegt, loszurennen, aber dann hab ich gemerkt, ich bin so faul. Oh, guck mal, das grüne Auto ist endlich verschwunden und abgeschleppt. So, jetzt müssen wir zum Lutzerfach. Der arbeitet in der Schmiede. Der macht mir die Dinger fertig. Vielleicht haben wir Glück und finden Gold drin. Dann können wir uns wieder mit Opa Willi treffen und pinseln. Ja. Deja Vu! Ui, ui, ui. Ich mag das Auto. Magst du mich? Mhm. Würdest du vor dem Eintal nochmal ja sagen? Ja, klar. Oh. Und du? Auf gar keinen Fall. Gut, ich auch nicht. Zum Glück. Ne. Nochmal würde ich mir das nicht antun. Ach du Scheiße. Natürlich würde ich ja sagen. Ja, ja, klar, ja. Warum ist denn das Auto so schnell? Nach Bodenwellen. Das ist voll nach vorne geschossen. Ui. Oh du Scheiße, ich werde sterben. Oh mein Gott. Weil werde ich drauf gehen. Ich war 124 Ampere. Das Ende kommt. Das Ende kommt. Ui. Deja Vu. Ja. Kommst du mit rein? Ja, natürlich. Aber du musst aufpassen. Das ist ziemlich heiß drin. Wir gehen durch den Seiteneingang, weil wir arbeiten ja nicht da. Warst du schon mal hier? Noch nie. Ja, das ist die örtliche Stahlschmiede. Auch. Wow. Wow. Pass auf, da kommt Wasser von oben. Ah. Krass los trinken. Ich weiß nicht, ob das so genießbar ist. Das Regenwasser. Okay. Kramp. Hallo. Hi, das ist wunderschön. Und habt ihr Glück gehabt mit dem Gold? Ne, nicht wirklich. Scheiße. Ja. Ui. Ha, 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 ha. Pah, viel zu dünn. Das ist die Schmiede Twinkie. Wow. Pass auf, hier ist ziemlich heiß. Da oben steht, glaube ich, der Dingsarbeiter. Oh, ich sehe nicht. Doch, da oben. Der ist immer in deinem Sammhäuseln. Oh Gott, ist das laut, lieber. Ha, ha, ha. Fass mal da an. Mit einem Finger. Ja. Oh, ha, ha, ha. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Was ist... Au. Ist heiß? Ja, das ist heiß. Ja, das ist heiß. Ja, warum fasst du da an, das heißt? Willst du mich verarschen? Haben sie sich wehgetan? Ja. Ja, der hat dann im Ding da gefasst. Weißte, ja. Sir, das sehen sie doch. Aber da ist kein Chill dran, das heißen. Oh mein Gott, wie ist das? Wir verklagen den Laden, wir wollen dem Manager sprechen. Hier, gucken Sie mal, das ist hier so ein kalter Fetschi. Kippen Sie sich den mal drüber. Danke. Gerne, kein Problem. Nicht du, gib mir den. Ja, ich kipp dir den doch. Ja, einfach mal drüber schütten da. Oh, das brennt aber ganz schön. Ja, glaube ich. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, der ist gar. Ich glaube, der ist gar. Oh, nee. Wenn nicht, muss Ihre Frau pusten. Ich bin keine Frau. Ich bin ein Mann, da ist meine Frau. Ja, sag ich doch. Sag mal. Ich meine doch nicht Sie. Hast du die Bälle beschlagen, Kollege? Nein. Ihre Frau soll ihren Finger pusten. Wusste nie eine Vorarbeiter. Ich will meinen Stein ins Feuer werfen. Ich bin Frodo Beutlin. Boah, das ist nicht ein Ring? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Wo ist denn der Vorweiter hier? Ich habe noch keinen gesehen. Wo schmeißt man denn seine Steine ins Feuer? Boom, sie sich aus. Äh. Okay. Ich glaube, der hat es nicht verstanden. Ach, okay. Ach komm, Twin, gedacht wird wieder. Oh, ja, ja. Ich muss auch nicht sein Leben. Hast du den Finger im Mund wo? Mhm. Ja, komm, wir müssen hier rüber. Oh, ja, wir kommen hier rüber. Wir müssen ein paar Treppen steigen, wenn es okay ist. Ja. Puh. Puh. Potenzial. Aquafelisch, Harvat. Kommst du? Oh, ich meinte für dich würde es schon okay sein. Meintest du? Ja. Okay. Okay, was gleich? Und fass nichts mehr an. Ui. Ui, foi foi. Sondran, die Dankeschön für Luisa am 20. Ich grüße auch meine Freunde. Dankeschön. Und Mutzon, Dankeschön für den Prime 23. Da kannst du nicht reinspringen, Sie-Master. Hab ich schon probiert. Auf nem anderen Server. Wir haben nämlich probiert, da Leute hinzurichten und die reinzuwerfen. Hey, hier steht doch der Vorarbeiter, du Kneikob. Ich hab den Stein dabei. Können Sie die bitte ins Feuer werfen? So, hier ein Stein. Habst du schon Glück? Nein, leider noch nicht. Wie jetzt? Ja, ich dachte vielleicht finde ich irgendwas Schönes. Was bekommt man denn für Gold? Das kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht aus dem Kopf sagen. Haben Sie sich das nicht ausgeschrieben? Nein. Das ein Stein, noch eins. Aber wissen Sie, warten Sie mal. Ich hab auf meinem Telefon so eine App, dann kann ich Ihnen das gleich H genau sagen. Was man für so einen Klumpen kriegt. Also ich verkauf die so für 1000 Dollar eins. Echt? Ja. Haben Sie aber einen guten Händler. Ja, einfach so. Ich schwotz das Leuten auf. Ich sag, der Preis davon wird steigen. Okay. Das mit Geschäftsmodell tatsächlich. Ja. Wissen Sie, so klug bin ich leider nicht. Jetzt müssen Sie ja meine Masche. Ja. Also ich hab Glück. Ja? Ja. Das freut mich für Sie. Man muss doch mal Glück haben im Leben, oder? Ja. Wollen Sie parat werden? Die hab ich frisch vom Feld, bitte. Oh, ich bedanke mich. Kein Problem. So, ich hau jetzt ab. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kein Problem. Man, das ist gut. Warte, ich wollte das schon immer mal probieren. Nein. Einfach verdampft. Tschüssi, Kowski. Man, das ist gut. Was geht da, Pascal? Und Becci, danke schon für Luisa im Zweiten. Junge, dieses T-Shirt, Alter. Und dann, du, 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 du. Polin, Tati, haben wir besucht. Ach da. Hey, ich hatte Glück. Ja. Ja, ich hatte... Oh, den könnte ich wegschmeißen. Ich hatte zehn Steinchen und da waren zwei Goldnagels drin. So zeigst du mir also deine Liebe? Was denn? Den habe ich dir gerade vorhin zugesteckt. Was? Wen? Na, den Goldklumpen. Und jetzt schmeißt du den einfach weg. Nein, in deinem Goldklumpen. Dann pass auf. Das war nicht deiner. In deinem war eine Goldklumpen drin. Ja, doch. Ich schwöre. Was? Was? Wie bitte? Was denn? Oh nein, hier ist eng. Wir sind gestecken geblieben. Warte, ich ziehe den Bauch ein. Oh Gott. Dass auch immer uns das passiert. Ich habe zwei Goldnuggets bekommen. Ja, das ist so super. Ja, das sind wieder 2000 Dollar. Halt auf mich. Du bist immer so schlimm. Komm, geh weg. Warum? Ach Gott. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich jetzt schon wieder getan? Komm, kannst du solchen Leuten hinterhergeiern? Kann solchen Leuten? Ja, ich habe gesehen, wie du Bilder von den Postern gemacht hast. Habe ich nicht. Ach, geh mir nicht auf den Nerven. Boah, du bist anstrengend. Habe ich überhaupt nicht. Twinkie, boah, du Nervensäge, ne? Immer bildest du dir was ein. Boah, meine Schwester ist echt anstrengend, Alter. Steig ein. Ich will dir nicht so eine Scheiße. Ich will dir was zeigen. An dem Stadtrand, den sich schon so Leute rumtreiben. Was? Ich habe ein... Guck, guck hier, nimm mal ein Handy. Ja. Guck. Ja. Ja, guck. Guck die Fotos. Das sind nur Selfies von uns. Was hast du geguckt? Twinkies. Habe ich nicht. Warum... Hi. Warum hast du mein Handy weggeschmissen? Du hast das hingeschmissen. Da war ein Lied. Ja, wo? Da macht die Augen hoch. Aus. Du darfst das nicht wegschmeißen einfach. Wo liegt's? Wo? Ja, da. Wo? Ich sehe es nicht. Tja. Kein Wunder, sind ja auch Einzelteile. Ja, super. Boah, du bist anstrengend manchmal, ne? Ach, komm. Ich gebe dir mein Handy, damit du die Bilder gucken kannst. Und du schmeißt es einfach aus dem Fenster. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich muss ihr gar nichts sagen. Doch, musst du. Du stehst hier vor dem Ehegericht. Du bist nicht das Ehegericht. Du hast mir ein Handy gegeben, damit du nachgucken kannst. Ja, ja, ja. Da sind nur Bilder von deinem Arsch drauf. Ja, wie? Ja. Ja, was sagst du zu deiner Verteidigung? Ja, gar nichts, muss ich sagen. Los. Ja, was? Du hast nicht einfach mein Handy aus dem Fenster zu schmeißen. Ja. Ja, wie ja? Du hast keine nackten Frauen anzugreifen. Hab ich nicht getan. Ja, hast du nicht getan. Hab ich nicht. Komm, erzähl mir doch nicht. Ich wollte den Coupon abfotografieren, wer da war. Na klar. 15% auf Waschmittel. Ja, ja, ja. Vom weißen Riesen. Dann fahren wir jetzt zurück und du zeigst mir den Coupon. Ja, komm. Ja, dann los. Und wenn ich recht hab, was dann? Ja, dann ist dein Handy immer noch kaputt. Ja, siehst du? Also hab ich nichts davon. Ja, dann steig ein und nerven nicht. Du kaufst mir ein neues Handy. Sonst bestimmt nicht. Doch, tust du. Ne. Doch, tust du. Mein altes ist doch noch hier drin. Wo? Ja, das hab ich doch hier reingetan. Wo hast du es reingetan? Und Luca, weißt du nicht noch. Wo? Ist es im Kofferraum? Ja. Ja, das ist eine freche Lüge. Ja. Das ist nämlich in deinem Auto. Ich hab es gerade rübergelegt. Ich hab grad den Kofferraum geguckt. Ja, dann hast du es schon rausgenommen. Ja. Oder weggegeben. Nö, es ist in deinem Auto. Wahrscheinlich an deinen Jimmy oder Jimbo oder. Was für ein Jimbo? Keine Ahnung. Dein neuer Kumpel. Pete. Ja. Sag ich doch. Ist nicht mein Kumpel. Ja. Hast du dem mein Handy gegeben? Das Handy liegt in deinem Auto. Ich hab es gerade rübergetan. Okay. Oder bin ich jetzt auch wieder am Lügen? Fahr jetzt nach Hause. Dann kannst du sehen. Und dann hättest du deinen Schmutz im Mund. Nur als dein Schmutz, Mann. In diesem Ton redest du nicht mit mir. Langsam reicht es hier, Fräulein. Nee, ist Ruhe jetzt. Irgendwann du beschreitest immer mal ne Grenze. Nee. Psch. Still. Du bist still. Du bist still. Nee, du. Nee, du. Na, mir reicht's. Du, pass auf, du. Klar. Verdorri nochmal. Nee, komm. Nee, komm du. Nee, komm. Langsam wird's aber hier. Langsam rastest du aber aus. Oh, komm. Weißt du, ich... Oh, nee, komm. Ich hab gar keine Lust drauf. Ja, weil du nämlich nix hast. Nee, ich hab genug. Machst du mir das Leben schwer, Mann. Ich mach dir das Leben schwer, Mann. Schmeißt einfach mal ein Handy aus den Fenster. Genau, ich rede mit den Leuten, die dich umbringen wollen. Oh, nein. Ich bin so scheiße. Oh, mein Gott. Ich glaube, es hackt. Mehr sag ich, das hau nicht mehr. Du hast nicht mein Handy aus dem Fenster zu schweißen. Ganz einfach. Ja, ja. Kista, ja, ja. Kannst den Sheriff anrufen, kräusliche Gewalt. Mhm. Kannst dem sagen, dass du mich verkloppt an der Hunde. Überall blaue Flecken hab. Ich kann nicht mal zum Strand gehen. Unter meinem Tisch herrschen meine Regeln. Aha, und wer hat den Tisch besorgt? Wer hat den Tisch bezahlt? Der Juri. Ja, und wer musste sich beim Herrn Juri einschreiben? Wer hat die ganzen ekelhaften Schmatzi küsslich abbekommen? Du oder ich? Oh, Gott. Als er auf der Party war, nur der mir im Po gefasst hat. Ich durfte nichts sagen. Hätte ich eben mal im Po gefasst. Aber mir fünf Sekunden, den anderen nur zwei. Los, guck. Guck in dein Auto. Ja. Schneller. Ja, dann weißt du ja, was du dir nehmen kannst. Wie, bringst du mir doch mit? Ja, wie? Ja, wie, wie? Ja, wie, warum sollte ich? Boah, du bist doch egal. Weißt du, morgens ziehe ich das T-Shirt wieder aus. Nee. Doch, tu ich wohl. Auch so. Wenn du so zu mir bist, auf jeden Fall. Da kenn ich keinen Pado. Ganz einfache Sache. Außer du entschuldigst dich. Ich höre noch nichts. Ich muss dich nicht entschuldigen. Doch, du musst dich entschuldigen. Nee, muss ich nicht. Doch, musst du. Ja. Doch. Nee. Doch. Guck mich, du fällig's an, wenn ich mir die Rede. Ich muss dich nicht. Zeck nicht wieder rum. Ich muss dich nicht. Doch, du hast mein Handy aus dem Fenster geworfen. Nee, hab ich nicht. Ach, doch, nein. Hast du nicht? Nee. Doch, hast du wohl. Hab ich gar nicht. Hast du wohl? Nee. Du bist eine Lügnerin. Nee. Du bist eine Lügnerin und du hast dich verändert, seitdem wir aus Erizona weggezogen sind. Doch, das sagt der Richtige. Ja, aber was hab ich denn gemacht? Du hast dich auch ganz schön verändert. Hab ich überhaupt nicht. Hast du doch? Nö. Doch. Hab ich nicht. Doch. Bin immer nur der alte Peanuts. Nee. Doch. Brauchst du gar nicht sauer sein. Steck in die Karre ein. Ich will aber nicht. Du steigst jetzt ein. Los. Unsere Freunde warten. Warte. Hast du Hashish gefüttert? Nö. Warum nicht? Ich komme nicht dazu. Ja, lieber mit Willi Sport machen, ne? Kriegst du den Hals nicht voll. Der Richtige. Was denn? Ich, was ich? Was ich? Was ich? Willst du dich boxen? Willst du? Dann steig aus dem Kacke raus. Komm. Dann kriegst du einen. Na, aber. War nur Spaß, Twinkie. Hey. Beruhig dich. Ist alles gut. Ich geh kurz Hashish filtern. Okay. Hey. Bleib bitte da. Hab dich lieb. Bis gleich. Hallo Hashish. Papa, dir war's so. Hey. Hey Twinkie, das war doch nur Spaß. Nur Spaß, ja? Twinkie, komm. Hey, das war echt nur Spaß. Nur Spaß. Ja, war Spaß. Na gut, auf, mein Freund, ja? Ja. Ich zeig dir gleich, was Spaß ist, okay? Es war nur Spaß. Reiß dich, Kamerinnen. Es war nur Spaß, ehrlich. Oh, nein. Ha, der dich doch locker fertig gemacht. Hallo Hashish. Hab bei dir einen Kekse mitgebracht. Und einen Eiskaffee. Und einen Zuckedonut. Und einen Schokodonut. Und einen Frozen-Joghurt. Und einen Burger. Und einen Twinkie. Und einen Tinkerpackchen. Lass es dir schmecken, Hashish. Na klar, ist ich auch. Hashish, du bist mein Freund. Und du hast mich lieb, ich weiß das. Du haust mich nicht. Und du kaufst mir auch keinen dummen Klamotten, die ich anziehen muss. Die mir gar nicht gefallen. Ja, genau, Hashish. Irgendwann packen wir unseren Körf und hauen ab. Irgendwann. Irgendwann brennen wir durch. Nur wir beide. Und lassen uns scheiße hinter uns. So, Papa muss jetzt Geld verdienen. Bis später Hashish. Tschüss, Tukowski. Ich dich auch. Es ist okay. Das ist der Stile von uns. Okay. No way. Yeah. Richtig sick. All right. Yeah. Ist das Telefon? Nein, ich habe Musik. Was hast du? Na, Orgy Toasty. Achso. CD habe ich die auch gekauft. Ja. Danke. Habe ich auch. Kannst du Pinsel einrufen und fragen, wo die sind? Natürlich. Warum bist du so nett? Ja, Bibi. Ich bin's, deine Tunkie. Hast du schon ein Telefon? Nee. Ding. Oh mein Gott. 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 Was ist der? mein guter wo sollten ihr da wurde pinsel klauen geht immer neben dem waffenladen ja ich glaube ich weiß warum schmeißt du mein handy aus dem fenster ich will dass du dich entschuldigt warum soll ich mich denn jetzt entschuldigen das ist doch albern ich hab mir selbst ein neues handy geholt das kostet 30 dollar oder so sind die hier ja hier sollen sie sein da links habe ich das auto gewinnt Was geht hier ab? Hat der Pinsel hier wieder geklaut? Nein, noch nicht. Da müsst ihr aufpassen, der klaut hier immer. Nee, hier nicht. Nicht hier? Nein. Aber das ist doch Kies, oder? Ja. Ja doch, dann wohl hier. Was? Alter, Ronny, du klaust uns. Das dürft ihr aber keinem sagen. Nein. Ja, okay, versprochen. Das stimmt. Ronny hat immer mal einen Jugender geklaut. Ja, das stimmt. Ja, okay, das ist wahr. Ja. Aber das waren wir hier. Ronny hat das gestern eigentlich noch hoch zum Erdbeerfeld geschafft mit dieser komischen Raupe in dem Rasenmäher? Ja. Dann hättest du uns nach Hause damit gefahren. Ja. Dann habt ihr mich gestern angelogen. Warum? Was haben wir gesagt? Ihr habt zu mir gesagt, ihr fahrt zum Erdbeerfeld. Ach so, wir haben gesagt, ihr wollt zum Erdbeerfeld. Ja. Dann hab ich gelogen. Dann hab ich gelogen. Ich hab gelogen. Weil Lügen darf man nicht sagen. Hast du das mit dem Schild noch geschafft? Nee. Da vorne hattest du Dinge da rein? Auch nicht? Nein, nein, nein. Warum nicht? Immer rausgeblieben. Immer rausgeblieben. Musst du nächstes Mal ein bisschen langsamer fahren. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ist der Auto drin? Nee, ist unser Zuhause. Ach, ihr wohnt hier? Ja. Hier ist schon ein Gangsterhut. Ich hab mal jemanden mit dem Taxi hergefahren, der hat die Rechnung nicht bezahlt. Besser war ich dabei. Ja, genau. Die Dame hat die Rechnung gezahlt. Das war vom Pinsel der Papa, glaub ich. Dann kamen extrem viele Bullen. Yo, Elli ist mein Vater. Wisst ihr das eigentlich? Wer zur Hölle ist Elli? Eli. Seine Schwester. Achso, Elli. Elijah. Der hat mich adoptiert, damit jetzt Hasepeda mein Opa ist. Ganz selten Oma. Für mich ist echt ein Greise. Wieso macht der sowas? Und damit ich Hasepeda ärgern kann. Aber der kümmert sich nicht um mich. Wir haben noch keine Flocken gesehen. Apropos, mein Vater, eigentlich. Ja, das ist kein Vater. Pender, das fand ich vor. Nichts mehr. Der war vorhin da. Ich hab vorher mit ihm geredet. Wir können ruhig gehen. Aber dann war er irgendwie auf einmal weg, als er vorhin hat. Ja, da ist Pender vorgekommen. So. Wie soll denn aus mir mal ein gestandener Mann werden, wenn ich einfach keine Bezugsperson habe? Niemals. Geil. Wo ist er gleich von 9 Uhr? Back back here. Ja. Oh oh. Hau rein. Schau ich für den Namen noch. Ja. Bye bye. Hola. Warst du in meinem Auto? Ich hab dich im Kreis gesehen. Ja, ich muss was klären mit dem Polisisten von Paw Patrol. Wir haben gleich schon 9 Uhr. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Wohin? Doch einjähriges von Cody. Ja, weil doch beim Burglern einjähriges. Ja, weil doch beim Burglern einjähriges. Ah stimmt. Viertelstunde machen die auch. Genau. Und Twinkie wollten sich noch eine Hose kaufen. Äh. Wir sind nachher. Sind wir um 9 Uhr da schon. Ne? Also sie gehen jetzt noch shoppen und dann äh. Treffen wir uns bei Codys dann gleich. Ja. Keine Ahnung. Twinkie wollte sich hübsch machen. Ja. Dann treffen wir uns gleich beim Cody. Da gibt es bestimmt auch was umsonst heute. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann sehen wir uns gleich beim. Händel, rüberfall. Einen wunderschönen guten Tag. Händel, rüberfall. Händel, rüberfall. Ja, ich hab die Hände quasi in der Luft. Mach mal dein Ding, äh, dein Reifen, die Handbremse. Ja. Dein Reifen, Dings Handbremse. Ja. Okay. Danke. Gerne. So. Hä? Hallo? Was war das jetzt eigentlich schon eine Aktion von Ronny? Was denn? Ja, da beim Kieser aufzutauchen und zu fragen, ob die die verkloppen können. Wen verkloppen? Der wollte irgendjemanden verprügeln lassen. Irgendeinen Polizisten. Warum? Ja, keine Ahnung, weil der dem eine Waffe an den Kopf gehalten hat, sagte Ronny. Ach ja, du bist erzählt. Der wurde verhaftet. Ja, okay. Und hat der Polizist ihm eine Waffe am Kopf gehalten. Oh. Wie ein Gangster. Oh, Mann. Ähm. Er zieht schon wieder den geilen Jogger an. Wo? Ist das der Peachy Jogger? Ja. Sieht gut aus. Juicy. Juicy. Baby, baby. Ich ruf mal Biggie an. Ja, so bestimmt jetzt schon bei Kodys. Na klar. Sind noch andere da? Geh, die schau mal rum. Geh, Pina. Hey, was geht, Biggie? Bist du schon im Bürgeladen? Nee, noch nicht. Ich guck mich nicht. Ja, denk an. Ein Zanziol. Das Einjährige ist da. Gibt dickes Wäsche. Ja, ja. Ui, der ist schießgut, die Hose. Gibt bestimmt Actionfiguren wieder. Ja, gibt es. Ja, dann komm ran am Speck. Dicken. Ja. Ich bin auf dem Weg gleich. Manni? Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss, Sikorski. Oh, du Scheiße. Was ist mit dem Anzug? Boah, so ein weißen. Das sieht schon, das ist... Schon cooler. Ja. Du hast so kleine, süße Füße. Ja. Die sieht man bei der Schlaghose kaum. Sieht aus wie ein kleiner Nutz-Nutz. Das ist was? Nutz-Nutz? Nutz-Nutz. Okay. Okay. Dann gehst du blöd Ente auszusprechen, sonst sag die Nutz-Nutz. Ach komm. Warum denn jetzt der Leak? Weil ich bin Peanut Snowden. Weil ich würd gern auch meine Frise riechen. Ja. Und dann komm mal. Also müssen wir zum Füße. Ja. Kannst du auch Nomadia sagen? Ja. Ja. Das war normal. Oh Gott. Lass mal dein Auto hier stehen, Ronny. Ja. Und was haben die gesagt? Nein. Warum nun? Mach das nicht, du Arschloch! Ich hatte dich. Ich hatte dich. Ich hatte dich. Ah ne, da hast du schon Geld bekommen. Äh. Äh. Tippi. Ich krieg gar nichts. Hä? Du bist Obdorch? Nee, ich will gar nicht arbeiten. Äh. Ich war einen Tag arbeiten. Ich war einen Tag arbeiten. Ich war einen Tag arbeiten. 61.060 Dollar. Haha. Papa holt wieder Kohle nach Hause. Naja. Und dann direkt zu mir verweisen. Das glaubst aber auch nur du. Was? Das war die Antwort auf euch beide. Ja, das ganze dir schön ein Arschi, ne? Das Geld kommt zu mir. Gibt's Kohle ohne Ende für sinnloses Zeug raus? Das ist nicht wahr. Doch. Für was denn? Was kaufe ich denn schon? Du hast 80.000 Dollar für dein Tuning ausgegeben. Oh ja. Und das macht man einmal. Also beruhig dich. Außerdem hatte ich das Geld schon. Mach mal wieder den Debush. Debush? Ich guck mal, ob die... Hahaha. Das ist mein Mädchen. Jihah. Das ist mein Büffel. Oh Mann. Ich bin ready now. Also, dann warte schon. Bye. Ich meine, it's a party. Bye. Party, party. Hä? Ja. Geht's jetzt los, oder was? Ja. Puh. Aber Willy macht auch einen auf Kingston. Oi. Ich weiß wie der Mörder. Ja, ne? Den haben wir gesehen beim hießen Club. Der stand ganz alleine da und hat getanzt. Oh, was geht? Das? Boah. Das war Keanu Reeves. John Wick. Ach das. Das ist gut. Ja. Das gefällt. Oh, das ist auch gut die Frisur. Die ist am besten. Da kommt deine Brille zu gut zur Geltung. Oh, der Fresh Prince von Köln Finks. Oh. Was geht Büchse? Ja. Oh mein Gott. Da ist der Pinsel seine Frisur. So hab ich den Pinsel kennengelernt. Ja. Ronny, mach die Frisur doch. Heute ist einjähriges. Weißt du, die Pinsel Revival Tour mit Peanut. Boah. Boah Kimmob. Was geht Gandalf? Boah. Du kommst nicht vorbei. Youshoul no pass. Oh. Was ist das denn? Du sagst deine richtige Frisur. Toller. Die du unter deinem Ding hast. No woman, no cry. Du hast wie nen Helm. Oh. Jüng. Alalalalala. Oh, Pinsel. Das war so ein Gokko. Ja, ne? Ja. Und was hast du für eine Frisur? Miraku, die zur Seite. Was ist das denn? Hackfleisch. Was ist das? Das ist Gürtel hier, das hatte ich mal. Boah. Warte mal, hat der Frisur neue Frisuren drauf? Äh, irgendwie. Was ist denn das? Bist du an der Matrix angeschlossen? Kame! B, du sprichst an die Hände, das ist eine Beleidigung. Ist das wirklich eine? Was heißt denn das? Mir gefällt mir gut. Das ist eine Beleidigung für den Gein für Assyria. Achso. Twinkie, bist du eingeschlafen? Nein, ich warte. Du guckst ja nicht mal hin. Genau, oh, was geht ab, Major Payne? Major Willi? Ja, oh, da fühl ich, ne? Ja. Oder? Mhm. Das ist gut, das passt zu deinem Alter. Ja. Muss ja nur noch ein bisschen üben. Was? Oh, ist das auch gut? Nee. Geh jetzt mal. Oh. Kommt mir so bekannt vor. Jetzt hast du es. Ah, ja, guck. Okay, komm. Versteh ich nicht den Witz. Hä? Ich auch nicht. Komm, Twinkie, wir sind fertig. Oh, ja. Ach, guckst du die anderen Männer an, ne? Gib mal dein Handy. Gib mal dein Handy. Ich hab keine Fotos. Ja. Der klaut schon wieder Bonbons. Brava-Pensel. Gib mir auch an, bitte. Wie kommen sie eigentlich, dass Ronny nicht vorne sitzen will? Weil Twinkie einen Platz hier vorne hat. Oh, hier sind die Bosse. Oh. Oh, hier klingt halt an. Warum? Dann halt auch an. Nein, du sollst da vorne sitzen. Wenn ich beide so bedrückt darüber sei. Du sollst vorne sitzen. Ja, ja, komm. Dann haben wir mehr Power hier. Natürlich. Das ist schon Power. Nee, ich mag es, wie meine keine Freiheit haben. Oh, hast du das gehört, was der gesagt hat, Twinkie? Mach nur weiter so. Was? Wie Lisa acht eng ist gut. Hä? Was ist hier denn? Geh nie ab! Hey, was machen? Hallo? Wo stehen die Leute hier immer brauche ich? Wir machen, dass unsere Freunde eine Ibo aus der Apotheke holt. Ah so? Aha. Viel Spaß. Macht man schon, Alter. Wo stehen die auf ihr Auto? Aber die doof sind. Ich bin los mit den beiden. Jetzt hab ich den Ofen. Hey, hey. Hi, hi. Wollt ihr mal was cooles nehmen? I remember. Ja, was denn? Mich? Doch, ja, was denn? Oh mein Gott. Das? Oh Gott. Das Auto fährt komisch, seitdem es tiefer gelegt ist. Was wolltest du denn uns zeigen? Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab verfahrt. Ich komm von links. Hey, hey, hey. Oh, wir haben sogar einen super Parkplatz. Gut. Aha. Wir gehen mal umsonst, wahrscheinlich, oder? Ist noch nicht auf. Ach, Quatsch. Die rennen gleich rein wegen den Figuren. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Skate Peanut. Ach, Skate Biggie, hast du schon wieder kein T-Shirt an? Ja, ist zu eng, die Scheiße. Der wird aber immer dünner, kann das sein? Der muss mir sein Geheimnis verraten. Nur mir fehlt Kurt, das nicht. I like Peanut. Das ist aber schlecht organisiert hier, dass die jetzt noch hier Brötchen auspacken und so. Ich hab ne super Idee. Was denn? Vorsicht, einmal aus dem Weg bitte. Okay. Was haltet ihr davon, wenn wir unser Zeug zum Mitnehmen machen? Und dann gehen wir zum alten Cody. Kennst du den alten, wo der früher war, immer? Ja, hier um die Ecke. Ja, das fand ich immer voll schön da. Ja, aber da ist doch keiner. Ja, aber dann sind wir für uns. Ist das Rihanna auf deinem T-Shirt? Willi! Hey Crash! Warum gehst du denn hier ans Telefon? Wir waren unterwegs, ich konnte grad nicht. Du doch fängst. Hey, laupt dem Partner noch rum. Was geht, Willi? Nicht viel, bei dir? Willi, geht's dir besser? Warum ist deine Freundin gefesselt? Sie ist mein Hund. Ach, was zum Teufel, du bist. Oh, das regelt doch was. Du warst mit. Wie, die muss jetzt hier gefesselt rumlaufen? Wo ist denn du die Brille her? Wie, Wuff? Ich hab dich gestern angerufen. Ich hab dich gestern gebraucht, aber das ist nicht rangegangen. Wie, Wuff? Was war denn gestern? Der Wuff? Ich steh hier nicht ohne Grund wackelt. Sie hatte gestern einen Unfall und ich hatte echt scheiße. Ich bin schon wie ein Greif. Wie ging es gestern scheiße? Ich hätte gestern niemanden zum Leben gebraucht. Das tut mir leid. Nee, mach dir. Wir müssen ja nicht fahren. Ich hab den Ding. Oh, warte mal. Doch. Ja, Herr Washington. Na, wie ist es? Herr Washington? Gehört der auch zu euch? Ich weiß. Hallo, kannst du mal aufhören, hier so rum zu schreien? Was willst du denn, Peanut? Was willst du denn? Ja. Sö, mal, gleich komm ich von rechts. Das tut wem, Ohr. Du schreist. Ich schreie nicht. Ich habe mal eine kurze Frage, Pinky. Ja. Letztens, als Biggie uns freigehalten hat, wurden wir rausgeschmissen. Ja, ich weiß nicht genau, was du denkst. Wieso dürfen die freihalten für die zwei? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du meinst die da ganz vorne? Nein, die jetzt vor uns. Die da einfach dazukamen. Für die wurde freigehalten. Bei uns hat er nicht gesählt. Ja, dann beschwär dich. Dann schrei rum. Ronny macht Terror. So wie du Olaf letztens auf die Schnauze gehauen hast. Wo ist er, Sü? Weiß nicht. Ich such den Typen auch schon. Ich will den auch auf die Schnauze hauen. Ja. Der hat meiner Freundin eine vollgekackte Windel in die Tasche gelegt. Was heißt hier? Haha. Das klingt gut. Ja. Die Tasche ist sowieso schöner als die alte. Warum muss man hier anstehen? Ja, weil es noch nicht offen ist. Vier Minuten noch. Pass mal auf. Wir würden jetzt mal Schlacht planen. Pass auf. Wir sagen um eine Minute vor. Wir müssen auf Klo und biegen dann an der Kasse ein. Ich glaube, die Tür ist zu. Einst du? Ja. Dann ruf mal Cody an und sagen, ich habe Brändendurchfall. Ich darf hier nicht mehr auf Klo. Ich habe schon mal die Schüssel auseinandergenommen. Das klingt lustig. Ja. Weißt du nicht mehr? Als wir das erste Mal hier waren? Ja. Du bist eisvoll gekackt. Ich glaube, Twinkie muss. Boah, wo kacken, ne? Wenn er noch nicht auf ist, dann geht sie wohl in den Busch. Oh, oh. Oh, oh. Das ist das Tagesthema von letzter Woche. Was kommt da an? Was ist denn mit Willi? Gehört auch so. Der fängt noch mal zwei Leute. Und wir sind in letzter Zeit zu beschäftigt. Hä? Wo, mein Lecker? Guck dir das an. Hä? Ihr wird nicht vorgedrängelt. Bevor denn geht's. Biggie? Ihr wird nicht vorgedrängelt. Biggie, gehören wir zu euch? Biggie? Klar gehört ihr zu uns. Oh, wir gehören zu Biggie. Dann drängeln wir auch vor. Ach, Alter, man kann's auch alles. Danke. Wir gehören zu Biggie. Die da hinten drängeln auch. Wir gehören zu Biggie. Chef Cody, die drängeln schon wilde vor. Ja, wir machen gleich die Tür auf und dann geht das große Rennen auf die Kassen los. Actionfiguren gibt's eh erst ab 10. Okay. Gibt's was für so ein Angebotiges Feuer? Es gibt Feuer-Specials. Ab einer Bestellung von 200 Dollar wird der Mitarbeiter für euch würfeln und ihr kriegt ein Produkt gratis. Zusätzlich. Ein Hamburger? Das wird erwürfelt. Ihr könnt dann aus einer Kategorie auswählen, die erwürfelt wird. Und dann gibt es ab einer Bestellung ab 500 Dollar gibt es eine Überraschung. Überraschung klingt gut. Die nehmen wir. Das heißt, das heißt für... Und wenn ich für 1000 Dollar bestelle... Dann hast du für 500 bestellt. Boah, mach doch mal die Frau hier frei. Nein. Mir ist gut. Also muss ich für zweimal bestellen für 500. Dann krieg ich zwei Überraschungen, ja? Nein, eine pro Person. Ihr Geier, also. Jemand hat nur einmal die Chance? Ja. Why? Wait a minute. Wait a minute. Why are you even a male? Hey, Twinkie. Twinkie, die drängeln schon wilde vor. Hallo, Twinkie. Ich habe gemerkt, es ist eine komplette Familie, wie gesagt. Ach so, das ist auch unser letzter Öffnungstag. Ab morgen haben wir zu. Warum? Okay. Ein Jahr Cody hat es jetzt gereicht. Sieht der wieder um? Nein, wir haben Spaß. Cody, das kannst du mir nicht antun. Ja? Vielleicht geht es nicht. Dann übernehmen wir den Laden. Mir wurde getroht, dass ich mir eine freigehalten hatte. Und die durften es. Boah, bist du eine Pätze. Der durfte frei halten. Also, wenn wir, warte mal, wenn wir für 500 Dollar die ganzen Reihen, die Familie von Men in Black. Hallo. Oh mein Gott. Los geht's. Oh, ja, ja. Eröffnung. Rein da. Ich weiß nicht was. Ich habe nichts zugehört. War klar. Aha, er ist da. Ich will das kaufen mit Überraschung. Warte, ich mach dir kurze Dinge vor. Jetzt schon Kogys Menü? Oh mein Gott, hier. Weiß ich nicht. Weimar, das 500-Fresche-Menü. Oh, Entschuldigung. Der Chef hat gesagt, wenn man was kaufen kann. Ich verstehe nicht. Geht schon jetzt oder erst ab 10? Ja, mit Actionfigur ist das 10. Aber was ist denn das Menü da für 500 oder so? Ja, bestelle einfach. Äh, wenn du eine Bestellung ab 500 bestellst, wirst du den Koden hat. Das ist gerade einfach randvoll. Ja, dann nehme ich einfach ein normales Menü. Das für 1000. Ja. Ich habe ohne Actionfiguren noch nie so viele gesehen. Ja, aber es gibt ja nur Kangen. Ja, was willst du denn drin haben? Sag, wie es ist. Als ich nicht. Soll ich einfach wenden? Ich will eine Überraschung haben. Warte. Ich mache jetzt einfach mal ein Wagenburger, ein Pommes, ein Goldcheese, ein Twinkies, Bin ich schon im Blatt 500? Ähm, ja, du bist bei 1500. Bei Cola. Easy. Machen wir so. Okay, Hanni, möchtest du auch das bestellen? Drei Wagenburger draus. Ja. Ich muss noch was anzuschließen. Und wann bist du würfelt? Bei 200. Ja. Und bei 500, was wird dir da? Muss ich vorhin rufen. Und dann passiert was Schönes. Äh. Ich bin dann bei 1000 Dollar Menü. Ja. Was für Schuhe? Fünf Erdbeer Shakes. Los, mach hin. Bin grad dabei. Äh, wir haben jetzt, ich hab jetzt das für 500. Ich bin schon dran mit Bestellen. Was haben wir? Ich hab 500 jetzt. Fünf Bacon Burger, fünf Pommes, fünf Goldcheese, ein Twinkies, drei Cola und ein Choroschee. Wird jetzt auch noch für uns gewürfelt oder wie sie? Ich meine, ich wünsche Menü Nummer 1. Ja, was ist das okay? Das ist doppelt so viel. Ich will was für 1000 Dollar. Ich will zwei Überraschungen. 200 Dollar wird gewürfelt. Komm mal, um Willi sind lieber. Ich bin grad für mich laut, ich verstehe so wie gar nichts. Ich auch, ne? Ruf gleich nochmal an. Okay. Jetzt werden wir 1550. So, ihr habt lieber 500 Dollar bestellt. Okay, dann muss ich kurz warten. 1550. Äh, dann. Einmal für dich. Okay, danke. Und einmal für dich. Was? Oh, hi. Es kommt Cody gleich für dich. Viel Spaß. Okay. Das ist ein Schwenk. Cody, einmal zu Pin up. Siehst du gleich. Was heißt? Ich hab was gekauft. 1150. Wie viel? Also überall. Da drüber. Dann kriegst du einmal das hier. Bitte sehr. Dankeschön. Was ist das? Cody. Oh. Dann hätte ich gerne Audio-Mann. Herzlichen Glückwunnen. Ich glaube, man bist da her. Oh. Was sagst du? Josh? Oh. Du bist dran. Ja, genau. Wie viel passt das insgesamt? 22 Uhr. Insgesamt haben wir im Pro-Monat 340 Stück. 340 Stück. Willi? Ja. Kannst du das mal anziehen? Was? Das ja. Mein Name ist so big. Ja, die Aprilfigur gibt es im Moment noch. Ja, ne. Ich will die davor haben. Oh. Im März gibt es nicht. Es gibt pro Monat nur eine. Oh. Im April sind wir damit angefangen. Willst du sie wieder haben? Ja. Achso, also kann ich jetzt noch die... Ich verkaufe das. Hi, Willi. Hi. Hey, wie ist es? Gut und selbst? Ja. Mach du mal. Äh... Oh ja, sorry. Alles gut. Da. Danke. Bitte. Ja, gut ist es. Und selbst? Ja. Och, seit gestern noch nicht wesentlich schlimmer geworden. Wieso? Weil wir uns ja gestern ja... Du, 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 du... Die vergeben hier die Klamotten von dem Event. Als Event noch mal. Ich glaube, hier wird gleich richtig die Hölle los sein. Anscheinend wissen das noch nicht viele Menschen. Und Gizi, danke schön für den We-7-Siebten. Kubi, danke schön für den Prime-Fünfzehnten. In 15, 17 Sekunden schon. Ui, Tagga. Das geht. Und Christ, danke für den Prime-Fünfzehnten. Abo. Bis später. Bis da was noch machen. Ja, die muss im Online-Modus. Und, was hast du bekommen? Wie? Bekommen. Ja, was hast du... Ich bekomme mein... Es ist noch... Was hast du... Für wie viel Geld hast du was gekauft? 600. Ja, dann bekommst du eine Überraschung. Oh, geil. Ich habe einen Armreif bekommen. Ui. Der blinkt. So schick. Ja. Hallo hier. Da sitzt die doch. Halt, dass du von Witzel nust. Magma? Nein. Chef Cody? Ja. Wenn man was für 500 kauft, kriegt man eine Überraschung? Ja. Okay, und dein Arbeiter weiß, wer was gekauft hat, weil Twinkie jetzt für 600 Dollar und nichts hat bekommen. Nein, dann muss ich da noch hingehen zu Twinkie. Ach so. Dann kriege ich Twinkie ihre Überraschung noch. Okay. So, Twinkie. Du hast über 500 Dollar bestellt, habe ich gehört. Ja, richtig. Guck mal, dann kriegst du auch eine Überraschung natürlich. Bitte sehr. Ui. Oh, danke. Oh, was hast du? Ein Armreif. Ui. Ui. Sind Überraschungen immer am Reif? Na ja, schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Vielleicht ist es nicht immer gut, der Erste zu sein, ne? Ja. Ah, du machst das bestimmt so, jeder zehnte Kunde bekomme was anderes. Ja, ja. Ich kenne die Tricks. Ich kenne mich da mal nicht. Ja, ja. Jetzt verraten wir hier mal nicht alles. Boah, ich stehe in meiner langsamsten Schlange. Nee, Pinsel, komm schnell her. Komm schnell her. Geh aus der Schlange raus. Nee, ich muss doch bestellen. Ich habe das System durchblickt. Komm her. Ist das ein Idiot? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Können wir das sofort verkaufen? Es geht immer wieder. Hey, Biggie, was habt ihr bekommen in den Brüschung? Ein Armreif. Ah. Und du? Ich auch einen Armreif. Aber ich glaube, jeder Zehnte-Kunde bekommt was Besonderes. Ja, ich glaube auch. Bestücken. Hey, was geht ihr beide? Ja, ja. Bestücken. Hier. Ja, hast du schon echte Figuren? Ich habe neun, jetzt seine kaufen. Wie? Wir haben sieben Stück oder so. Ja, alle die gleichen. Ja, ja. Im April gibt es noch die April. Jeden Monat gibt es eine neue. Ja, cool. Die ganze Zeit, ich hole mir nachher eine. Aber auch eine. Das gibt es nicht. Ja, ich will mir auch eine holen. Ja, du kannst auch eine von mir kaufen. Wenn du keine kriegst, kaufst du von mir ab so 100.000. Das war jetzt so heiß gebadet oder so? Nee, nee. Ja, ich glaube schon. Ich sammel die und wenn es sie nicht mehr gibt, dann verbrauche ich die. Ja, das stimmt. Das kann man so machen. Oh, das ist ein Hundi. Hey, was ist das denn? Sag mal, ist das Marley? Warte mal, wo ist der Hundetub? Luki? Ich muss gleich nochmal zu Kodi. Geh mit zum Willi, bitte. Warte kurz, komm mit. Du musst sie noch gratulieren. Ja, ich würde auch mal fragen, wie sind denn das denn? Ja. Kann das wirklich nicht? Willi? Äh, dem... Anna und... Hallo, Einhörner! Hallo, Pina! Komm mal, 500 Dollar, bitte. Mach ich? Vorsicht! Ja, damit er ein Spielzeug noch kriegt, ne? Mann! Wann denn? Äh... So, und einmal die Karte durchziehen, bitte. Ja. Super. Dankeschön, Amy. Dann kannst du nochmal zu Kodi gehen, ne? Warum? Ja, weil du so ein Spielzeug kriegst, über 500 Dollar. Ach so. Ui. Hallo. 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 Hi. Hi. Was mache ich denn jetzt damit? Ähm... Ja, wir ticken, oder nicht? Ja, aber wenn dir das doch hier... Wenn man das doch kaufen kann, ist das doch nichts mehr wert. Ach, das kann man jetzt hier kaufen? Ne, das kriegst du, wenn du so ein Menü bestellst von 500 Dollar. Immer? Hm, ich glaube nicht, nur begrenzt. Na, dann warten wir halt einfach, bis es vorbei ist. Du hast letztes Mal 25.000 Trinkreifte kassiert? Oh, mein Gott. Ja? Ja, ich weiß. Ich hab die Kunden auch gerade gefahren. Oh, guck mal, mein Scherb. Und schau dir doch. Guck mal, mein Scherb. Ja, aber das ist blau. Ja, aber das hab ich gekriegt. Und das ist nicht von uns. Und das ist nicht von uns, genau. Das sieht besser aus. Mhm. Oh, ja. Pinsel, komm mal her. Der Chef Cody hat sich gerade verraten. Warum? Ich glaube, jeder zehnte Kunde bekommt was anderes. Als diesen Armbrief nur. Ich? Geh mal durch. Vielleicht gibt's da was ganz Gesunderes. Was man toll verkaufen kann. Jeder zehnte Kunde? Ich glaube, jeder zehnte. Bin mir nicht sicher. Bist du im Nachdenken, oder was ist? Ja, ich überlege gerade, warum drei Kassen alle an derselben Kasse stehen. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ja, was geht bei dir? Ich hab nicht aufgepasst jetzt. Aber wenn die Kasse gleich mehr ist. Ich war der Dritte. Der jetzt der Rechte ist der Vierte. Achso, warte mal. Wie viele waren auf eurer Seite? Weiß ich nicht. Nicht viele. Ich glaube, das müsste jetzt so der siebte oder achte sein. Und wie kommst du da drauf? Weil ich dem gerade gesagt habe, gefragt habe, ob es nur Armreifen gibt. Und dann mit der Sinne, muss ich überraschen lassen. Und dann habe ich gesagt, also bekommt jeder zehnte Kunde was. Und der sagt so, hey, jetzt verraten wir nichts und so. Stehst du? Okay. Nein. Achtsam. Hallo. Hallo. Dick für den Stuhl. Bist du ein bisschen fetter? Oh, ist denn der im Arm? Wer hat was am Arm? Der hat so Regenbogen. Ja. Jeder ist sie in der Kunde. Ich glaube. Guck mal, ich komme immer mehr Leute. Ich glaube, wenn wir uns noch einen Reifen holen, wenn wir uns noch einen Reifen holen. Ich bin gerade noch ein Reifen haben. Ich bin noch ein Reifen. Ich bin noch ein Reifen. Einer hat sich mehr da in der Kunde. Welcher? Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist blau. Und Pinky? Auch Armreif. Older Twinkie? Ja. Guck, die haben alle einen Armreif an. Und der ist auch alle blau. Vielleicht gibt es die in unterschiedlichen Farben. Alle, die hier stehen, ihr könnt auch an Kasse 2 und 3 gehen. Mein Gott. Arbeitet ihr hier? Nee. Nee. Steh's also. Baby, Baby. Opa, Willi, was hast du für einen Armreif bekommen? Gar keinen. Ich habe nicht für 500 Dollar bestellt. Warum nicht? Aber ich habe mit Trinkgeld waren es 500. Die Amy sagt, die fragt den Cody mal. Guck mal, was ich gekriegt habe, Willi. Was hast du denn gekriegt? Blau. Alle haben blau. Alle haben blau. Guck. Alle haben blau. Cody, du dreckiger Schalker. Alle haben blau. Warum hast du nicht, weißt du, manche gekauft hat für 20.000? Ja. Jetzt ist es nicht mehr, ja, das sind blau, singen wir jetzt den Preis. Ja, deswegen muss man schnell loswerden an die, die sind damit rechnen. Ja. Oder? Ist der Ronny denn auch mein Bruder, Willi? Der Ronny ist, äh, ja. Und dann kaufst du, kaufst du den für die Hälfte. Boi. Hast du das gehört, Ronny? Wir sind auch Brüder. So was habe ich noch nie gesehen. Wer? Was hast du noch nie gesehen? Ein Konvoi. Weißt du warum? Ein Konvoi? Ja, weil du auch Willi-Sohn bist. Ich bin nicht schon. Das haben die gerade durchgegeben. Hat er aber gerade gesagt. Das haben wir gerade durchgegeben. Das ist meine Mutter. Oh. Was? Dann komm. Äh. Wo ist denn der? Aber ich habe mein Essen noch nie bekommen. Ja, ich auch noch nicht. Ich gehe mal gerade los. Ich muss Pipi machen. Ja, Mama Pipi. Oh, Tequila. Ronny, sag mir Bescheid, wenn du den Olaf wieder siehst. Aber den Ring habt ihr gekriegt? Ja. Ja. Hey, fahrt ihr alle gar kein Taxi mehr? Toto, wir haben nur viel zu tun gehabt. Weiß ich mir den Willi? Ja, der ist doch mit ganz vielen Freunden da. Wir wollen den Konvoi mal gucken. Okay. Wo ist denn der? Na, Rüder, geh. Am Pidi abgestanden, glaube ich. Am Pidi? Ich glaube so. Hallo, ich bin der letzte eingestellte Mitarbeiter. Ne, wie sollen wir denn auf Taxi fahren, wenn du niemals Kunden abgibst? Du blöder Penner, du. Ja, mal vor, wir würden fahren und dann? Wenn ich schon sehe... Wobei der Leibstelle hat, dann kriegen wir keinen Kunden. Wir sind jetzt, haben nichts bezahlt, ne? Unser Essen. Tun die bestimmt auf Dings. Auf Dicke. Hm, ich zahle das noch, ja. Oh, warte. Oh mein Gott. Oh, warte. Warte, ich kann nichts erkennen. Was denn? Da in Ersatz. Ö, ich zeig Bauch. Aber warte, ich hab voll die gute Idee. Die Leute wissen nicht, dass man den Armgriff bekommt. Guck mal, der. Ne, der hat kein Geld. Irgendjemand kauft das bestimmt. Ich, ich hab meinen... Hase Peter. Ruf den Hase Peter an. Oh, warte. Sag für 20.000. Oder 10.000 Dollar. Boah, leg ich einfach auf. Bist du sicher, dass das hier ist, Twinkie? Ich glaube. Dann los. Oh, guck mal. Willst du da hin? Die stehen auch auf den Autos. Mit meiner Kopfschmerzen. Boah, Wisi, was ist mit dir, Junge? Meinst du, dieser O'Brien ist da? Der Schulden ist ein Gatt. Nein, ich weiß. Geil. Schulz. Ach, sieh mal, wenn der Hände auf den Deckel geriss. Du bist ne schuldige Sache. Und wo fahren die hin, hier? Darf man darüber gucken? Nein, Lache. Eingreifen könnte schwierig sein, aber wir wollen ja noch zugucken. Wir wollen ja nicht reingreifen. Okay. Ich brauche mich, was wir da machen. Ist das legal? Junge, klingt das wieder? Was denn? Da passiert irgendwas. Oh, wir kriegen wieder, hier, Fleischkäse. Oh, oh, no. Aber Massage. 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 Ich bin immer noch Gangster, Curtis. Massage. Ich habe nur ein bisschen zugenommen. Und bin in Stimmbruch gekommen. Oh, ich schau vorbei. It's only game. Koper, vielen Dank schon für die Pfanne, Leute. Lass dir raten, trinke, sparten. Danke. Und was passiert? Oh, oh, oh. Was passiert da? Oh, oh, oh. Oh. Ich glaube, da... Oh, oh, oh. Es ist aufregend, verbotene Sachen zu tun. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, der hat mich angehubst. Oh, oh, oh. Nach PDM wollen die. Oh, guck mal, die haben einen Plan. Die wissen genau, wo es hingeht. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht. Oh, oh, oh. Oh, guck mal. Eine Libelle. Ja, das sowieso. Wo ist er? Ja, ja. Oh, guck mal, die ist ganz entspannend da drüben. Check. Check. Ja, äh, Typ, lass, äh, der Immobilie auf die Schienen. Der will irgendwas schieben. Wissen? Irgendwas auf die Schienen. Ich glaube, der merkt nicht, dass er laut redet. Oh, Parfaitli. Ja. Wir verfolgen den Konvoi. Ja, danke fürs Mitnehmen, ne? Ja, du warst da am Quatschen. Ich war am Pinkeln. Ja, super. Egal, dann, na, dann verfolgt mal. Ich, komm hier weg. Ich hab hier jemanden gefunden. Wir kommen gleich wieder. Leine, alles gut. Ich bin gleich auch nochmal unterwegs dann. Lasst euch Zeit. Passt auf euch drauf, ja? Ja, so, ruf dich. Ja, tschüss. Tschüss. Was ist aber ein Konvoi? Was heißt das? Weiß nicht. Und was meinen die mit eingreifen? Na, anfassen. Wir haben's doch gar nicht angefasst. Ja, deswegen stören's auch keiner. So, gell. Wenn die fragen, was wir wollen, besuchen wir wollen. Hä? Was? Und man darf ja wohl suchen, oder? Ist ja kein Eingriff. Hat er mit uns geredet? Keine Ahnung. Ich hab's das noch nie gesehen. Wenn man nur aufs Herdbefeld fällt. Auch ein bisschen geht man. Und wo fahren die zählen? Zu den Schienen. Zu den Schienen. Auch. Die fahren auf den Highway. Vielleicht sollten wir nicht zu dich fahren. Okay. Ich hab ja gar nichts geraucht. Ich bin clean. Okay. Was da wohl drin ist? Sollten Sie das Fahrzeug weiter verfolgen, müssen Sie mit polizeilichen Maßnahmen rechnen. Was? Schönen Tag noch. Hat er ja gesagt. Der soll mal sein Radioläuser machen. Wir müssen doch so vorwärts stellen, oder? Ja. Aber welches Fahrzeug meint er jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Wir greifen doch auch gar nicht ein, was er jetzt irgendwie rumzicken wird. Okay, die fahren also im Kreis. Okay, die fahren im Kreis. Das ist cool. Die haben ja ganz schön den Plan. Besser nicht weiter, oder? Oh, die fahren hinterher. Dann fahren wir auch hinterher. Boah, für die kann mich wieder Karin jetzt mithalten. Die kommen uns gleich wieder entgegen. Die fahren wieder im Kreis da oben. Wenn Sie das Fahrzeug weiter verfolgen, müsst ihr mit polizeilichen Maßnahmen rechnen. Hey, sorry, da ist der Wohne, Spacko. Der hat einfach Angst vor einem roten Auto, mit einer Frau drin und zwei Typen. Haben die so Angst, dass wir die auseinandernehmen? Ich dachte, vielleicht bin ich ein Laserpointer. Jetzt haben wir die verloren. Aber die wollten auf Gleisen fahren. Miesen. Hm, wo können die hingefahren sein? Vielleicht war es der Mopedfahrer da vorne. Vielleicht hat der Fanglas. Mein Schuh? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was ein Convoy ist. Das ist ein Ravioli. Convoy. Sind das nicht so Schuhe? Ey, das ist ein Converse. Ja, in den Fisch. Ich glaube, wir haben die verloren. Warum darf man denn bei der Parade nicht zugucken? Warum verfolgen die sich? Wer verfolgt mich? Wieso streckt er sein Bein raus? Jetzt verfolgen wir noch wen? Ja. Ja. Dahin waren viele Autos. Links. Doch nicht. Doch. Links. Rechts. Okay. Kein aus. Aber die haben wir anlassen. Ich verstehe nicht mehr. Oh ne. Ich habe Vorfall. Ich habe keinen Führerfreien. Ich habe Vorfall. Ich habe Vorfall. Ich habe Vorfall. Wo sind denn die Hände? Weiß ich nicht. Twinkle, du kannst mal den Bischof einrufen. Ja. Vollgas. Oh. Ich habe was gehört. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gefunden. Nee, das ist nicht. Oh mein Gott. Ich bin zufällig gerade in der Nähe vom Gesino. Wo soll ich denn hier oben drehen? Ich bin zufällig noch mal. Entschuldigung, die reden hier alle. Ja, okay. Zehn Minuten beim Casino. Bis gleich. Zehn Minuten beim Casino. Okay, aber wir sind... Boah, wenn wir Reporter wären, könnten wir da hinterher fahren. Dann hätten wir nämlich so einen Schein dafür. Wie heißt das nochmal, wenn man Reporter ist, dass man da mal zugucken darf? Intervue? Nein, das ist ein Date. Malala. Man hat doch so Pressefreiheit. Presseausweis. Presseausweis, genau. Frau Presse-Sprecherin. Boah, sollen wir gleich mal da hinfahren, Joel? Und fragen, ob die einen Job für uns hat? Okay. Warum nicht? Du hast sie schon wieder verloren. Ja. Weil du mich ablenkst. Na, komm mal. Moment. Mann, wo sind die? Oh. Oh, warte mal. Ich muss ja mal überprüfen. Oh, hoppla. Vielleicht, dass er seinen Motorrad einfach hinfällt. Oho. Frag den mal. Machen werde ich wahrscheinlich nichts können. Hallo, Sheriff. Hallo. Sheriff. Hallo. Hallo. Da muss ich, muss ich, muss ich, äh, muss mir den Namen ganz sagen. Oh, nee, das ist ja dumm und fahr weg, versprach einfach nicht. Was? Oh, oh, oh. Soll ich einen halten oder fahren? Ich weiß nicht, was ich machen soll? Wir müssen zum Casino. Wir müssen zum Casino. Ja, was soll ich machen? Fahr, 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 verschwinde. Ja, fahr zum Casino. Okay. Aber erst mal müssen wir den abhängen. Aber warum, was haben sie gemacht? Oh Gott, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann halt doch an. Mein Gott. Aber hier ist ja rote Linie. Pass auf. Ich hab Angst. Ich hab nichts gesagt. Was? Das hat niemand gesagt. Wir sind ihm solche Worte nicht in dem Mund. Pinsel hat was gesagt, aber nicht Spaß. Was ist denn Pinsel? Hinter mir da. Der hinten. Also, Ronny. Pinsel. Okay. Na gut, dann können wir ja jetzt wieder zum Casino die Soden eintreiben. Gut. Weiß nicht, wissen Sie, wo die Konvoi ist? Wo die wat? Die Konvoi. Die Kunsel? Konvoi. Ach, der Konvoi. Ach, der Konvoi. Nee, weiß ich nicht. Wir wollen Schuhe gucken. Ja. Tut mir leid, weiß ich nicht. Wir haben wissen nicht, was ein Konvoi ist. Ja, ein Konvoi weiß ich, aber wo der ist, kann ich und weiß ich auch nicht. Und was ist ein Konvoi? Ein Konvoi ist eine mehrere Ansammlung, beziehungsweise eine Fahrzeugansammlung oder eine Menschenansammlung, die irgendwo ein Ziel von A nach B verfolgt. Und warum darf man nicht zugucken? Und wo ist B? Das ist doch eine Parade. Das ist keine Parade. Das ist ein Konvoi, der Sachen transportiert, die vernichtet werden sollten. Aber warum kriegen wir dann eine Nachricht? Dann muss man das doch im Stillen machen. Damit die Leute das nicht mitbekommen. Das ist einfach nur die Nachricht dafür, dass ihr euch da fernzuhalten habt. Damit mehrere rechtliche Schritte, wenn dann, eingeleitet werden können. Weil sonst heißt es, ihr habt eine Stadt so gesagt. Wir dachten, das wäre eine Parade und man kann zugucken. Nein. Und was wird er vernichtet? Das darf ich nicht sagen. Und wie viele Leute waren in dem LKW? Das darf ich nicht sagen. Hinten? Wollen Sie einen Armreif kaufen? Ich war selber auf der Insel. Ja, aber vielleicht wollen Sie noch einen für den anderen Arm. Aber vielleicht hast du nie einen blauen gesehen. Oder einen Orangenen. Oder Orange. Wissen Sie, genau deswegen habe ich mir so einen Regenbogen-Ding geholt. Da habe ich alles. Ah. Oh, das will ich aber so. Ja, so ein Faible. Ja, bin ich auch. Hey, hey, nicht so aggressiv geworden. Ich bin doch nicht aggressiv. Als rufst du den Sheriff. Welchen Sheriff? Welchen Sheriff? Das ist übrigens der größte Busfahrt, Dicke, du meinst, was ich gesehen habe. Genau, wir müssen zum Casino. Ja, wir müssen zum Casino. Ja, dann viel Spaß zum Casino. Gold, ey. Tschüss. Ciao. Halt vorsichtig. Immer. Ich komme da nicht vorbei. Ja. Boah, wieder nur wegen dir, Pinsel. Warum? Ja, natürlich. Wir sind unterwegs. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, das ist ein Hummer. Okay, küsse mit Küsse, Jan. Aber ich habe so leise gesprochen, ich hätte nie gedacht, dass du das hörst. Oh mein Gott. Vielleicht hat er Superohren. Er hat richtig Angst vor mir. Ja. Er hat eine Drohne ausgeschickt. Hör auf zu kicken, Junge. Oh, das haben sie Peter, den Flachwickler. Nee, ist er doch nicht. Ein Stück Scheiße, Alain. Doch, das ist er. Oh, Scheiße. Weißt du, der erzählt mir ja gerade so, ja, hier kommt gleich eine Gang vorbei, Carpe irgendwas, Nostra oder so ein Scheiß. Die kommen mir jetzt hin, muss vorsichtig vor denen sein, die haben gepanzerte Fahrzeuge, die haben AKs, haben SMGs, sind voll ausgestattet, die wollen 1,5 Millionen Dollar Schutzgeld. Mach nix, du darfst mit niemandem reden. Wer steht auf einmal vor mir? Ronny, Peanut und Twinkie. Ich hasse mich so sehr. Sonst wen erwartet, Alter. Ja, aber wir sind mindestens genauso gefährlich. Oh, wie. Ja, du schätzt euch. Oh, da schaut die Konvoi. Ja, bis jetzt schon. Ich habe auch gesagt, der mampft mich weg. Will jemand ein Armreif, Armrein kaufen, Armrein? Ey, gib mir meine zweite Schuhe. Ach ja, die Pistolen. Und meine Uhren. Wie schuhe willst du ein Armreif kaufen? Ja, wie viel? 10.000 Dollar. Ja, nimm mich. Oh, cool. Das war 35.000 Dollar. Nee, ist das nicht spannend. Vielleicht will Hase Peter den auch haben. Ich verkauf meinen nämlich. Ich auch. Etnus. Holly, du hast mir nur eine gegeben, aber ich glaub dir jetzt einfach mal. Ich hab dir wirklich zwei gegeben. Für den Trostvolley. Merci. Wir waren zwei. Oh ja, gibt's da irgendjemanden? Nee. Wir sind gerade bei dem Konvoi gewesen. Und? Ach so. Hanser Peter, siehst du, ganz close in den Gingstach. Ja, leider nicht. Hanser Peter, willst du einen Armreif? Ja. Kaufen? Wie viel? Was gibst du? 10 Dollar. 10 Dollar, warum nur 10 Dollar? 20. Die sind mehr wert. Wie viel? Guck mal, ich... Sag mir einen guten Preis. 10K. Hier, blau. 10.000? Mhm. Der Bischof gibt auch 10.000. Ja. Komm jetzt her, hier. Ja, ich hab Platz für einen. Ich bitte 20. Okay, dann du, Hase Peter. Geil. Warte, ich hab gleich zu mir. Ich bin so ein Drecksack. Ich mach schon. Was machst du? Verkauf den Haupitzel. Ja, Hase Peter, gib mehr Geld. Ich hab ihm gesagt, ihr kommt doch die 20 Mal mit der Kaisenseite, das alles geklappt hat. Dann kam die um die Ecke. Ich hab richtig Angst vor dem. Jetzt mach das aber mit dem Panzern auch so. Warte mal. Ach nein, ich bekomm was. Also was bringt mir denn jetzt der... Also der ist ein bisschen eng. Ja, wie ein bisschen eng. Der ist für Frauen von Twinkie da. Ach so, ja, dann geh wieder her. Danke dich dem Mann. Du bist da auch so. Oh Gott, sag, wo soll ich das? Also... Kann man den gleich, ob die für Frauen oder Männer sind? Ja, nein, die für Frauen sind ein bisschen enger am Arm. So, ich hab dickere Arme. Twinkie, hast du den gleich bekommen? Warte mal, ich hab dickere Arme als Twinkie. Ja, das ist ja schon. Alles gut, ich muss mich auch nicht. Glaub, du hast du Angst. Ja, geil. Ja, geil. Ich hab einen blauen. Willst du einen blauen kaufen? Ich. Ja, ich. 10.000. Ja. Bitte 20. Äh, über Weezer News. Verkauft. Oder IKW. Okay, tschüss. Wir haben noch zwei Kumpels. Sie wollen ihn auch verkaufen. Ich hab Rucksäcke. Ich hab... Oh, ist das ein Geschenk? Ich hab einen Supreme und einen Louis Vuitton. Aber er hat gesagt, er wird 20. Also, ich würde Leo Vuitton, glaube ich, nehmen. Wie viel zahlst du? 10.000 Dollar. Das glaubst auch nur du. Ey, das hab ich gesagt. Na, 10.000 ist zu wenig. Wie viel willst du denn? Ihr geht wegen der Anzeige auf den Dings, ne? Nö. Ja, ja, ja. Die werden dafür locker schon ganz paar. Hast du gerade die 10.000? Mann, ihr gebt mir die 10.000 wieder. Was? Also, ich würde maximal 100 Kabel zahlen. Für eine Tasche, hm? Mhm, Maximum. Das ist viel zu wenig. Maximum. Mehr will ich nicht ausgeben. Alle denken nämlich wegen dieser Anzeige in der YouLife-App, dass es nur eine 10.000 Dollar wird. Hier. Da steht in der YouLife-App drin. Das ist die Dinger, dass man die kaufen kann für 10.000 Dollar. Und wo? Ja, von der Insel direkt. Das hat Herrn Juri gemacht. Ja, dann kann ich die doch einfach direkt da kaufen. Nein, kannst du eben nicht. Er hat das extra gemacht. Weil nämlich jemand mit einem Tesseract oder so getauscht hat gegen eine Tasche. Ist das? Und dann hat der Juri gesagt, die sind alle verrückt und jetzt schreibe ich das einfach hin. Ja, und Peanuts verrätst die ganzen Inseln. Ja, aber trotzdem. Also, das ist halt zu viel. Ja, klar ist das zu viel. Wie kann man denn so ein Supersport-Auto gegen eine Tasche tauschen? Verkauf wird Tasche lila. Die Tasche ist exklusiv in meinem neuwertigen Zustand. Die Tasche wird mit einem Verhandlungsbasis-Preis von 800.000 Dollar angeboten. Sind die behindert? Hallo, da was sagt man. 800.000 Dollar. Ja, sorry, aber man hat doch einen Schaden, wenn man 800.000 Dollar für eine Tasche haben will. Naja, das ist eine Markentasche. Ja, eine Markentasche. Eine normale Tasche kostet mir 5.000 im Laden. Warum soll ich denn 500.000 für eine Markentasche bezahlen? Du bezahlst fürs Logo, Mann, das ist doch überall so. Ja, das ist Redi. Und dann gehe ich immer aufs Erdbefeld und werde mir die Tasche abgezogen und dann ist ein Tesserhack weg. Dann darfst du dich nicht abziehen lassen. 500.000 Dollar für das Hemd? Ja, so wird das verfallen. Dann drehen die alle komplett am Rad? Es ist halt selten, ne? Ja, ist es halt nicht, weil die Sachen sind ja nicht weg. Ja, die werden irgendwann im Preis steigen, wenn der Monat sich ändert. 200.000 Dollar, believe me. Ja, so viel würde ich bezahlen für die Kriegsleben, Junge. Sonst nix. Oh, was ist denn los? Ich will gar nichts mehr haben. Ich will schon auch sofort, wenn ich das alles so lese. Ja. Ja, du musst den reparieren. Hier gibt es ja auch nur einmal, die Tasche. Naja, aber wie viele Dinge... Ja, ich bin gegen die Maske klar mit dem Ding. Ich glaube... 100? Ne, 70, 80 oder so. Ja, aber VIP hat ja auch Taschen bekommen. Also 70 normale Tickets und 25 VIP-Tickets, wie ich mitbekommen habe. Die werden aber irgendwann mal ganz dolle Welten sein. Ne, warum nicht? Deshalb haben wir die gut verschlossen. Ja, immer noch. Ja, du musst halt bedenken, Pinat, bei jedem Event würdest du die geben. Gibt es nicht so ein Bewertungsding für die Tasche? Ich habe mit Juli gesprochen. Er hat gesagt, bei jedem Event... Ich will mir was sagen, dass du gesagt hast. Ja, komm... Das bleibt so nicht. Das ist die begrenzte Stückzahl. Hallo? Hallo? Ja, was ist Ronny? Ich würde gerne sagen, man muss loswerden. Immer noch. Ja, ich habe dir doch eben 10.000 gegeben für ein Band, aber du wolltest ja nicht. Ja, der will es doch haben. Ja, ich habe gerade doch nicht mehr so Bock, dass du kaufst. Aber warte mal, es ist blau, ne? Entschuldigung. Digga, aber es ist blau. Ja, aber Bischof will das haben. Nein, verkauf es Bischof. Ich will das jetzt haben. Ich bin ein 10er drauf. Nein, mein Gott. Hat die Prede schenkt, ist du mir das? Nein, warum soll ich ihm das schenken? Ja, bitte schenkt, den Bischof, dachte ich doch. Na klar. Oh, klar. Ronny, willst du eigentlich Gehalt haben? Ich brauche meinen Gehalt noch. Weißt du, wie du kriegst, Ronny? Wie? Ich setze ihn mal direkt auf aufgezahlt. 0 Dollar. Ha, ich höre nie mehr. Kriege ich jetzt das Anfangen? Was haben wir noch? Twinkie, Trich Graika, Pinat kriegt... Ja, Pinat wollte ihm auch sagen. Ach, ja. Warum kommst du mit? Ja, weil das Geld zu mir geht. Warum... Jetzt? Ja, also Peter, mein Freund. Ich will gleich dein Trinkgeld. Ja, die. Die verwaltet mein Geld, sonst gehe ich wieder Glücksspiel machen. Super. Ja? Schuhspeckbäckchen. Es gibt auch schon Geld. Ich habe nur noch 1.000 Dollar. Ja, ja, du kriegst es, ja, du kriegst es, ja. Auch nicht alles alleine raus, du kriegst. Was ist ja clever eigentlich, Lowes? Da holt er jetzt dein Gehalt, ja. Okay, wer ist clever? Mike. Ja, gib weg. Danke. Bitte schön. Wie 5 Dollar nur. Hey, 3.000 haben wir gesagt, 2 Wochen. Ja, ja, komm. Komm, gib mir die Kohle jetzt, sonst knallt's. Ja, komm. Jetzt wird's weniger. 3.000 Dollar. Jetzt versuche ich nicht zu backen. Nee, mit deinem Benehmen so nicht. Danke. Dann verkaufe ich meine Tasche und dann gebe ich das Geld nicht. Backbäckchen. Ich sag's dir, ich mach's dir das durch. So nicht. Ich zieh's durch. So nicht. Entweder krieg ich mein volles Taschengeld oder fick dich, Töcki. Ich war grad kurz davor, die 5.000 Dollar zu geben. Gib mir mein Taschengeld. Ja, ja. Das ist auf dem Tragen einer Waffe, das hat es verboten. Gib's mir. Nö, da fehlt Geld. Da fehlt Geld, los. 500 Dollar. Na, dann arbeite an deinem Benehmen. Halt die Klappe. Du hast grad mein ganzes Gehalt eingezogen. Gib mir mein Geld. Oh, da kommt der Fischer. Vorsicht. Los. Wie viel Fischer? Hm? Gib mir mein Geld. Ja, ja. Da fehlt 500 Dollar. Wir haben grad den Chef abgezogen. Ehe? Ja. Ich glaub, wie viel hast du bekommen für das Armband? Ich glaub's nicht. Äh, 10.000 Dollar oder 20.000. 20.000. Und wir haben dafür 500 bezahlt. 5 Dollar noch. Ich hab mal neues. Was? Wir müssen neues holen. Wir können das verticken. Komm, Twinkie. Die Kohle wartet. Komm, Twinkie. Das ist doch keinerlei. Wir gehen noch zwei Minis kaufen. Oh, ne. Oh, komm. Ach, komm. Wie fach jub. Das ist doch Geld. Müssen wir mich kurz einem Automaten... Nein. Okay. Du hast nicht genug Power am Nass. Ich auch, Mann. Ich muss kurz warten. Oh, oh. 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 Genos. 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 Beruhig dich. Er hat den Chef angegriffen. Oh. Oh. Wir gehen noch weg zu holen. Ja. Wir machen. Genos. Genos. Können wir noch kurz... Können wir noch kurz beim... Warum hast du einen Knarren noch an? Ja. Mein Taschen ist voll. Hier steht der direkt vorne. Okay. Okay. Hast du vom Bishop die Kohle bekommen? Ja, weiß ich Bescheid. Ja, aber nicht. Ja, aber nicht. Ja, aber nicht. Tschüss, Bishop. Tschüss, Hase Peter. Tschüss, Fabina. Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur 10.000 gekriegt. Nicht schlimm, du hast aber nur 500 Dollar ausgegeben. Das stimmt. Los, wir gehen noch eins holen. Warte, wir fangen mal kurz noch zu uns. Du Packer 6. Okay. Und ich guck kurz im Handschuh. Ich muss das ausrechnen. Du Packer 6. Nee, Packer 17. Oh, ich muss den Handschuh machen. Mein Coop. Danke, Shorty. Und Carlo, danke schön für den Prime im Vierten. Du und deine Truppe, ihr seid die Besten. Ihr macht den Traubigen abends zu einem Erlebnis. Danke. Danke dafür immer. Ich muss nur die Sachen verschenken. Oh, Pinky. Und sonst? Ja, ja, ja. Ich kann mich nicht beklagen. Oh, ich hab halb zu weh. Halb zu weh? Oh, ich kenn das. Oh mein Gott. Alles gut? Ja. Sehr gut. Und dabei geht's viel besser. Sehr schön. Ich kann mich nicht beklagen. Aber... Oh, oh. Entschuldige Auto war offen? Becker. Ich kann mich noch an, ja. Ja. Ich kann mich mehr an. Also wenn wir noch einen holen, machen wir 19.500 Dollar Gewinn. Wollen wir was holen? Ich glaube, der Hase Peter hat das gemerkt, dass wir den über den Tisch gezogen haben. Wieso? Weil er gesagt hat auf einmal, ich will das doch nicht kaufen. Nee, ich glaube, weil er es nicht hochhandeln wollte. Oh. 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 Ding, schling, schling, schnell. Das sind Kriminelle bestimmt. Oh. Dann hast du jetzt 60, 70, 80, 95, 125.000 Dollar gerade bekommen, ne? Nee. Wie viel Geld hast du denn insgesamt? 65 hat er mir gegeben. Und der, wer, was? Ja, 65.000. Das ist Gehalt plus das Geld vom Bischof plus das Geld vom Armreif. It's only game. Why you have to be mad? Warte, ich schau gleich. Nee, ich glaube, ich... Ach man, ich glaube, es waren 65.000. Ja, Gehalt. Wie insgesamt. Nee, kann ja nicht sein. Ja, doch. Hat der Bischof dir die 35.000 Dollar gegeben? Ja. Ja. So, dann hast du 20.000 bekommen für den Armreif. Ich glaube schon. Ja, und dann hast du das Geld vom Gehalt bekommen. Ja, der hat mir das alles auf einmal gegeben. 65.000. Wie können dir denn zwei unterschiedliche Menschen das Geld von einem, von einem Menschen auf einmal geben? Ja, nein, also so viel hatte ich dann. Also 35.000 und das mit dem Chef, dann hatte ich insgesamt 65.000. Was? Oh, da rufst du nicht so. Boah, vielleicht will ich dann gar nicht... Du machst nichts mehr mit Finanzen, dann riecht mich schon wieder aus. Oh, woher soll ich dann wissen, wie viel du bekommen? Ja. Ja. Hase-Peter, was hast du für ein Gehalt ausgezahlt? Wie? An dich 65.000. An mich? Ja. Hast du mir den Umschlag gegeben? Nee. Hab ich Träger gegeben. 65.000. Mhm. Twinkie, 65.000 Umschlag bekommen hast du. Und den Arm, Ralf, hast du gekauft? Ja. Und da hast du Twinkie das Geld gegeben. Ja, 20.000. 20.000. Also ich hab Twinkie insgesamt eben 85.000 gegeben. 85.000 hast du letzt gegeben. Okay, danke. Jo. Tschüss. Tschüss. Du hast 85.000 bekommen. 85.000 vom Chef. Ja. Nee, das ist nicht richtig. Ja, dann super. Dann wissen wir jetzt, wie das Geld geht und wer das verwaltet. Nicht mehr du. Ja, du kriegst das sicher nicht mehr. Ja, ich geb dir nix mehr. Das ist ganz so so vergessen, mein Freund. Da brauchst du ganz schlafen. Ich geb dir keinen einzigen Cent mehr. Keinen einzigen Cent? Nö. Wenn du dich verarschen lässt. Ja, dann kann ich dir ne neue Frau suchen. Ja, mach ich dann. Okay. Ja, gut. Wenn du dich verarschen lässt. Ja, wenn du weiter Glücksspiel machst, ne komm. Dann mach ich ja gar nicht. Ja, ich kann dir ja nicht mehr vertrauen. Aber ich geh für 65.000 Dollar arbeiten. Und du lässt mich einfach über den Tisch ziehen. Lass mich nicht über den Tisch ziehen. Du musst wissen, wie viel Geld du kriegst. Ja, hab ich dir grad gesagt. Hallo. Ja, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Hallo. Ja. Du könntest ja auch mal fragen. Warten. Ich wollte euch was zeigen. Du wirst denn? Dann müsst ihr mitkommen. Okay, Achtung. Okay. Erstmal. Hm. Ja. Okay. Guck mal. Ich bin Doktor Sommer. Du bist ein Doktor. Ja. Wie schön. Also hab ich vom Arzt geklaut. Du musst uns nicht sagen, woher du das hast. Wir wissen, dass du klaust. Oh. Oh, 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 oh. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Der hat die Maske auf. Okay, warte. Und dann zeig ich euch noch was. Komm jetzt. Guck mal. Das ist ein FBI-Mütze. Was ist das? Das kann man so kaufen, du Idiot. Nein, kann man nicht. Doch. Nein. Ja, doch. Nein. Das ist von den Marshalls. Okay. Das heißt sogar Height and Seek Kommando. Mach ich da drauf. Height and Seek Kommando Mütze oder so. Das ist ganz krasses Zeug. Dann verkauf das doch dem Hase Peter. Ja, das ist langweilig. Das ist langweilig. Was darf ich zu geben? Braucht Gangster als Freundin kennen. Dann geh du zum Kies. Guck mal rein. Willst du reingucken? Summer. Oh, Mist, Mist. Was ist denn das weiße Backpulver? Mehl. Ja. Wie viel hast du geklaut? Alles. Das hieß mein Schnorrauto. Wir fahren jetzt gleich zur Bank. Ich will wissen, was du auf dem Konto hast. Das geht dich gar nichts an. Doch. Nee. Ja, dann such den neuen Mann. Ja, du suchst dir ja schon eine neue Frau. Ja, weil du mich verarschen willst. Das heißt, du bist untreu und du lügst. Oh, genau. Und du weißt, dass ich hasse mich an. Weißt du was? Sowas muss ich mir gar nicht unterstellen lassen. Fahr mich nach Hause. Du sagst mir, okay. Ich fahr dich, ne? Ja. Du lügst mich nicht an. Oh. Bis hierhin und nicht weiter voll. Ich hab dich nicht angelogen. Dann sagst du mir, was du auf dem Konto hast. Wohin? Was du gerade eingezahlt hast. Das hab ich dir gerade gesagt. Ja, dann hast du dich über den Tisch ziehen lassen. Dann heißt der Hase, Peter und Fahrst. Ja. Dann heißt der Hase, Peter und Fahrst. Dafür, dass ich es nicht weiß. Doch, kannst du. Du verwaltest das Geld, also fragst du auch gefälligst. Gar nichts fragen. Doch. Wenn die aufhören zu schanken, es nervt. Ja, wir sind jetzt nicht geschiedene Leute. Sag der das. Sag der das. Ja, dann sag ich dich. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, ich nervt beide. Überlegst du dir gut. Ja. Ja, okay. Oh, bitte. Dann will ich nichts mehr von dir hören. Wenn du deinen Mann belügst. Und verarschen willst. Ich hab nicht gelogen. Nur wegen Geld. Ich hab nicht gelogen. Ich hab nicht gelogen. Komischerweise machst du sonst immer ein paar Lava, wenn dir jemand was tut. Und jetzt ist es dir egal, wenn du abgezogen wirst. Scheiß Lügnerin. Ich hab nicht gelogen. Anscheinend ja doch. Und warum tust du dann jetzt nichts dagegen? Ja. Weil anscheinend hat der dich ja über den Tisch gezogen. Ja, vielleicht mach ich ja noch was. Ja, genau. Mein Gott. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Genau. Ist du schwanger? Nein. Aber ich hab's gestern abgehört. Kann nur jetzt nicht mehr laut sein. Oh. Ja. Ich krieg Ohrenschmerzen, wenn ich so viel schreien muss. Oh, du fährst hier so ein schwieriger Kintor. Ja, bis zu Hause. Oh. Cool. Kommen wir jetzt zurück. Ja, was willst du jetzt hier? Du bist zu Hause. Oh, okay. Hä? Langsam reicht's. Kannst du mir trotzdem langsam mal nach vorne? Was? Beim Tor, du weißt doch. Kannst du mir trotzdem langsam mal durch? Nee, warum? Und nur so. Ja, ich höre. Ich bring deinen Frosch um, wenn du dich nicht beruhigst. Dann bring ich deinen Vogel um. Der ist bei mir. Ja. Ja, dann werd ich in dein Dekolleté greifen und den töten. Okay. Ja, nix, wenn ich nicht da bin. Aber ich bin jetzt gerade bei deinem Frosch. Du lässt Haschis in Ruhe. Ach ja. Aha. Komm her, kleiner Haschis. Ja, komm ruhig. Lass denn in Ruhe. Ja. Mama ist hier. Mama ist hier. Mama ist hier. Pff. Pense, komm schnell. Die will Haschis töten. Was? Die will Haschis töten. Die dreht durch. Oh Mann. Das dicke Ding. Die kriegt langsam Höhenflug. Was ist denn mit euch? Die dreht durch, nicht ich. Die dreht durch. Die dreht durch, die nicht ich. Die. 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 Gar nicht. Die. Ich muss dir mein Geld geben. Die schlägt mich. Jetzt will die Haschis töten. Die dreht durch. Wo ist die denn? Haschis ist weg. Weiß ich nicht. Die hat Haschis mitgenommen. Und die Autos weg. Ah, ich hab's gesehen. Steig sie rein. Wo ist die hin? Wenn du rausfährst, rechts. Wenn sie das fahrt, sah aber so aus. Der ist kleines Auto. Können sie ihn hauen. Wo lang? Nein. Rechts. Mehr weiß ich nicht. Ja. Und spätestens hier vorne können sie übereis sein. Ja, super. Hm. Ich ruf den Sheriff an, ne? Ach. Ich lass mich von dir schreiten. Dann können wir heiraten, nenn ich. Oh Gott. Du machst, was ich dir sag. Äh, 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 äh. Die ist bestimmt da hochgefahren. Wie? Okay. Was ist das für ein Scheißtag? Ja. Und du bist schuld. Warum? Weil du immer der Verursacher bist. Was hätt ich gemacht? Mann. Emma, misch du dich in unsere Ehe ein. Was? Ja. Tu jetzt nicht so. Wo ist das dicke Ding? Ich ruf dir jetzt an. Hallo, hier ist die Twinkie. Wo ist mein Frosch? Was ist das? Wo ist mein Frosch? Komm nur erstmal runter. Oh oh. Vielleicht beim Ende. Wie warte ich? Du. Du komm runter. Guck was du tust. Nein. Oh nein. Hachisch bestimmt. Messer am Hals. Du bist durchgekriegt. Du bist wie Trevor auf dem Story Mode. Ich muss auspassen, wenn du knickst. Ich muss auspassen, wenn du knickst. Auch wenn ich das, ja. Ja? Was denn führst du, Hachisch? Guck wie du drauf bist. Vielleicht drehe ich einfach durch in dieser Stadt. Ja? Tust du auf? Ja? Willst du wissen, wie weit das gehen kann? Nein. Lass mein Frosch in Ruhe. Kleine Aschisch, was bist du denn so ruhig geworden, ne? Lass mein Frosch in Ruhe, du durchgeknallte. Warum sagst du... Wo bist du? Das geht dich gar nicht so an. Ich rufe den Sheriff an. Glaubst du, der kommt wegen dem Frosch? Der kommt ja nicht mal, wenn du sagst, dass jemand umgebracht wurde. Ich wünsche dich interessieren. Was sagst du, Pinsel? Hier war Russen gebiet. Hier sollten wir viel schnell reinfahren. Oh, das weiß ich doch nicht. Wo bist du mit dem Frosch? Das geht dich gar nicht so an. Oh. Los. Sag es oder ich bring Pinsel um. Was? Pinsel hat sich entschieden bei dir zu bleiben. Pinsel hat... Oh mein Gott. Sag es. Pinsel hat keine Knarre am Kopf. Du würdest Pinsel niemals was tun. Der hatte einen Anfall. Der hatte immer einen Anfall. Das hat nichts zu bedeuten. Komm nach Hause mit der Schisch. Nö. Riech mich hier raus. Was? Du kommst nach Hause. Ich fahre in eine Leitplanke rein. Nein. Mit Pinsel. Warum mit Pinsel? Du gehst nicht. Häng dran. Ach doch, ich tu das. Dein Leben ist dein wichtigstes Gut. Ich tu das. Ach ja. Ich werde jetzt nach Hause gehen und all deine Schlüpper kaputt schneiden. Ach. Ach doch. Mach ich auch. Und ich werde dein Justin Bieber Poster von Novan greifen. Das wirst du nicht. Das wirst du nicht. Mach ich jetzt. Das wirst du nicht. Doch. Werd ich. Weg weg gehen. Und ich werde deine Maxi zu dir in der Mitte durchbrechen. Weg weg gehen. Doch ich mach das. Jetzt drehen wir mich auf dem Rad. Ich mach das. Ich mach das. Wieso denn gleich so übertreiben. Ich werde gegen die Uhr mit deiner Oma kicken. Was denn los mit dir? Was bist du für ein kranker Benner? Oh. Du bist ein kranker. Jetzt komm nach Hause und wir klären das. Oder ich geh rein. Ich bin schon vor der Tür. Sag's dir. Mhm. Gib mal so langen Bagger-Schlüssel. Sag's dir. Ich geb dem Pinsel den Bagger-Schlüssel und der reißt die ganze Bude ein. Oh oh. Nein. Da wohne ich doch rein. Das hat er da mit dem Juri zu klären. Wir werden es auf dich schieben. Das könnt ihr gerne machen, aber ich hab keine Schlüssel. Komm jetzt nach Hause. Mit nem lebendigen Hashish. Ich hab mich in die Schaufel. Komm jetzt. Ich weiß ja nicht. Komm jetzt. Du scheinst nicht eher deiner Sinne zu sein. Du bist nicht eher deiner Sinne. Ich spüre ne Menge negative Energie, die durch das Telefon kommt. Du hast Hashish entführt und Durst ihn umzubringen. Gott. Ich würd dem Kleinen doch niemals was tun. Doch du hast grad gesagt, du willst ihn umbringen. Er sieht doch manchmal einfach köstlich aus. Du wirst das Hashish nicht essen. Hallo? Mhm. Mhm. Ey. Du wirst ihn nicht essen. Frische sind Freunde, kein Futter. Mhm. Nimm ihn aus dem Mund. Ja, okay. Und komm jetzt her. Hallo? Ja? Komm. Der Pinsel ist schon ganz verstört. Ich wollte das nicht. Quinky, du komm jetzt sofort her. Du wirst nicht in diesem Ton mit mir reden. So werden wir nämlich gar nichts klären. Das sag ich dir jetzt schon mal. Ja. Hashish braucht Wasser. Ja. Du hast jetzt nicht auf den Frisch gerotten. So brauche ich. Pinsel, die hat Hashish angespuckt. Ja, der braucht doch Wasser. Aber ich liebe Wasser. Komm jetzt nach Hause, Twinkie. Okay. Und fahr vorsichtig. Ich versuchte es auf die Tür. Bis gleich. Du könntest mich ruhig mal unterstützen als mein bestester Freund. Du wolltest mich umbringen. Ich glaub, du bist bei deinem Schwimmer. Nein, hab ich nicht. Doch. Wollte ich nicht. Bleib hier oder bring mich um. Du wolltest mich töten. Nein, wollte ich nicht. Doch, hast du gesagt. Das war nur so eine Redewendung. Ja, ja. Redewendung. Redewendung? War nur so eine Redewendung. Wer aufs Dach? Dann kletter hoch. Ja. Mach ich jetzt auch. Alle meine Freunde verlassen mich. Meine Frau dreht durch. Ich hasse mein Leben. Habe ich schon mal gesagt. Im früheren Leben. Habe ich schon mal gesagt. Super toll. Scheiße. Am scheiße. Überfahr mich einfach, Pinsel. Überfahr mich einfach. Gib mal einen Schlüssel. Ich mach dein Ding hoch. Überfahr mich einfach. Bring's hinter mir. Unsere Freunde. Unsere Gruppe zerbricht. Was? Hör auf zu weinen und dann spring dich um. Hör auf zu weinen und dann spring dich um. Oh. Oh. Okay. Hallo? Was ist los? Ja, da liegt eine Baggerschaufel und weint. Meine Tränen sind süß. Kommst du hier hin? Okay. Dann will ich gleich. Okay. Okay. Ich lege auf. Ich zieh noch die zärtlichen T-Shirt an. Sie ist da. Wo? Sag sie. Ja, dann musst du vielleicht mal aufstehen, dann kannst du sie sehen. Keine Energie mehr weiterzuleben. Komm, hier kriegst du ein Power ab. Jetzt power mich nicht. Mit deinem senden Ding, was du mir gebe. Geh zurück. Nein, ich werde essen. Nein, das kann man verkaufen. Die soll herkommen. Boah. Da hat jemand gehupt. Ja, ich weißt du jetzt schon. Ich will arm nicht. Was der jetzt tragen muss. Mann. Der wird einfach eine Luftrolle genommen und zerrissen, der Pinsel. Bevor der uns kennengelernt hat, ist der Autos-Clown gegangen und ist so durchs Leben geschlendert. Und jetzt kriegt er die volle Packung, Alter. Schüttert gut. Erstmal ein Schlückchen Wasser. Boah, die übertreibt doch manchmal, Alter. Oh, du Witz. Hallo. Hallo. Ähm, sie ist vorm Tor. Die soll reinkommen. Ja, und du sollst rauskommen. Sie sagt, wer ist sie denn? Gib mal einen Baggerschluss, ich fahr dich rüber. Nee. Das ist auch wieder nur Unsinn im Kopf, ne? Wir sind hier in einer stressigen Situation. Ja, dann komm. Ich halte das Tor auf, okay? Ach. Ja, Kika. 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 Geschehene Leute zu sein. Ach ja? Ja. Das hast du gesagt. Du hast nichts dagegen gesagt. Du hast nichts dagegen gesagt. Du hast nichts dagegen gesagt, dass jemand dir nicht... Dass du... Dass du... Dass du, dass... Dass du... Dass du... ... таким hä honored bist. Dass du... Was? Ja. Au. Ich glaube, die war überfordert mit meiner Frage. Ach, du setzt mir hier auch auf. Das ist neben gerannt. Was ist? Ach, du kannst wieder lachen, ja? Ja, gut. Ja, was rennt denn du auch weg? Ich habe dich was gefragt. Habe ich nicht gehört. Hachst du jetzt immer noch? Okay, Aschis, du scheinst ihm nicht wert zu sein. Hallo, hallo. Hey, hey. Hey. Halt, stopp. Ich bewege gar nicht die Kohledose weiter. Also, wohnst du nicht mehr hier? Hi. Gib mir Tuha Shish nix. Oh, Gott. Warum klingt der so anders? Das geht dich gar nix an. Was hast du dem getan? Nix. Was hast du dem getan? Das geht dich nix an. Ja, mein guter. Das können wir jetzt schön ausdiskutieren. Ja, ich habe dich was gefragt. Mhm. Ja, wie sieht's aus, ne? Ja, wohnst du jetzt noch hier oder nicht? Ja, bleiben die Regeln bestehen? Wenn du dich nicht abziehen lässt, ja. Ja, okay. Wenn du sagst, du verwaltest das Geld, dann verwaltest du vernünftig. Ja, mache ich. Ja. Hast du jetzt das volle Geld bekommen oder nicht? Ja, ich kann mich gerade nicht drum kümmern. Warum nicht? Weil ich habe Ohrenschmerzen und ich kann jetzt nicht schreien. Und warum entfühlst du Hashish? Na, weil er es verdient hat. Warum hat der Frosch es verdient? Der ist genauso frech wie du. Der hat überhaupt nichts gesagt. Ja, ja. Außer dem gehört er zu dir. Warum hat das passiert? Oh, jetzt sag ich durch. Oh, ich dachte, wir haben das geklärt. Oh Gott, sag mir nicht die Fälle gesagt. Ich habe davon geklärt. Was ist da passiert? Er hat Hashish und führt. Was? Wieso das denn? Zurecht. Zurecht sagt er. Hase-Peter hat mir mein Gehalt ausgezahlt, hat es aber Twinkie gegeben, dann hat er noch ein Armreif abgekauft, haben wir über den Tisch gezogen, hat er 20.000 Dollar gegeben für, wir haben 500 dafür bezahlt. Hashish in Ruhe. Hauft ihn so zu quetschen, er mag das nicht. Äh, warte mal, habe ich überhaupt ein Auto hier irgendwo? Ne, ich bin ja eben mit euch gefahren. Okay, ich komme, ich komme auch. Okay. Obwohl, ach ne, geht nicht. Können wir mich abholen. Vielleicht holt Pinsel dich. Okay, ich bin am Würfelpark. Okay. Danke, tschö. Tschö. Du darfst das Geld verweilen, du musst aber aufpassen, dass du nicht abgezogen bist. Hm. Können wir jetzt Hashish bitte wieder in den Teich holen? Ja, okay. Hast du gehört, was die mit dem Hashish gemacht hat? Der hat sich ganz verstört angehört. Hm. Warum, was hast du? Was erwartest du? Hol das Mad Monday. Oh. Darauf muss man sich eine Woche seelisch drauf vorbereiten. Oh. Du musst mir helfen, dich zu töten. Wen? Twinkie. Wir brauchen ein Riesenloch, wo wir die verbuddeln können. Oh. So ein Riesenloch. Kann man einen Freund fragen. Eduardo heißt der. Der Bauarbeiter? Nein, Eduardo. Jetzt weißt du, warum ich die Raupe besorgt habe. Ich plane das schon seit Wochen. Hab ich schon weh jetzt? Wann du weiter so? Du sollst den nicht quatschen. Warte, ich wollte mich wirklich nicht auf dich setzen. Was? Mama, du hast es gut verkraftet. Du hast dich auf Hashish gesehen. Hallo. Ich rede gerade. Entschuldigung. Meine Ohren. Verdammt. Warum schockst du dir den Teich ein? Sorry. Das ist nicht wirklich. Hashish, geht's dir gut? Ich bin mit dir. Das hast du nicht gemacht. Du hast ihn jetzt nicht ins Wasser so geschmissen. Sag mal, spinnst du? Der kann das ab. Wie, der kann das ab? Der kann das ab. Das habe ich schon öfter mit ihm gemacht. Was hast du mit dem getan? Ach, der klingt ganz in Ordnung. Oder Hashish? Der klingt überhaupt gar nicht in Ordnung. Toto. Tut er nicht. Mann, ich habe mich auszusehen auf den gesetzt. Das geht in zwei Minuten wieder. Das sieht aus wie ein Pfannkuchen. Oh Gott. Warum treten wir da oben an der Wasseroberfläche? Hashish, schwimm. Schwimm, wie Papa es dir gezeigt hat. Hallo, Willi. Womit? Das hast du mit meinem Frosch gemacht. Oh nee. Der bewegt sich gar nicht. Ja, aber gerade hat er es noch. Ja, nachdem du den reingerorfen hast, einfach. Wie? Das ist der MDK. Ja, komm, pack deine Karne, wir müssen Müll dir abholen. Ah, warte, wir kommen. Ja, okay. Damit ich die Finanzen wissen. Und? Zähne, die packt dich vernünftig. Oh nee. Wee, wee. Wee. Mein Herr. Mein Herr. Mein Herr. Wird dir eigentlich manchmal schlecht beim Einparken? Was? Wird dir eigentlich manchmal schlecht beim Einparken? Oh, God. Oh, God. Oh, home. Magic. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, man ist denn nur. Ihr könnt nicht einfach nicht lassen. ja der größte fußballer hier in unserem team warum nicht quasi der franz beckenbauer von los hey ronnie will die wartet immer noch der willi wartet das war nicht sprach mail von eduardo die sind am würfelberg ich liebe die nachrichtenfunktion wie aus dieses tod hallo willi wir sind unterwegs senden wie wenden senden wenden habe ich verstanden ja was ich würde ich sagen warum kannst du sprachen muss mit dem handy schicken denn schon nicht nur schön neue kaufen neue telefon ist schon ein altes meins wird von aus dem fenster geschmissen ich müsste in der tag gerade denken stelle mir so vor wie ein zeitlupe die ganzen kippen stimmel darum fliegen und so wir waren schon lange nicht mehr im park eine sekunde da fast seit ich vom robot gerissen wir haben den hier geparkt alle beide so nimmst den babys was ist das denn da oh der denkt der ist denn smart oh mein gott was soll ich denn jetzt hier parken na auf dem taxipark gleich nee da dürfen wir nicht parken das ist nur für taxis ach will die kommt schon wir müssen nachzunehmen warum ist der holländer da frischer frischer mexikaner heute gebe ich für alle zum abschied ein fest adio adio mexiko hol auf von der straße ich komme wieder dafür gibt es fahrradwege zu dir zurück mach mal ein wheelie mach mal was krasses ohne sprung warte ja ohne sprung ja wie ja wie wie ich will mal zeigen wie das geht zeig was ich kann doch jeder du kannst nicht mal ein wheelie ohne springen ja mach mal komm ich kann nicht für dich schnell ich muss meine rechnung noch bezahlen komm ich zeig dir wie das geht ich fahr sogar ohne sattel das ist aber weil ich es geil finde das war ja keine ahnung gott wo ist denn jetzt ich bin letztens mit deinem pfarr halt auch gefahren ja ich weiß auf dem vorderrad und hinten ja sag mal ja wie du kannst kein wheelie hast du gesoffen hui ne ich bin traurig ging das da guckste ne ja wow willst du neues fahrrad ich brauche das nicht mehr schlaufe du müsstest auch mal die reifen aufpumpeln das hat nämlich platten und der sattel stinkt oh nein ja der stinkt fürchterlich ich kann nicht den solltest vielleicht mal wechseln ich glaube ich lass das hier stehen zum lüften ja ok terminar wieso ach gut die ganze ganze die sind alle auf autos aber das ist nicht mehr unsere nichtchen runter mir doch egal Boah, ich muss pullen. Twinkie, komm. Komm runter da. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hast du gesehen? Ja. Wie krass ich bin. Oh, da ist... Oh, oh. Pass auf, die sind gefährlich. Doppomois. Assalamu alaikum kusiks. Die sind alle geschminkt immer, ne? Ja. Sie sind alle hübsch. Sieht gefährlich aus. Nein. Ja, also mir kannst du auf jeden Fall einmal so ein Menü machen, bitte. Äh. Haben wir noch Actionfiguren? Ja. Ja, dann komm mal her. Ach komm, war klar, dass wir wieder keine kriegen. Oh, da freiget ich. Ja, das wäre ich. Ich nehme einmal so ein Menü. Hallo, ist ihr frei? Ja. Hi, Schöntchen. Gibt's noch Actionfiguren? Nein, leider nicht mehr. Alle weg. Gibt's noch Special-Tüten? Oh, geil. Hm, auch leider nicht. Schweigen wir uns jetzt an? Die haben nix mehr. Scheiße. Ihr habt auch schon was bekommen. Das stimmt ja so nicht. Das müsste ich eigentlich erzählen. Das stimmt ja so nicht. Da? Ich muss meine Rechnung noch zahlen. Okay. Wie viel war das? 1200, glaube ich. Aber ich habe auch kein Essen bekommen, ne? Du hast kein Essen bekommen? Nö. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Du saß ja die ganze Zeit und keine kamen. Und dann bin ich gegangen. Deswegen sagte Jacob, ihr wart weg. Warte kurz. Ähm. Ich hole den. Der weiß, dass ihr bestellt habt. Küsst du mich auch mal? Ja. Wann? Ja, wann im Wesen. Siehst du nicht, dass ich da traurig bin? Ja, das sehe ich. Ja. Ihr nimmt da irgendwie gerade eine Bestellung aus. Sag mir doch mal, was ihr hattet, dann mache ich es euch direkt. Weiß ich nicht mehr. Ich hole nochmal Benkenburger. Der hat mir irgendwas zusammengestellt. Okay. Bei mir dasselbe. Hast du nix bekommen? Hm? Hast du kein Essen bekommen? Nee. Ich war doch bei dir die ganze Zeit. Ja, und dann sind wir gegangen. Hm. Wollt ihr denn jeweils einmal euer Menü? Ja, das, was ich bestellt habe, ne? Ja, ich hatte ein Cody und ein Twinkie und Peanut Menü. Hattest du gar nicht. Hatte ich wohl. Nein, das sind ja 3000 Dollar oder so. Nee. Das waren 600 irgendwas. Ja, aber ein Twinkie-Peanut Menü kostet 1000 Dollar oder nicht? Keine Ahnung, der hat mir gesagt 600 irgendwas. Ich nehme einfach ein Twinkie und Peanut Menü scheiß drauf. Ich zahle dann diese 1000 Grill Cheese und Schoko bitte. Und du? Twinkie? Ja, ich nehme dann auch ein Twinkie und Peanut Menü mit Schokomilchshack und Cheese Sandwich. Easy. Mach ich euch fertig. Setz euch hin, ich bring's euch so weit. Also wie funktioniert das? Okay, wir können draußen noch warten, oder? Ja, aber ich weiß, dass ihr draußen seid, kein Problem. Ja, wir sind draußen dann. Hast du wirklich kein Essen bekommen? Nee, hab ich nicht. Ich war doch bei dir die ganze Zeit. Auch du. Wo haben wir? Opa, die gibt's Ärger hier. Nee, warum? Weiß nicht, hier ist so eine Stimmung. Gibt's Ärger. Nee, alles ist auch noch. Wir warten auf unser Essen. Okay, wo ist der Ronny hin? Ja, weiß ich nicht. Ob der wieder zu Olga ist? Weiß ich nicht. Was guckst du da? Was guckst du da? Ich? Hallo, ich bin traurig. Ja, warum? Weil du Haschischem fast gemördert hast. Ja, du bist doch wieder da. Ja, und der klingt aber anders. Ja, ich hab mich aus Versehen auf ihn gesetzt. Nimm mich jetzt zum Arm. Danke. Bitte. Ah, hör mal. Jetzt geht's mir wieder gut. Gut. Weißt du, wo Pinsel hin ist? Nee, keine Ahnung. Ja, grüße. Wie jetzt? Ja. Denn die ist da nicht die Dinger gestorben. Ja, FC unterstützen, was ist das für eine Frage? Ich glaub schon. Du bist treu. Du legst halt rein. Kannst dich das Beileid sagen? Ja. Ich dachte, die hat sich geklappt. Ja, so sieht das aus. Nein, die war zur böse Zünder betrüft. Ja, dann sag ruhig. Nee, du kannst besser reden. Oh, okay. Aber, Beileid. Jums. Hau dir ab. Hab gehört, die hat ne Schwester verloren. Ja, ist ja voll, ist ja voll, scheiße, ey. Ja, ist richtig. Ja, wenn ein herzliches Beileid sagen. Oh, danke. Ja. Weißt du, ne Schwester geht, ne neue kommt. Hallo, Bum. Nee. Hallo. Nee, die kann man... Hallo, Bum, sagt er. Hat der Bum gesagt? Ja. Dann sagst du immer Bumekiss. Dann sag ich schon mal Bumekiss. Ronny kriegt dein Halsding. Nee. Das ist auch mal ne Actionfigur. Nee, ich hab eine. Jetzt. Ja, ist aber ne Speziale. Das ist ein Geschenk von Erdnuss. Und von Twinkie. Und von Pinkie. Das ist unser Halsband für den Pinsel. Wir haben den unter Kontrolle. Mach Sitz. Oh, rein, Feini. Ein. Das geht mal leckerli. So, ihr beiden. Ja. Euer Twinkie und Peanut-Menü jeweils. Ja. Von allem zehn. Ach, komm mal, die Fresse, Alter, Opa. Kann ich nur einen Mann haben? Oh, Mann. Woher der Hassmann? Ist alles schon weggekauft. Ich will auch so ein Leuchteteil haben. Alles weg. Hey, Karoli. Der, ja? Ich bringe es noch. Der hättest du kurz zum Geburtstag oder so. Oh, danke dir. Ja. Muss mal ein Taschengeld. Du kriegst kein Taschengeld. Doch. Twinkie zahlt, ich hab kein Geld. Also wie immer. Oh, der Maddox wird immer hübscher. Sieht immer mehr aus wie ich. So, von der Maddox. Und eure Sandwiches. Das macht alle. Ja, nehm, nehm. Oh, danke dir. Ich hab ein Händisch. Das nächste Nacht. Lasst euch schmecken. Ich will mein Taschengeld. Ja, nehm. Ja, nehm. Ja, nehm. Ja, nehm. Oh, mein Gott. Da kannst du besser, Maddox, oder? Das kann ich besser. Da muss ich einfach... Ich brauch kurz ne Minute. Ja, pass auf. Hört euch das an. Das geht viel besser. Doch, Peanut, einmal hierbleiben. Das stinkt bestimmt für eine Schuhe. Ne, ich muss einfach durchrödeln. Ich versteck mich in der Twinkie. Das blubbert jetzt schon. Das seh ich. Was ob jetzt der Dietrich Affe. Hätte von mir gelernt. Guck mal, da läuft eine Wurst. Ja, das ist der Fischer. Wie hat er sich operieren lassen? Der war saftig. Boah. Durchfall im Maul. Keiner Durchfall. Der Durchfall im Maul. Also wieder Zuckerwatte gefressen. Was ist mit meinem Taschenkirchen? Jungs, wir fahren alle. Ist ja wie ein Würfelpark hier. Und tschö. Tschö. Und der Zicke. Mein Bom. Ich will einfach mal die Bom-Bom haben. Was? Auf die Bom-Bom. Oh, guck mal. Das ist bestimmt Egon. Wo ist das? Egon? Wer ist Egon? Auf in der Frau Schnee gehört. Egon? Egon. Warte mal. Oh, wir wollen. Ja. Klar. Weißt du, was wir gemacht haben, Opa Wildi? Warte. Den Armreif verkauften Hase Peter für 20.000 Dollar. Jetzt so blöd. Ich hab dem die Tasche verkauft für einen Jugula. Was ist ein Jugula wert? Der will mir 100.000 geben. 160.000. Ehrlich? So viel noch? Lass dir einen Jugula schenken. Guck mal da. Oh, Fischer. Pinky, guck mal. Ein geilen Hotdog. Ja. Er ist frech. Schmeiß den gleich über der Autos. Geh weg. Geh weg. Der ist böse und aggressiv, der Hund. Oh, oh. Was denn? Heute keine Fotos. Why? Oh, my God. Hallo. Ah, wie ist es? Guck mal, was wir machen. Das nenne ich mal ein Konwohl. Oh, er ist die, er ist die hübsche Dame. Und dann der hübsche Herr. Warte mal. Hat jemand von euch Bonbon? Oh, oh. Oh, nein, Ronny. Nein. Ich glaube, die tun im Bindel nix. Nein, nein, die tun im nix. Ja, Bonbon, wie lustig. Das verstehe ich jetzt nicht. Guck mal, der Hund, der wird sich einfach weg. Guck mal raus. Oh, nein. Ich will den überfahren. Oder essen. Oh, Kopfschmerzen. Perfekt. Geht's jetzt? Ja, voll, Yoga. Ja, das war's doch gut mit dem Kunden. Da ist der coole Aufkritt vorbei. Der fährt gegen den Pfosten, also keine Sorge. Fahr mal rückwärts, damit ich den Schlaf auf die Straße stelle. Hey, hallo, Herr Glatze. Auf anfangen bitte, wir proben das gleich nochmal. Oh, du bist gar nicht, Herr Glatze. Was? Alles auf anfangen. Also, wenn ihr genauso von rechts pulscht, dann sehe ich schwarz für euch. Jetzt. Abau. 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 Guck mal, den kleinen Hurtdruck. Ja. Ja, oder den Pullermann. Oder hängt der Kacka. Der sitzt nicht schon wieder da. Wir können das auch. Komm, wir klauen den. Den und? Ja. Da kriegst du ja auch mit dem Kiez. Warum? Der ist vom Kiez. Na und? Wer sind die? Hier ist ja mehr los als bei uns. Was ist denn dem Hund? Oh, 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 oh. Darf ich mal testen? Ja, kein Schräg. Wollte mal gucken. Ja, ich hab heute noch ja nicht gesagt, dass ich ganz doll lieb hab. Vielleicht sein. Danke. Hör mal, wann ist der mit eurem Hund? Der ist hier bei Kodis. Vermisst ihr den zufällig, den Fischer? Komm, wir ziehen mal weiter. Ach, ja, da vorne steht er. Ja, alles klar. Ist okay. Nee, weil der lief jetzt hier so verrückt rum. Deswegen hab ich gedacht, ruf ich dich mal an. Okay, dann war's das. Der lief vertreten uns. Danke. Tschüss. Das sind doch Juggulus, ne? Das sind Juggulus. Juggulus. Ja. Jeder Gangster fährt einen Juggulus? Ja. Also nicht jeder. Also bist du auch ein Gangster? Nein, ich bin kein Gangster. Doch. Wobei. Du fährst einen roten Juggulus. Wobei, warte mal. Da sind jetzt vier, acht, zwölf Leute drin. Da hinten noch einer, das sind 13. Von den 13 Leuten sind zwei Enkelkinder, ein Sohn, ein Schwiegersohn. Ja, also fast die halbe Familie, die da drüben ist. Also ist das deine Familie? Ja. Die Kriminellen? Ja. Also bist du auch ein Krimineller? Nein. Ich halte mich da aus allem raus. Und was machen die so? Ja, die fahren rum. Wohin? Krass. Ja. Wir fahren auch rum? Ja, aber ich glaube nicht so. Ich bin jetzt kriminell. Nicht im Juggeln. Oh, guck mal, der Typ, der ist traurig. Welcher? Der langhaarige Wombleger. Ja, dann geht er nicht schön, wenn der traurig ist. Okay. Oh, oh. Oh, oh, was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hä? Das verstehe ich nicht. Gar nicht. Oh, oh. Hey, Wolli, ich gebe, ich habe einen Tim, der hat mir mal ein Geschenk. Wer? Der Traurige. Geh mal hin und sing mal. Sag mal, weinst du? Oder ist es der Regen, der von meiner Nasenspitze tröpft? Du auch. Dann schenkt er dir was. Entschuldigung. Den haut er gerade ab. Der hat vorhin, der schenkt dir was. Nein, ich will nicht mit dem reden, der ist fremd. Kommen wir an ab, oder? Wo sollen wir hin? Weiß ich nicht. Willst du hier nur rumstehen? Oh, guck mal, wie die fahren. Jetzt haben sie ihren Auftritt. Fahren die hin? In die Hurt. Und dann stellen sie sich in den Kreis. Wahrscheinlich woanders hin, aber egal. Und dann stellen sie sich in den Kreis? Ja. Nicht ganz. Ja, tactical. Was weißt du, was willst du, Möli? Ich weiß von nichts. Ja doch, du warst Anspielungen. Ja, die haben doch ihre Flags im Gesicht gehabt. Was haben die? Ihre Bandanas im Gesicht gehabt. Die hatten Bananen im Gesicht? Bananen in Pyjamas sind lustig. Ja, das heißt, die machen Geschäfte. Dass sie keine Fliegen im Mund bekommen, wenn die auf dem Heimweh fahren. Genau, richtig. Ja, und das machen doch die Motorradfahrer auch. Ja. Was soll mal los? Erzähl uns, du verheimlicht uns. Ich wollte euch nie was verheimlichen. Oh, du lügst, ne? Er lügt. Herrlich? Du Wichser. Wichser. Ja, was soll ich euch sagen? Ich weiß ja selber nicht, was die machen. Wir gehen jetzt suchen. Okay. Komm. Kommt. Komm zur Bomb. Ich will wissen, was die zu treiben. Oder sind die gefährlich? Können gefährlich werden, ja. Die haben Angst vor Twinkie. Ja gut, da hat jeder Angst vor, selbst der Fischer. Wie, der kleine Hund? Der große Polizist. Ach, der große Hund. Ja. Der ist immer irgendwie unfreundlich. Ich brauche die Nummer von dem Polizeistagens Geld schuldet noch. Hä, welch Schulter schenke? Von O'Brien heißt er. O'Brien? Äh, ganz kurz. Ja? 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 Du hast bestimmt auch so ein Leuchteanwand bekommen, oder? Du bist da jetzt nicht ernsthaft rangegangen. Bin ich nicht? So. Nee, ich habe euch nur gezeigt, dass er offen ist. Warum fragst du wegen Leuchteanwand? Brauchst du eins davon? Was willst du noch haben? Ich habe nur das hier. Hattest du denn nicht irgendwie noch eins bekommen, wo du bestellt hast, oder so? Ja, doch. Ein blaues. Aber das hast du nicht mehr. Das habe ich verkauft. Für wie viel? 500. Dollar. 500 Dollar. Ja. Wie für 1500? Warum? Ich will auch einen Leuchteanwand haben. Ich habe zwar eine Tasche bekommen, aber ich will auch einen Leuchteanwand haben. Ach, hast du bekommen eine Tasche? Ja, ich habe eine Tasche bekommen. Umsonst? Ja, als Geschenk quasi. Oh, hier im Burger-Laden. Ja. Ja, hat der Cody doch gesagt eben, dass jeder so und so für die Kunde eine Tasche kriegt. Aha. Ja, der hat uns beschissen, der Cody. Da gehen wir nie wieder essen. Ich schmeiße ihm gleich einen Stein in den Laden. Ich scheiß durch den Briefkasten. Wieso? Ja, sehr gut. Wieso hast du noch eine Armband? Vielleicht. Ich habe gar nichts. So. Wie viel willst du da verhaben? Sag mir was. Ich habe wohl noch Koks. Nee, du bist bestimmt so ein Abziel. Dem vertraue ich nicht. Der will uns beklauen. Der will uns bestimmt melden. Ja. Traue dem nicht. Der Ronny war bei denen am Kofferraum. Ja und? Ja, deswegen kennen die den. Der hat aber nichts geklaut. Oh Mann. Der war auch boh. Simo, die mache ich selber. Also willst du das nicht verkaufen? Nee, ich verkaufe das in Hase, Peter. Bitte? Ich kenne dich doch gar nicht. Dann sagst du bestimmt, gib mir zuerst den Armreifen und dann kriege ich kein Geld. Nö. Du hättest das Geld zuerst bekommen. Ja, 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 ja. Die Taktik kennen wir alle. Dann behalt das ruhig, alles gut. Okay. Warum? Dick nicht so rum. Einmal im Monat ist er die so anstrengend. Sag mal, schreckst du? Hat die jetzt nach dem Ronny geschlagen? Ja. Ja. Der geht zurück aus. Der geht gleich schnell auf mir sitzen. Das war ja auch so, was ich habe. Sagst du? Ach Gott. Suck dir, Motherfucker. Fuck you. Komm, wir haben gar nicht noch. Nee, komm, fahr. Warum? Ja, das sind immer die coolen Kids, die meinen, die müssten dann eine Knarre ziehen. Ja, und? Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich habe keine Knarre mit. Sie schätzen meine Knarre auch. Ja, aber Zäune, sie boxt mich einfach. Der haut den einfach den Pinsel. Ich habe nur gesagt, komm mal in den Kofferraum, ist hoffen. Und habe sie ihnen das gezeigt. Coolen Kids. Aber ich habe gar nichts rausgeholt. Die wollten uns abziehen, wollten wir uns. Und dann hat sie gesagt, mir rutscht gleich die Hand aus. Oh, mein Gott. Wenn der jetzt kommt bei uns und sagt, dich so anhaltende und die bedrohen uns dann, schieße ich aufs Notwerk. Okay. Ja, ich sag's euch. Ja, ist ja richtig. Du aggressiv. Die darfst du nicht einfach zuhauen, nur weil die Mädchen ist? Nö, ich hau nur zurück. Ich wollte gerade sagen, wenn eine Frau schlägt, schlägt sie zurück. Ja, hat er ja. Und dann kam er sofort der White Knight. Er hat seinen Pony angeritten. Oben ohne. Du darfst meine Freundin nicht hauen. Ja, aber wenn die mehr Mann als Frau ist, wenn sie boxt, dann darf ich auch hauen. Wo fahren wir hin? Wir wollten gucken, ne? Ja, entscheide. Die bauen doch da irgendwo. Bist du Hellseher, Quinn? Wer ist Hellseher? Ich wollte dich gerade anrufen. Ach so. Ja, weil ich dir fragen wollte, wie ich dich abhole. Mir ist eingefallen, wie ich dich morgen abhole. Du musst mir nur sagen, wo. Pinsel, hast du Magazine? Ja. Kannst du mir ein, zwei, drei, fünf, zehn gehen? Euch da oben am Haus, am Berg, oder? Nee, die gibt's auch zu kaufen. Aber ich hab kein Geld. Ihr sagt was, mir ist egal. Ich muss schon viel kosten, so ein Ding. Weiß ich nicht. Äh, ich komm dich abholen. Sag mir nur wo. Ich komm dich abholen. Ich bin Willi, ich hab zehn Freundinnen. Okay, am Haus. Weiß ich Bescheid. Bin ich um halb sieben morgen da? Boah, so früh? Ja. Geht ihr aufs Erdbefeld? Nein, die geht nicht aufs Erdbefeld. Doch, geht's wohl. Willi ist ja mal morgens am Erdbefeld. Ja, ja, ja. Okay, dann bin ich um halb sieben oben bei euch. Hol ich dich ab. Na ja. Was soll ich machen? Ja. Ich bin einfach um halb sieben da. Besser zu früh kommen, als zu spät. Wobei, nicht bei allem, aber, ja. Wir könnten mal den O'Brien suchen. Okay, mein Engelchen. Ich freu mich auf morgen. Wie kommen wir denn an seine Nummer? Okay, dann sehen wir uns morgen. Tschüssi. Ah, ich weiß. Pinse, kannst du den Herr Waschmaschinen anrufen? Ja. Und fragen, ob du uns die Nummer von O'Brien gibst? Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Achso, dass ich genau mein Radio mitnehme. Was ist denn hier? Also, wenn ich mal schreie, dann liegt es nicht daran, weil ich was gegen die Hochzeit habe. Achso, und ich wollte sagen, viel Spaß mit deiner letzten Nacht in Freiheit. Oh, Herr Waschmaschinen, was soll ich sagen? Wir brauchen die Nummer von Herrn O'Brien. Hallo, wir wollen uns mal hier treffen. Ohlala, oh Mur. Okay. Wollen wir was besprechen? Da ist ein Auto an, da ist ein Auto anpinseln. Oh, jetzt will ich ein Auto an. Da ist ein Auto an. Komm sofort. Äh, Christe, danke für den Prime von Dritteln und Bomfer, danke für den Wieser vom 31. Bandneue 31, aber was? Und Marcel, danke für den Prime im 19. Wunderschönen guten Abend. Da ist noch mal Munition. Joch, da machst du die Kerle mal Peach. Ein Magazin, 1000 Dollar, Alter. Oh, aber ich habe doch Geld bei. Ich habe doch 4.000 Dollar bei. Ah, da geht's. Ja, 4.000 Dollar für Munition, Alter. Was kostet die Waffe? 30.000 Dollar. Hallo. Hi. Wie bist du da reingekommen? Da bin ich durch die Tür gegangen. Oh. Hast du die Waschmaschine erreicht? Ja. Was sagt der? Mhm. Hm. Schwach fühl ich für die Tür. Darfst du nicht durch, die haben Metalldetektor. Ja. Er hat gesagt, er ist gerade beschäftigt, er meldet sich. Und wie kommen wir jetzt an die Nummer? Er meldet sich. Und jedes Wort wie Tätowiert, ob Ming hat Zungen. Ich bin ne Költsch, ich bin auch nicht so, also nichts gegen dich, aber ich bin nicht so Fan der polnischen Sprache. Ich verstehe das immer nicht, dieses Kritz, die Tragedie und sowas. Aber der Refrain, der ist einfach, der geht, oh, 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 jee, oh, oh. Wollt ihr mitsingen? Du beschwingt noch den Text gar nicht. Ja. Du solltest dir mal ein bisschen O-T-T-O-S-I-A-N-E. Ja. Du Flechsch, du Flechsch. Vielleicht lässt es einfach sein, für heute. Was hast du gegen O-T-T-O-S-I-A-N-E, du? Nee, ich meine nur von dem Gräschchen. Ich habe gerade mein ganzes Taschengeld ausgeben. Ja, ich habe meinen Finger, du Penner. Du musst mein Taschengeld ausgeben. Ja, du musst mein... Das macht mich toll. Für Munition. Oh, Willi. Ja. Wie brauchst du denn du Munition? Ja, um uns zu beschützen. Guck mal, ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass ihr so ein Panoramadach habt. Voll romantisch. Ja. Du weißt schon, dass du bei mir einen Antrag stellen kannst und das dann von deinem Taschengeld absetzen kannst? Was? Na, sowas wie Munition. Nein, das wusste ich nicht. Sollen wir den O-Brain suchen da? Okay. Aber der ist bestimmt auch mit da drin, oder? Wo? Hast du die Nummer von Washington? Sonst rufen wir den mal an. Der kennt den bestimmt. Hab ich doch gerade. Und? Geht nicht dran. Der ist schwer beschäftigt. Wer? Die fragen hier nach. Ja, aber nicht lange. Aber schnell. Ja. Schnell. Wie geht denn jetzt rein? Hallo, habt ihr die Nummer von O-Brain? Nein, okay, tschüss. Okay. Die geben die bestimmt eh nicht raus. Willi, weg vom Auto. Willi. Bist du irre? Alle wären zum Dieb. Wie, das war anders. Du hast ja im Griff geschoben. Vor der Polizei. Ja. Nicht mal ich bin so dumm. Oh, warte doch mal. Ja, lauf doch mal schneller. Ja, ich kann nicht schneller. Oh. Boah. Was ist denn heute? Los hier. Ich kann den Dieter anrufen. Ja, ruf den doch mal an. Man darf hier nicht hören. Geht nicht dran. Ja, dann und... Ja. Sonst kam... Doch, ich hab Gargamel noch, aber... Mit dem hab ich nur einmal gesprochen. Wer ist denn Gargamel? Officer Gargamel. Ich gar nicht. Der hat unsere Anzeige aufgenommen. Der hat uns... Ja. Weißt du, wer da ist? Wer? Der ist der gute Arzt mit der Vakuumsmatratze. Der ist arbeitslos. Warum? Weil der einzige Gute war. Wurde er gefeuert? Meine Ahnung. Ja, und was machen wir jetzt? Kennt noch jemand vielleicht die Nummer? Du hast doch Kontakte, Willi. Ja, ich könnte jetzt in Washington, aber ich glaube nicht, dass der mir die Nummer gibt. Den hab ich ja gerade schon gefragt. Äh, welchen? Ja, den von der Bom-Bom. Der hat doch nicht die Nummer von einem Polizisten. Ja, warum denn nicht? Hallo. Hallo, Willi. Hey, du bist doch der Arzt. Nee, nix mehr. Wurde du gefeuert? Nein, ich hab gekündigt. Warum? Es sind viele Vakuummatthatschen. Es sind alle sterben, da gibt's keinen vielen Ärzten mehr. Nee, das Problem war das, die haben oben das Paletto ja quasi aus Teambildingsmaßnahmen nach unten gelegt, alles, ins Buildbox. Und da hätte das dann alles nix mehr, also sagen wir so, ich dürfte dann dort neu anfangen. Da oben war ich Instruktor, Ausbilder quasi. Du warst ein Traktor? Ja, ich war IMT, quasi Notfallsanitäter Ausbilder. Also ich hab dann schon mein Wissen weitergegeben. Im Team, im Team? I-T-I-M-T. Nach Hause, im Team. Du warst mit dem ganzen Team, im Team? Ja, nein. Dann kann ich wundern, dass du gefeuert wurdest. Nein, war ich nicht. Du altes Ferkel. War ich nicht. Die werden in Sachen reingeschoben. Ja. Ich will gleich wissen, was du reingeschoben hast. Ich hab nirgends wo was reingeschoben. Oh Gott. Und wenn nur auf Wunsch. Oh. Aber jedenfalls bin ich jetzt wieder freischaffender Künstler quasi. Also nix mehr mit MD. Schade eigentlich. Aber ja. Müsst halt aufpassen, dass euch nicht so viel passiert. Aber es gibt fähige Kollegen, die das auch machen können. Ja, war gut. Und so, Ronny, packe ich dich nicht mehr ein in die Vakuummatratze. Ja. Und jetzt, was machen Sie jetzt? Ja, keine Ahnung. Gehen Sie zur Polizei? Nein. Nein. Werden Sie doch Taxifahrer? Nee, der HCP, der nimmt nur Dummer. Stimmt. Da müssen Sie vorher aufholfen. Ja, wie schaut denn das aus beim Taxi eigentlich? Was, was, sagen wir so, wie, wie ist das? Wenn ihr nicht arbeitet, kriegt ihr dann Geld? Nein, oder? Nein. Das heißt, und wenn ihr arbeitet, dürft ihr... Trinkgeld. Okay, alles, was trinkt Geld ist quasi. Man kriegt aber viel Trinkgeld, wenn man gut fährt. Ja. Aber wenn du Päsch hast, dann hat jemand die Leichtschule, der nix abgibt. Und dann kannst du nicht fahren. Der Holländer zum Beispiel. Das heißt, der fährt dann alles selber. Ja, genau. Ja. Und dann ist er langweilig. Und dann darfst du nebenbei quasi was arbeiten gehen, oder? Ja. Das darfst du immer. Aber musst halt trotzdem rufbereit sein quasi, oder sowas. Zum Beispiel jetzt sind, warte, laut dem Ding, sind jetzt vier im Nils und keiner hat die Leitstelle. Und das sind wir vier. Wenn keiner die Leitstelle hat, dann ist ja scheiße, wie rufe ich dann ein Taxi an. Außer ich habe eure Privatnummer. Gar nicht. Ja, gar nicht. Das heißt, Taxi ist heute zu. Wieso nimmt keiner die Leitstelle? Weil wir gerade hier stehen, die einzelnen Taxifahrer. Ja, ist wie beim Friseur, der hat montags auch so. Sagt einfach niemand. Ja, mir ist einfach nur langweilig. Ich sage es, wie es ist. Und es mangelt auch an Alternativen hier. Weißt du was? Willst du mal an Taxifahrer fahren? Das Thema habe ich, meine ich, irgendwie mal heute schon mal gehört. Zum Kops mag ich nicht. Bei den Medics war ich. Kannst du schon mal auf Taxifahrer fahren? Das stimmt doch gar nicht. Ich kenne genug, die super nett sind und auch irgendwo unterwegs sind, sagen wir mal so. Und ja, öfter für irgendwelche Leute arbeiten. Wie heißt du nochmal? Es gibt keinen Netten. Ich heiße Luzi. L-U-Z-I. Ah ja, stimmt. Oh, da will ich Luzi ab. Luzi, da ist sie. Luzi Vaku. Machen Sie sich doch selbstständig. Du hast mich mit Luzi Vakuomatratze eingespeichert, weil ich mich auf Vakuomatratze gelegt habe. Richtig. Warum machen Sie sich nicht selbstständig? Ja, das geht ja nicht. Warum nicht? Ja, das ist alles so. Wie ist so übergangsweise Montagsjahrweiden? Boah, was ist das denn für Scheiße? Oh, danke. Dankeschön. So, so quasi, äh, weißt du, das ist so, äh, ich weiß nicht, wo es hingehen wird, aber schauen wir mal. Was für Alternativen wären denn gut? Marschel? Na. Arnold? Nein, ich will die ganze Aktenschreiberei, ist ja auch alles shit. Da hinten nach musst du dann noch, das war ja beim, bei dem Medik schon fürchterlich. Was glaubst du, dass ich da alles schreiben musste, wenn ich da einen Patienten behandelt hab? Dann bleibt nur, ähm, im Restaurant. Also, dass die Leute dahingehend bringen, dass die ihr Geld verzocken, da kann ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ja, wieso? Klar, die sind doch selber schuld. Das ist ja genau, wenn du Drogen verkaufst. Ich hol den Kofferräumen leer, jetzt mach ich dir lächerlich. Ich hab sozusagen kein Einkommen, ich muss alles abgeben. Ja. Du, es geht mir auch nicht mehr unbedingt um die Kohle, ich bin finanziell gut aufgestellt. Kannst du mir 1.000 Dollar leihen? Kannst du mir auch. 1.000 Dollar? Irgendwie. Die kann ich dir nicht leihen, die schenke ich dir. Ja, das kommt dann aber super zu mir. Ich möchte auch keine 1.000 Dollar. Nee, aber wie gesagt, also das ist kein Problem. Ich hab grad vorher einen, der gesagt hat, er ist erst 2 Wochen da, hab ich ihm meinen, was hab ich da insoliert gehabt, den Drift-Dumper, den hab ich ihm 80.000 gegeben. Ich bin erst seit 2 Wochen da. Ronny, das, das glaubst du selber nicht. Also suchen Sie geistliche Förderung. Also ich, ich kenn dich schon länger mittlerweile seit 2 Wochen. Ich bin etwas länger als 2 Wochen da, kann ich einen Dumper? Du bist ein Dumper. Was ist denn ein Dumper? Ich hab' einen Chef. Boat, Boat, Dosen. Also pass mal auf, du kannst im Restaurant fangen oder beim Taxi oder du bleibst immer auf der Straße. Oder ich arbeite mal da und dann mal da und schau, ob ich da irgendwie sowas krieg, dass mich da mal wer brauchen kann und dort dann mal, also sowas wär am geilsten. Wer hat doch Auftragsmölder? Ja, aber Taxi? Ja, das, das, da würde ich mich auch irgendwie sehen, sag ich einmal so. Auftragsmölder? Ja. Nein, der Mann ist ja kriminell. Du warst schon Arzt. Ja, sag mal so, ich weiß auch an welchen Stellen ich ansetzen muss, dass das Leben sich verabschiedet quasi. Nee, nee. Mach ich eh auch nicht. Warten die Sprenger bett nicht vor der Brücke? Nein, definitiv nicht. Absolut nicht. Außerdem, ich habe noch immer eine komplett schneeweiße Weste. Das ist ja auch so ein Thema. Ja. Haben Sie noch nie falsch geparkt? Bei den Coppers, sag ich, ich habe noch nichts. Ich habe nur einmal falsch geparkt hier. Am Indus sind sie nicht draufgekommen. Oder ich habe mich nicht erwischen lassen bei manchen Sachen. Was haben Sie denn so für Fähigkeiten? Können Sie einen Handstand? Weiß ich nicht. Müsste ich hinkriegen normalerweise noch. Aber werde ich hier nicht vorführen. Wie alt bist du? Ja, ich bin schon ein alter Sack. Bist du Single? Ich bin Single, aber in Europa nicht. In Europa bin ich verheiratet. Ah, also sind Sie ein Schaumschläger, ein Heiratsschwändler. Nein. Wir haben Sie doch Action-News, Reporter für Weasel-News. Die suchen noch Leute. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du hast gedacht, du willst immer woanders sein. Bisschen hier, ein bisschen nach. Da bist du live an Action dabei. Richtig, oder Taxi. Gestern wurde mir die PMU nahegelegt. Was ist das? Das ist diese Medizineinheit von der Polizei. Police Medical Unit. Das klingt doch auch spannend. Ja, ja. Zuerst schießt du die Leute um und nachher hilfst du ihnen dann wieder auf. Das sollen ja deine Kollegen dann machen. Die schießen die um und du hebst sie dann wieder auf. Nein, nein, du schießt auch als PMU. Ach so? Ja, PMU, das Motto, zuerst Schrot und dann Jod. Auch nicht schlecht. Erst den Fuß, dann den Hand, dann gibt's Kochsatzlösung, dann Verband. Hast du die Nummer von Au-Buyen? Stimmt. Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Lusi. Hast du? O'Brien? Lutz, 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 Lutz. O'Brien? Ja. Sagt mir gar nichts. Wer ist O'Brien? Das ist ein Polizeibar. Das ist Heimann. Okay. Was kann der? Geld schulden. Aha. Der schuldet euch Geld, oder was? Ja. Ja. Mich hat sie gewundert, ich bin reingegangen. Bist du schon auch Fragsmörder, oder können wir dich jetzt... Nee, bin ich noch nicht. Muss ich erst beim Gewerbeamt noch anmelden. Also wegen den Steuern und so. Muss ich alles verfeuern. Nee, wir hätten ein Target. Toll, wir wollten nicht lange hierbleiben, jetzt stehen wir schon wieder im Kreis. Das Problem ist das, ich bin da reingegangen heute ins BD und auf einmal kam die Meldung auf mein Handy, wo gestanden ist, ja, das BD empfängt auf einmal keinen Publikumsverkehr. Wir haben mir gedacht, sehr freundlich, wenn man da reingeht und die haben das raus. Da frisst irgendwo geht was ab, wir werden das jetzt suchen. Ja, komm. Das mach ich auch immer wieder, wenn man langweilig ist. Ja, dann gehen Sie zur Weasel News, werden Sie Reporter. Guten Tag, Schiruffhase bitte an. Schönen Namen noch, Mr. Metziner. Ich, ich wünsche euch was. Ja, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Er könnte wissen, wo die schon wieder sind. Nur wo kein Wisch. Ihr wird bestimmt wieder eine Bank überfallen oder so. Und schön gesund bleiben alle. Na klar, ich hätte viele Bürger. Da kommt ein Auto. Und, was will ich machen? Hallo, Herr O'Brien. Nichts, O'Brien, lauf weiter. Das ist kein Fahrtenstehplatz hier. Los, Attacke. Das ist aber auch kein Drängelplatz hier. Komm, Pia, das schaffst du. Ich schiebe durch. Ich schiebe durch. Habt ihr die Nummer von O'Brien? Nee. Bitte? Nee. Komm schon. Wirklich nicht, die sind von der CTF. Ich hab die Nummer nicht. Sag mal Deutsch-Funken sonst. Guten Appetit. Der funkt doch gar nicht. Der weiß doch gar nicht, wie das geht. Der kann nicht mal Autofahren. Runter vom Autopinsel. Fahren wir jetzt zum Haus? Hat der einer meine Tür schließen? Was willst du schon mit schlafen gehen? Ja, ich glaub schon. Ich kann nicht zum Haus fahren. Ja, was wollt ihr denn noch machen? Ja, gucken, was abgeht. Ja, dann bleib ich noch ein paar Minuten. Wir wollten noch beim Bonbon gucken. Da ist doch ein Großeinsatz irgendwo. Siehst du, wenn wir Newsreporter, wüssten wir das. Oh, das geht bestimmt ne Party. Oh, Party. Pinky ist müde. Ich bin nicht müde. Irgendein hat gegeben. Winnie war das. Ich hab nicht gegeben. Aber Winnie. Das kenn ich. Weil ja Ronny mich angesteckt hat. Pinky hast du ihm gegeben? Nein. Hier Ronny, hier. Oh, ich achke. An deine Stirn. Was hältst du meine Stirn? Hier, an deine Stirn. Warte denn. An deine Stirn hier. Willi, ich hab mal ne Frage. Stell dir mal vor, auf deiner Stirn wächst ein Pimmel. Ja. Wie willst du sehen, wie lang der ist? Ja, wenn der runterhängt, dann langsam, oder? Nee, geht nicht. Du hast die Eiervernahung. Gott. Hahaha. Ich find ein bisschen. Und ich mein Bomber. Warum war der denn da? Gucken. Burma. Du hast vorhin gesagt, die machen was. Du bist bestimmt nicht da. Nein, du schau grad aus. Fahrt aus. Die sitzen wieder auf dem Täch an. Nicht? Machen die da. Warten. Fahr mal, die nächste Möglichkeit rechts. Nee, hier nicht. Hier? Ja, doch hier. Und dann direkt wieder links. Ja, und da die nächste rechts, das ist die Straße. Nee, da ist wel ja nicht reinfallen. Ja, fahr doch mal vorbei. Ja, die sind nicht da. Keiner da. Ja. Ja. I risked my time, I got nothing to do. I'm hanging around, but I'm waiting for you. But nothing ever happened. And I wonder. Driving my car. I wonder why. Der Ronny, der hat ein super Kleid. Für Chummy Sonntag heute. Ja. Ja, richtig. Ja, was sollen wir machen? Richtig. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin seit Tagen ein bisschen ratlos. Weil, man kriegt doch irgendwie nichts mit. Wenn nichts geht? Oh, nee, ich sage das jetzt besser nicht. Aber fällt. Ja, fahr mal vorbei. Guck mal, wie viele LKWs da stehen. Das musst du dir mal angucken. Hier sind viele Menschen. Ist ja nicht die Alte, der da aufs Maul gehauen ist, Ronny. Wo ist denn die? Da, ne, doch nicht. War der Biggie, oder? Okay, gehen wir mal gucken. Da, rechts, 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 rechts. Oh, boy. Meinst du, der ist da? Geh mal hin. Da ist der. Fahr mal vor. Ruf doch mal. Aber die... Oh, oh. Oh, der kommt auf uns zu dran. Oh, Gott, weg. Herr Ronny, bitte einmal einsteigen und weiterfahren. Ist der O'Brien da? Der O'Brien, ist der da? Alle drei Personen jetzt hier einmal einsteigen und weiterfahren. Kann ich hier durchfahren, oder? Ja. Ja, ja, wir können so weiterfahren. Hallo. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott. Die drei Personen nehmen sie einmal die Hände nach unten und steigen sie wieder in die Wecke rein. Hilfe! Aber wir müssen... Ist der O'Brien da? Nein, der ist nicht da. Einfach einsteigen, weiterfahren. Hallo, Peanuts. Oh mein Gott. Ihr könnt die Hände auch nicht. Was geht ab, du? Starker Raucher. Muss ich jetzt auch rauskommen? Nein, einfach einsteigen, weiterfahren. Okay, ist... Wir suchen den O'Brien. Er ist nicht da. Wir suchen aber den O'Brien. Er ist aktuell nicht da. Wo ist der? Der schläft. Der schuldet mir Geld, der Sausack. Wieso? Für die Drogen auf der Insel. Das ist legal da. Ihr kennt mir nix. Ich hab auch welche. Ich hab auch welche. Scheiß. Ich war auch stark. Wir sind doch schon gerettet. Was ist mir los? Der wollte euch retten. Wer? Kurt. Wie, wollt ihr jetzt mit dem Bus da reinfahren, oder was? Ich hab keine Ahnung, was ich planen war, um ehrlich zu sein. Super Typ. Ich wollte euch gerade retten, komm. Danke. Wer war denn in Gefahr von uns? Ehrenmann. Weiß ich auch nicht. Ich dachte, wenn wir so schauspielern, dann kommt der O'Brien. Wie geht's euch? Schrei nicht so. Aber warum nicht? Äh, wir hätten die Wale. Was geht? Äh, Micky, du bist ja jetzt nicht logisch da reingefahren, oder? Ich wollte euch helfen. Okay. Geil. Ehrenmann. Wann kriegen wir nicht mal Prozent bei euch? Dann kommen wir bei euch hin. Ja, okay. Ich krieg fünf Prozent. Geh mal fünfzig, Micky Maus. Fünfzig? Ja. Ronny, hast du besorgen? Nein, warum? Der ist von Natur aus so. Achso. Oh. Machen wir... Fünfzehn. Warum sollten wir euch überhaupt Prozente geben? Weil wir super Kunden sind. Wir kommen jeden Tag. Ja. Wir sind doch gar nicht McDonald's. Wie seid ihr denn super Kunden bei uns? Aber ich brauche jeden Tag einen Unfall. Ich schwöre es. Ja, das stimmt wirklich. Hey. Ich will noch was essen eigentlich gerade. Langfingfangen raus aus meinem Kofferraum. Was langfingfangen? Aber der Ronny... Komm da auf, sonst schneid ich dir die Haare, du. Was? Ja. Von nachher. Micky Pina, bitte. Finger weg. Also 25 Prozent. Du, das kriegen wir hin, wenn ihr seid Stammkunden oder so. Und ihr macht das an, wir können ja anfangen mal mit 10... Wir können ja mal anfangen mit 10 Prozent. Und wenn ihr denn öfters kommt, machen wir 15. Das ist unser Tor, ja. Boah, ich hab gedacht, das ist wirklich schon... Dann bist du 25. Nein, wir fangen mit 10 Prozent an. Und wenn ihr denn öfters kommt, machen wir 15, okay? Und wenn wir dann immer noch öfter kommen... Dann, mein guter Freund, sag mir, warum wir hierher kommen sollen, wenn wir da hinten 15 Prozent bekommen. Wo kriegt ihr 15 Prozent? Unten am Flughafen. Ja, aber da müsst ihr nicht... Aber da müsst ihr immer so weit runterfahren. Und außerdem müsst ihr euch da mit Hans-Peter nachhalten. Aber das ist schon der Taxi-Shirt. Machst du den Hans-Peter nicht? Doch, ich liebe ihn. Aber er ist trotzdem scheiße. Oh, der ist ja nur am Telefon. Nein, ich möchte ihn nicht umbringen. Das ist ein guter Freund von mir. Pass auf. Dann möchte ich... Aber weißt du was? Ich bin tatsächlich mal so ehrlich. Ich möchte denen gar keine Konkurrenz machen. Ich möchte auch jetzt nicht die Kunden wegnehmen. So fair bin ich. Wir sind aber nur... Ich will denen nicht die Kunden wegnehmen. Ich will denen nicht. Nimm ihnen Cheeseburger aus den Ohren. Ich will denen nicht die Kunden wegnehmen. Du wirst im Leben da hin mit Cheeseburger, oder? Oh mein Gott. Du solltest kein Geschäft führen. Ich liebe deine Stimme, aber kannst du bitte nicht so rumschreien? Hans-Mal! Dann fragst du dich gleich weg! Was? Schreien die alle so hier in der Werkstatt? Ach du Scheiße, aber ich glaube, die arbeiten schneller. Gib Gürs, die sind verrückt. Heute Abend gehen wir hier die Mopeds umfahren. Hol den Bagger. Ich will nicht zahlen, oder? Bist du aber lange unterwegs, ne? Aber der Abend ist schon rum. Was? Wir haben jetzt Nacht eigentlich. Ja, wir haben halb acht, genau. Nacht. Ja, halb acht. Wir haben zehn nach elf. Wir haben zehn nach elf. Öliff. Komm, wir sind voll zehn, wir haben gar nichts getan. Wir haben nichts getan. Ja, okay. Ich wüsste, was wir heute machen. Was denn? Sollen wir einen Schlafsack holen und wir schlafen alle draußen auf der Wiese? Boah, ist das so eine Scheiße, die? Aber Camper ist eine Scheiße. Wieso? Wir wollten nach oben fahren, ne? Ah ja, zum Erdbefeld, genau. Da ist nämlich... Das wird bestimmt super interessant. Warte, warte, warte. Ach dann. Warum ich nach Hause? Echt? Ja. Nö. Ey, was soll denn? Nö, du kommst jetzt nur mit aufs Erdbefeld. Oh, ich mag keine Powerriegel. Oh, Mann. Die sind aber gesund für dich. Mein Schatzepups. Du hast jetzt Spaß. Genau. Teil des Schiff, Teil des Zins. Spaß. Hatte ich Spaß mit? Hatte ich nicht genug Spaß? Ja, 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 wow. Spaß mit Klang und Kinn und Kroff in den Mauer. Krinnt und Freude. Dann bring doch mal was ein, Twinkie. Was können wir denn machen? Wir können mal wieder arbeiten gehen. Das wäre mal eine Maßnahme. Was? Bingo spielen. Bingo spielen. Ein Junge hatte einen und Bingo war sein Name. Ich muss ehrlich zugeben. Halt die Klappe jetzt da hinten. Und Bingo war sein Name. Noch vor ein paar Wochen war die Stadt viel interessanter. Was bin ich? Irgendwie verändert sich eben alles. Wird kein Fußball, ne? Hier, Ronny. Ja, aber auf meine Ideen hörst du nie. Welche Ideen denn? Du sagst doch keine Ideen. Wo räumt man das Auto leer? Ja, ja, ist klar. Ja, aber wir können doch nicht auf der Langeweite heraus kriminell werden. Warum kriminell? Weil du dann im Gefängnis landest. Nein, wir sind für eine gute Tage. Rechne ich hart. Ob wir mal ins Gefängnis fahren dürfen und da die Gefangenen besuchen und so gucken? Meinst du, das darf man? Ich glaube, die beglotzen dürfen. Weiß ich ja nicht. Ist doch... Ich ist ja nicht in den Schoen. Die Assi ist doch immer auf der Straße, als ob die in den Knast kommen. Oh. Aber ich geh... Oh, hier. Oh, Brian? Da wird schon wieder ein Job überfallen, wenn... Die Leute haben hier keine anderen Hobbys, oder? Nee. Da wird auch irgendwie gefühlt alles, was du hier machen kannst. Ich sag nichts mehr. Ja, besser ist... Du musst ja links. Nein, aber wenn man das mal wirklich betrachtet... Ja. Nein. Nee, aber die Shops werden... Da diese Läden, diese Tankstellen und alles werden schon sehr oft überfallen. Ja. Ja, die sind hier so 150 Pulsisten. Im Dienst. Wir wollten noch gucken wegen Wetzel News, ne? Hast du die Nummer noch, will die? Äh, von wem? Was wollt ihr denn gucken? Nee, ich glaub ich hab ich... Guck mal, ich hab gestern drüber nachgedacht. Wir unterhalten uns das. Real Talk. Ja, okay. Ich hab ja gestern schon bei dieser Phone nachgefragt, ne? Wegen so News Reporter. Ja. Und vielleicht wär das auch was für uns. Wollt ihr beim Taxi aufhören? Nö. Nebenjob. Okay, ja, das ist gut. So, Twinkie wär so Reporterin, ich wär Kameramann und Pinsel wär für die Action-Reports zuständig. Okay. Aber damit du überhaupt was mitbekommst, wo Action ist, musst du... Wir sind ja in Amerika, ne? Ja. Da musst du den Polizeifunk abhören mit. Ah, verstehe. Und das werden die niemals erlauben. Aber... Also kannst du das schon wieder vergessen. Das ist ja kein Problem, weil ich kann sowas besorgen. Polizeifunk. Ja, Funke rein. Ja, aber das ist doch wieder schon wieder illegal. Ja, gut, aber muss ja keiner wissen, ne? Guck mal hier, da geht's los. Was geht denn hier los, Alter? Ja, sag ich doch. Ihr müsst euch das mal angucken. Fahr mal hinten rum. Guck mal da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Guck mal da, diese riesige Traube von Menschen. Als wär hier ein Raze. Als wär hier ein Raze. Bitte verweite hier Richtung. Ach ja, nur noch die Blinke. Vielleicht kann man hier einen Mewtwo fangen. Und was? Was will die fangen? Die will einen Mewtwo fangen. Und er denkt, hier ist Pokémon Go. Hier ist Pokémon Go. Ich komme die ganze Zeit. Oh Gott, pack das Ding mal an die Seite. Es ist verrückt hier, oder? Guck dir das mal an, ey. Komm, wir gehen nochmal ein. Es ist nur ein Spiel. Warum musst du dich schuldig? Nein. Ich heiße Eise, weil ich Ebola bin hier. Mich seht, ne? Also kann ich noch in die Gruppe, oder ist es voll? Wer hat denn das Gym hier? Bist im Recall auf jeden Fall. Echtes Team. Ihr könnt doch auf der anderen Seite stehen. Da ist doch Platz im Kreis. Alter, wer hat denn so die Stimme? Nein, wir sind hier in den Pikamons. Ja, Muttu. Oh, da vorne ist ein... Da vorne ist ein Huchenzon. Oh! Hier. Der hat 100 EV. Boah. Wow. Der ist selten. Oh Mann. Boah, ich hab den in Shiny. Du musst... Der hat scheiße in meinen Winkel. Du musst den Ball drin schon fangen. Ach so, zeig mal wie. Curveball? Ja, und dann... Fang du mal für mich. Auf Exzellent. Perfekt. Komm, bleib drin. Ey, der mit der einen coolen Stimme kann ich mich schon. Bleib drin, du Drecksau! Boah, du musst ihn fangen. Der ist abgehauen. Du musst fangen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Scheiße, mein Spoofer war noch an. Boah, scheiße, mein Akkuschle. Ich hab keine Ahnung, wovon ich spreche. Kennst du nicht Pikamon Go? Ne. Kennst du keinen Pikamons? Ne, doch. Hab ich mal gehört, aber... Boah, du bist einfach alt. Gotta catch him, Mann. Kennst du nicht Ash Ketchup? Ash Ketchup doch. Ja. Okay, die haben gesagt, die sind nie für den YouTube-Rate hier. Dann lass uns abhauen. Auf meine Weißwurst. Weißwurst. Wuscht. Warum haben die denn so komisch reagiert? Haben die noch nie mit anderen Menschen Kontakt gehabt? Hä? Nee. Guck mal, wie sie da hängen. Und wir waren auch hier Pinsel. Ja. Da hängt sogar ein Gangster-Heim dann. Es war traurig. Oh, oh. Wieder, Ronny? Hä? Und wieder? Was? Oh, Mann. Was ist mit dem? Ja, ich weiß genau, was du vorhattst. Du kleine Ratte. Hast du Glück gehabt, dass ich heiße schien? Ich hätte ich herausgeserrt. Ja. Riech mal. Riech nach krank genossen. Mein Gott, Alter. Ich hätte diesen alle nicht angemeldet. Die haben alle keinen Arbeitsvertrag da. Das machen die illegale Erbeflünderung. Was denn hier für ein Feld? Ach nee, hier wurde Klingo. Kommen wir nochmal drauf zurück. Das wäre ja dann wieder illegal. Was? Ja, mit dem Radio-Ding. Also, ja. Ja, aber so könntet ihr abhören, ne? Ja, aber das muss ja legal sein. Hey! Fringy! Du springst nicht hier raus! Oh Gott! Oh mein Gott! Fahren kann er, ne? Genau, fahr mal in den Norden. Was hast du denn? Was hast denn du schon, Wilder? Weil, ich muss... Ja? Ich wusste, dass die Stadt stört, wenn die Tür öffnet. Lass es sein! Du Arschkrampf! Ich war das nicht. Also fällt das schon wieder weg, Newsreporter. Hör auf! Ich war das nicht. Oh nee, hör auf! Ich hab nichts damit zu tun. Lass es sein, du Penner! Willst du nicht rausfallen? Lass es sein! Aber... Ist doch einfach, wie stößt du die Regelung drin. Lass es sein! Hm. Ich glaub, wir müssen ein eigenes Unternehmen gründen. Ich glaub, wir müssen jetzt für etwas. Ach, du bist auch schon müde. Was willst du denn für ein Unternehmen gründen? Weiß ich nicht, was Innovatives. Wow. Oh, jetzt Tau-Schule. Tau-Schule? Ich kann nicht tauchen. Ich bin keine Luft. Ich hab... Ich hab... Ich hab hier mal... 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 Ich hab hier mal in Eisenhower Industries gearbeitet, aber keiner baut's mit mir auf. Was ist denn das? Ja, dann könnten wir eigentlich machen, aber dann brauchen wir auch den... Wie hieß der nochmal? Leeroy. Ja, genau. Wessen Leeroy? Der Chef. Was ist denn Eisenhower Industries? Eine Industrie von Eisenhower Industries. Ja, was soll das sein? Na, wir machen... Wir bieten verschiedene Sachen an. Jetzt... Warum muss ich dir alles aus der Nase raus topeln? Du Schwein. Ich hab Teufel mit deinen Finger drin steh. Sag doch mal, was du meinst damit. Was muss man da... Was bietet der an, die Firma? Zum Beispiel, wir privatisieren. Also, was anderen gehört... Die machen wir so langsam. Hier ist ein big, big Unfall passiert. Guck die nicht, also lutsch mal die Pelle. Ach so, ich will nicht schon mal die Bäume wegräumen, nicht, dass der Erdweh da auch noch reinkriegt. Ist der tot? Ja, alle sind tot. Braucht ihr Hilfe? Wie tot ist der? Was ist hier los? Das war schon mit Gabel. Sie sind Verbrecher. Ihr seid Verbrecher. Es ist einell shoulder Bier. Macht ihr gerne einen Party, wenn euer Freund stirbt? Mach Musik! Doch an dir, guck mal, da steht... Oh, ist eine Frau! Wollt ihr mit uns Party machen? Nein. Warum? Nichts gegen's. Nein. Arschloch. Arschloch. Hat der Arschloch gesagt? Oh, die rennt zum Auto. Sollen wir den überfahren? Gib dem neuen mit. Er ist kein Bergtiger. Also Eisenhower Industries. Die privatisieren Sachen. Ja, das heißt, du pullerst drauf. Dann ist deins. Ach komm, du willst mich doch schon wieder trollen. Nein. Das ist wirklich so. Ich geh die Pinkeln auf Sachen. Ich hab den Chef schon kennengelernt. Wir hatten auch schon eine Zentrale. Wir pullern aufs Zeug. Und dann gehörst du uns. Privatisieren. Gib ihm doch einfach den. Ach man, der will mich doch wieder verarschen. Oh man. Willi, hast du den Zeiger? Man pinkelt mich auf Sachen. Ich glaub, ich hab den nicht mehr. Du hast den noch, oder? Hm. Ja, weil den... Lass uns eine Feuerwehr aufmachen. Weiß ich jetzt nicht wo. Okay, meine Ideen werden wieder nicht angenommen. Feuerwehr? Bino, Bino. Hattest du mal was brennen gesehen? Ja. Ja. Hans-Peter. Beim Derby. An der Rennbahn. Dann sind wir in der Hasenpäderwehr. Ja, Hans-Hasenpäderwehr. Wie wär's denn mit einer Fahrschule? Twingi könnte ausbilden, wie man passt. Oh, das würde ich, ja. Und wir wären alle Fahrlehrer. Weil wir sind ja Taxi erprobt. Das würde passen. Aber ich hab keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Ach, dann kriegen wir schon hin. Drin, das ist so links. Stopp. Stopp. Und dann waren schon. Ja. Ja. Und vielleicht noch... Können wir noch Fahrschulde aufmachen? Wie, aber dann brauchst du mir auch einen coolen Namen. Hm. Schule fürs Fahren. Ich wüsste... Naja, ich weiß nicht, ob das zu viel wäre. Was denn? Weißt du ja gestern was von der... Du grüßt Autoclub? Ich grüßt Autoclub. Ich dachte eigentlich so an... Naja, warte mal. Warte mal. Ja, kommt da jetzt noch was? Oder warst du das schon? Ich weiß nicht. Äh, besser nicht. Seit wann war'n das da? Mit Häuschen? Das ist ein Checkpoint Charlie. Also seit wann? Das haben die schon für Wochen gebaut. Oh. Wie verdienst du denn dein Geld, Willi? Wir haben ein Taxi. Oder sagen wir es so, was fehlt mir? Was fehlt mir fehlt? Was mir fehlt, ist Abwechslung. Ein Junge ist knackig. Wobei... Ja, das... Das kriege ich. Das ist kein Problem. Ihr Freund hat schon wieder ein neues Restaurant aufgemacht. Oh, ich muss euch was zeigen, wo wir gerade hier sind. Pass auf, fahr mal die nächste... Ich zeig euch mal, wo mein Enkelin wohnt. Die Q. Die hat voll schönes Haus. Fahr mal hier links hoch, die Straße. Wo? Ja, hier links, die Straße hoch. Oh, ich wüsste was. Hukulu Drive School. Oh, Hukulu Drive School. Ja. Ich kann echt gut fahren, ne? Ja. Wir könnten Fluchtfahrer ausbilden. Und der... War verpäcklich vor der Straße, du Arschloch! Und du auch! Das habe ich schon mal erlebt. Ich bin echt nie attraktiv im Verkehr. Ja. Äh... Hier links rein. Ich wollte mal... Stopp. Ich wollte mein Baby Driver werden. Nee, das... Ist das Tor auch? Ja, ja, fahr. Vorsichtig. Geht auf. Oh, eine schöne Lack. Hier wohnt eine, deine Flammen. Nein, hier wohnt die Q. Meine Enkelin. Meine Mutter. Ja, Ronnys Mutter. So, park mal hier. Mach mal aus. Ja, danke. Das ist nicht schlimm. Das ist das Auto vom Ex-Freund. Komm, wir gucken uns mal die Aussicht ein. Das ist total schön, jo. Twinkie bleibt sitzen. Das ist doch vom Opa Wildi von Q. Ja, ich kenne doch hier. Ich kann... Komm. Oh, oh. Die Kops kommen. Schnell weg hier. Ich dachte, du kennst sie, du Arsch. Oh. Wo seid ihr? Hallo, wo seid ihr, Freunde? Mann, sei ruhig. Warum? Ist der Sheriff lang? Weiß ich nicht. Wo sind die denn? Ich sehe nichts, alles ist dunkel. Du hast immer nur Fliegen im Popo. Danke, Bruder. Ich komme jetzt vor wie ein Einbrecher. Ich auch. Warum müssen wir hinten rum, wenn der dich kennt? Weiß ich nicht. Wollen wir nicht? Was ist hier? Verstecken. Von wem? Vom Sheriff. Warum? Da hat doch Opa Wildi gesagt. Was? Opa Wildi hat das gesagt. Wir haben aber eine schönere Aussicht. Wir haben uns schon mal abends gesessen. Da vor allen Dingen das lustige ist, wenn die die Verfolgungsjagden machen und so. Da kriegst du immer schön mit. Hier ist total schön. Nochmal. Ja, danke. Jetzt nicht mehr. Was anderes nochmal. Wir gucken zwar auf die Stadt, aber hier guckst du schön aufs offene Meer. Ich sehe keinen Meer. Ich weiß dir nicht mal, wo der Himmel auffällt und anfängt. Ich hätte noch einen Namen für die Fahrschule. Wie dann? Fahrschule. Fahrschule ist doch Quatsch. Fahrschule Deja Vu. Ja, dann sag doch mal was anderes. Nimm mal der Fahrschule. Wir können ja einen Sub-Bürgerladen auch machen. Keine kommen, weil du kriegst ja nie am Flughafen. Ja, aber Burgerladen gibt es auch schon genug. Also Fressboden. Das war ja auch nur Spaß. Okay. Event Management. Aber was für Events willst du machen? Na, Partys. Dann kriegen wir alles mit und können umsonst drauf. Gibt's auch schon. Ich hab's doch gesehen beim Kies-Club. Gibt's auch schon. Da ist schon nix los auf den Partys. Die Jennifer macht das. Da war ja auch kein Schwein, was mitbekommt. Ja, und wie willst du machen, dass du alles mitbekommst? Wir gehen überall hin auf die Felder. Und so. Was wollen? Ich bin frei, dass du in den Schreis mitbekommst. Ich werde nicht auf Sachen pinkeln. Ich war letztens schon kurz davor, dem Cody auf den Schreibtisch zu kacken. Was? Warum das denn? Na, siehst du, du wirst schon mal eingestellt. Ein CEO. Die Lirä war der CEO. Aber wir haben auch andere Sachen gemacht. Zum Beispiel auch Eisenhower Investments. Wir haben Immobilienverkauf. Danke. Bitte. Du willst Immobilien verkaufen. Ja, wir machen. Du bist ein dreckiger Dieb. Pinsel. Du bist ein Dieb, mehr nicht. Außerdem weiß ihr kein Schwein, wo wir wohnen. Was ist denn mit dem? Oh Gott. Ich glaube, das hat er persönlich gelassen. Sollen wir mal hinterher? Ja, rufen dann. Er geht nicht dran. Oh, ich hoffe, der hat keinen Schlüssel für das Auto. Nein, der nicht. Okay, gut. Hallo, geht es noch? Ich bin Wassergeblüms. Ja, funktioniert noch. Wollen rennst du, bestester Freund? Weg. Aus deiner Spezialität können wir da auch was machen, du Dieb. Jetzt kommen wir daher und wollen nicht. Und deswegen Eisenhower Industries. Die bieten alles. Der redet schon wieder von Eisenhower Industries. Da habe ich mit einer Vermappert. Hallo? Du haust nichts an die Mappe. Ja. Das ist ein ernsthafter Gespräch, Pinsel. Äh, nix mit Eisenhower Industries, auf Pinsel. Oh, dann nennen wir es halt anders. Auf jeden Fall. Das ist ein... Also, äh, wo denn? Bitte in die Ecke. In die Ecke. Geh in die Ecke und spring mit dem Telefonieren. In die Ecke. Können wir jemanden abholen, Peanut? Wir sind mit einem Viertürer. Wo und wen? Äh, für den Herr Washington bei 40. Warte mal, wo ist denn 40? 40 hinter das Seac-Case, sagst du? Nö, da wolltest du nicht mit uns treffen. Er soll sich ein Taxi rufen. Ja, ist keiner im Dienst. Ja, ist keiner im Dienst. Komm, wir fahren mal gerade dahin. Ja, wir haben keinen Plan, doch so viel. Jo, tschö. Hä? Fahr mal hin, ich... Kiffen, alter Sack. Ich verzichte dann auf meinen Platz. Ist okay. Ist eine Person. Man muss sich mit der Polizei gut tun, manchmal. Oh gut, dann füschweiß fahrehen wir nicht. Ja, krieg ich einen Schlüssel? Äh, äh. Hä? 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 Wo ist das? Wir sollen den fahren? Ja, ja. Ne, nicht in Washington. Jemanden abholen. Bei 4040, dahinter das Seac-Case. Das wäre sehr nett, wenn ihr mir den gefallen tun könnt. Ich habe gerade kein Auto hier. Also wir fahren jetzt dahin, du steigst aus, wartest du, wie wir fahren die Person? Ja. Ja. Ist mir egal. Twinkie sind sie? Oh ja, unbedingt. Ich bin überhaupt nicht müde. Ja, soll ich euch zu Hause absetzen, nehmen? Danke für die Antwort. Fickt euch doch. Wir spielen im selben Team, oder, Pinkie? Ja, oder? Ah, dann heirate du die doch. Oh, gib Ruhe da vorne. Herr, ich will doch nur für unsere Zukunft was machen. Und der her labert mich voll mit Eisenhower-Piss-Industries. Ich scheiß alles an und pisse alles an. Ja, und mitten in unserem Gesprächs-Meeting müssen wir jetzt irgend so ein Random abholen. Ja, das kannst du dem alten Wichser verdanken, hast du. Ja, danke, wir gar nicht. Seit wann hören wir auf den alten Sarg? Hallo, ich wollte auch mal was sagen. Weiß ich nicht. Du machst halt schon mal. So, weil du wieder in den Waschmaschinen im Arsch kriechen willst. Ja, weil du wieder in den Waschmaschinen im Arsch kriechen willst. Zu unten kommt er auch nicht, wenn wir die Nummer von Ubayen holen. Ich bin Willi, ich muss ein, was ich machen will. Scheiß Krimineller. Wisst ihr was, ich bleib genau hier. Du kommst jetzt mit. Wir sehen, er ist weiter. Ja, komm, dann fahren wir Sekunden schnell, dann holen wir Twinkie danach ab. Guck die an. Ich lass die doch jetzt nicht hier sitzen. Ja, dann kommt, jetzt ist ja die Q, die ist ja gut. Oh, klopf mal, vielleicht sind ich noch wach. Tö, ihr kotzt mich alle an. Warum? Man, ich dachte, mit euch kann man fernstehen, so stand es in der Nunze. Nee, das ist in meiner. Ja, davon redest du. Alles erstucken und gelogen. Bin ich schon interessiert. Komm jetzt, Twinkie. Twinkie, komm, ich fahr nicht vorher nach Hause. Ich will ja nicht nach Hause. Ja, dann komm, dann steig ein. Dann gehen wir da. Ich will jetzt noch mal reden. Das glaubst du nicht wirklich selber, dass du nicht hochreden kannst. Wir können im Auto reden. Willi ist ganz nervös, der alte Pisser. Weißt du, uns hilft der Typ nicht und jetzt sollen wir dem helfen. Ich glaub, es geht los. Der tut mir ja damit einen Gefallen. Nee, komm. Toll, wer ist denn der Typ? Keine Ahnung. Was? Willst du mich verhaschen? Ach, wir sollen nur noch einen Typ abholen. Ja, keine Ahnung. Ja, oder ey, du, der sagt alles gleich. Ich übernehme das. Dann steht der ja auch da. Dann könnt ihr den ja direkt mal wegen O'Brien anhauen. Auch noch mit meinem Sprich. Ich tue nicht direkt eine Kippe im Gesicht aus. Oh, so viel Spaß. Yeah. Uh. Was, was zahlt der oder die? Ja, der Washington zahlt. Schau dich jetzt, verzieh dich. Gein Wütend. Oh, oh. Oh, ich bin Wütend. Verzieh dich. Ach so, warte, ich muss nach vorne. Wegen dem Navi. Hab wohl, was gesagt, hinterm Bürgeladen. Ja, okay. Mann, verdammte Fickscheiße hier. Ein Zett für ein Bit. Ich kümmere mich um unsere Zukunft, machen mir Sorgen um die. Das sagt mir am Pissen. Ich habe den einen letzten Mal fast auf den Tisch geklagt. Können wir ihn abholen? Junge. Du lässt mich ja nicht erzählen, du Hallunke. Ja, du erzählst nur Quatsch. Nein. Oh, du raffst es ja nicht. Nee. Bereits, wollen wir mich nach Hause? Ja, mich auch. Wir müssen was aus unserem Leben machen, sonst fliegt zurück nach Arizona. Nein. Warum kannst du damit, mich nach Hause zu bringen? Was? Ich habe mich verstanden. Ja, du kannst anfangen, mich nach Hause zu bringen. Mach mal unten am Klamottenladen halt, da ist mein Auto, ich hau ab. Ich bin jetzt süß. Die Gruppe zerbricht, ich sag's euch. Ja, du bist schuld, weil du... Warum bin ich schuld? Weil du sagst, ich lüge und... Und ich würde nur bescheißer eschen. Los, erzähl von deinen Eisenhauer. Nein. Kürbbel, komm in, du sagst... Nö, das häng ich nur Pinky. Pick dich, Pinsel! Oh, ja. Jetzt haben wir noch so schön, wenn Männer Abend. Ginnig, 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 Ginnig. Ginnig, Ginnig. Hä? Das bin ich, wieso? Wieso ist denn immer der Alte? Ja. Für den Bichserlein abholen. Boah, den nervt du, du mit Tricks auch. Ich glaub, wir wollen hier nicht. Fahr mal rechts. Wie rechts? Ich muss da aus dem Ding hin. Wen juckt das? Mein Auto ist ja nicht. Ja, aber... Dann hätte ich... Mitgehangen, mitgefangen, wiederholen. Dann hätten wir Willen und absetzen müssen. Ich mein' gerade mal, Riegel, komm. Ich geb dir ein Stück von meinem Powerriegel. Lass es mir schmecken. Momm, momm, momm. Ecker. Lass uns schmatzen. Oder weiß, wird wie zu meinen. Boah, ey. Lass uns ne Autowerkstatt aufmachen, das braucht die Stadt. Ja. Wir brauchen abwegzonen in dieser Stadt. Ach komm, fick mich nicht der Vorfahrt. Was? Wir brauchen Abwechslung in dieser Stadt. Was Neues? Was Innovatives? Ja. Ja, ich hab ne Idee. Einfach, was die Leute zusammenführt. Okay, weiter, weiter. Äh, weit. Wer liegt denn da? Ne, nicht der. Ne, weiter. Wo liegt ja einer? Hier rechts. Da irgendwo bei den... Achso, hier müssen wir ein bisschen... Ja, hier kriegen wir doch wilde Hager, wenn wir hierhin fahren. Ja, großartig, Willi. Taxi, das ist Taxi, das ist bestelltes Taxi. Oh, nicht der. Ich steig mal aus. Da drüben der Tropf in grün. Äh, zum Steinrütter die Rechnung übernehme ich. Könnt der mir schon mal vorab ausstellen. Äh, wie viel Kilometer sind da zum Steinrütter? Du wolltest mich zurückrufen. Du hast mich nicht angerufen. Du hast Quacks eigentlich. Und? Willst du mich verhaften, Herr Pussheimmann? Du ist ja, mach doch. Die faxen dicke, wir sind wüchten. Ja, dann kommst du mit. Die Freundschaft zerbrecht. Ja, mitkommen jetzt. Was? Bist du oder? Mitkommen jetzt. Wie bist du denn? Den kommt, der soll seinen Hauch holen. Nee, mitkommen jetzt. Warum? Das wird ja mal wilde Leute hier. Aber den nicht von dir. Fass mir den an. Doch. Jetzt ist zur Ruhe. Wie viel Kilometer sind da zum Steinrütter? Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich hab die faxen dicke jetzt. Steinrütter. Du willst verhaftet werden, du es abgeht. Mein Gott, kann der mal die Klappe halten? Nein. Wieso redet ihr so viel? Schwarzes Auto. Los, komm mit. Wer stellt mir jetzt irgendwie einmal diese verschwärtsen Rechnung aus? Wo ist der Steinrütter? Oh nein, die setzt sich jetzt auf mein Gesicht. Pass mal auf, Junge. Ich warte, hetze dich. Wo ist der Steinrütter? Ich glaub, mit dem Steinrütter habt ihr auch dabei, oder? Ich würde dich niemals aufregen. Dori, habt dich hin. Jetzt bin ich aufgerechnet. Aber die, ich bin ruhig nicht. Ich will mich als Spaß verhaften. Nee, hier wird gar nichts verhaften. Du Rüssel, du lässt mich jetzt in Ruhe. Ich hab ein Rüssel, ja. Pass auf, gib mir, ich möchte bitte mit deiner Mutter reden. Kann ich die Nummer haben? Nee. Was, nee? Ja, warte, 0,1. Komm mal, nee, hier, komm mal, ich hab was für euch. Ist doch dann hier, ähm... Ja, geh mal rüber. Ja, nee, ich glaub dir, bitte... Hier, bitteschön. Du hast gesagt, für euch, ich hab nichts gekriegt. Tatsächlich doch nicht. Warum wird dir schon... Boah, hier halten mich alle auf, ne? Heute Abend, ja. Warum wird dir schon in die Straße abgespeckt? Hier ist doch gar nichts. Nee, doch. Ja, warte, ich danke. Ich sehe keine Toten auf der Straße. Komm, dann fahr... Nee, die kommen später noch. Dann fahrt den doch mal. Hey, hallo, wen sollen wir fahren? Wen will ich? Ja, den Tropf da drüben. Wen, was ist ein Tropf? Der aussieht wie eine Karotte. Ja, genau. Oh, aber komm mal. Kann ich im Polizeiauto mitfahren? Nee. Okay, danke. Wo muss der hängen? Äh, Steinrüttler, der ist bei Harmonies. Der rüttelt so Steine, Mensch. Steinrüttler. Bei Harmonies, über der Garage von Harmonies. Ja, so. Scheinbar. Du wartest hier. Ja, ich warte hier. Ja, das sind 70 Kilometer sind das. Warte mal, ich fahr, ich muss tanken. Ich krieg nur 3000 Dollar Dings. Mann, Taschengeld. Ich muss tanken. Mach das. Ja, du hängst die Klappe, du Rubikop. Wat? Jetzt komm ich dir da raus und schmeiß nur mit dem Schlappen. Kannst du... Ich bin heute gereizt, pass auf, du. Hab ich gegessen oder wie? Bist du lustig mit deinen dicken Hüsten? Halt's Maul, ey. Fixer. Hallo Karotte, komm. Wir fahren nicht zum Steinrüttler, kannst du arbeiten gehen. Mein Steinrüttler, ich bin heute noch. Dürr die Achtung. Umsteig ein mit deinem Headset, du. Knallkopf, du. Ey, lass mal ein Headset. Bruder. Mein Gott, hat er seinen Haken ja nicht unter Kontrolle. Ich glaub, davon gibt's einige. Boah, ey. Mach deinen Ruf. T-3000 von Superdaminator, der. Willst du mich rauslassen? Nö, du kommst mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Arsch hat gleich Kürbis. Oh mein Gott. Alles so gut, hab alles unter Kontrolle. Will jemand was von dem Jen und Berries? Wollt'n das, der hat. Aber er kommt mir grad gegeben. Ah. Nö, danke. Aber was für ein Power-Riege drin? Du hättest eh nichts bekommen. Ja. Das ist aber unfreundlich. Ich hab dir doch alles getan. Ich bin hier nicht. Ja, wir sind gereist. Wer bist du? Heute ist ein scheiß Tag. Wir sind gereist. Wir haben einfach ne geile Idee. Aber dem Herr Erdners interessiert's nicht. Ja, dann erzähl doch mal. Dann erzähl mal dem Typen hier im Auto von deinem Leben. Ich erzähl's nur Pinky. Pinky, du interessierst dich, oder? Natürlich. Die ist zu dir, sag ich dann. Aber er hat nur du, Gott, sag ich. Ach komm, ja. Oh, du schmal die Pelle. Kannst ja auch wieder Haschisch entführen. Ja. Ob ich ja fressen. Was wird? Weich auch. Nimm den Frosch. Deine Idee ist einfach scheiße, Pinsel. Du hast ja gar nicht zu Ende so gehören. Schon bei der Stelle, wo du gesagt hast, dass du Dinge anpissen willst. Das muss man nicht machen. Darum geht's nicht. Ja, weil man's kann. Das ist optional. Nein. Und schon da fängt die Geschichte an, eine Wendung zu nehmen, die einfach schmutz ist. Aber es geht ja nicht ums Anpolan. Ja, und was denn sonst? Es geht darum, dass wir eine Idee haben, eine Industrie oder irgendwas anderes aufzubauen, das verschiedene Dienste anbietet. In unserem Fall war es sowas. Dass die Dinge anpinkelt. Heißt umschrieben, wir haben Autos geklaut und sie haben andere Leute verkauft. Pulsei-Autos und so weiter. Aber das machen wir nicht mehr. Bist du Pulsei-Autos? Ja. Bist du Pulsei-Autos? Ja. Bist du Pulsei-Autos? Ja. Da links, guck da steht, da links. Da das Grüne. Boah, ich hätte es mal nicht. Das ist ein Schmobil. Okay, so ich war. Ja, bisschen. Ich danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Machen wir nicht. Tschüss. Tschüss. Boah, war der nervig. Pulsei-Autos. Wie wär's, wenn wir ein Fitnessstudio haben? Ich werd Ernährungsexperte. Kohlenhydrate sind schlecht. Und ich kümmere mich um Ehrlichkeit. Um Ehrlichkeit. Ja. Du verkaufst Mehl als Eiweißpulver. Du bist ein Verbrecher bist du. Trinken die nachher Mehl mit Wasser. Dann ploppt denen so Muffins aus dem Kopf. Twinkie könnte eine Weiterbildung machen als Psychologin oder so. Und dann können wir oben am Therapieplatz mit dem Sheriff zusammenarbeiten. Indem wir auffällige Strafstädter rehabilitieren. Mann, ich bin so wütend. Mit Schläge. Was? Ja. Was ist mit luftig? Ich bin immer noch wütend. Ich versuch's morgen nochmal ordentlich. Okay, du willst Eisenhower Industries als eine Firma? Halt jetzt die Klappe. Nein. Ist eine Firma, die quasi alles macht? Ja, und wie können wir anscheinend was? Wenn wir Immobilien loswerden, machen wir Immobilien. Wenn wir das machen wollen, dann machen wir das. Kann ich nur sagen, was wir angeboten haben. Aber wir können ja eine Firma aufmachen, die ganz viel beinhaltet. Also so, man kennt alles GmbH. Ja. Kenn ich schon. Ach so, wo denn? Da hab ich schon mal gesehen im Fernsehen. Ja. Ja, aber so ist... Ah du halt... Boah! Ich entwickle mich gleich zum Super-Seilchen. Und dann flieg ich einfach weg. Aber Fitness ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ach ja, klar. Hä, warum denn nicht? Möchtest du nicht auch ein bisschen aufgepumpt sein? Nein. Warum nicht? Sieht das aus? Warte mal, sagt der Willi jetzt die Kohle dafür ein, dass wir jetzt da gefahren sind? Wahrscheinlich. Können wir uns gleich nochmal in Ruhe darüber... Und warum sperren die da alles ab? Wollen wir morgen denn drüber quatschen in Ruhe? Ach ja. Danke. Hier, Powerie. Friss. Friss. Wir müssen noch Willi abholen. Ja, fahr einfach durch. Was wollen Sie machen? Wir sind von Herr Wash-Maschine. Wir sind der Taxi. So, die fahren wir alle durch. Warum halten wir an? Einmal bitte umdrehen und wegfahren. Weißt du, aber das eine Auto, was da durchfällt, sagt er nichts. Das ist einfach wie die anderen. Warum lässt du dir was sagen hier? Ach so, Feigling, Feigling, Feigling. Weißt du, von wem du dir was erzählen lassen kannst von mir? Aber nicht von irgend so einem dahergelaufenen Sheriff. Alle fangen durch. Bei uns sagen die was. Ja, aber du hast doch gefragt. Guck mal, ich bin mir von Kürbischenhand. ERSquadensgorager. Pfeifling, Feigling, 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 Feigling. also ja ich bezahle fahrzeugtankstelle wie viel geld hast du gekriegt 3000 3000 oder bin ich jetzt hergefallen ja du hast das ist aber viel trinkgeld da war 1800 und paar zerquetschte werden es eigentlich gewesen so verändert in dieser freistadt dreht sie mal alles nur um die kohle naja und er war ich habe gefallen und will die direkt was ist denn hier los warum wir den japan der leckmuschel die verweilen sollte ein bürchen so redest du hier nicht mehr du uns ja dann schläfst du mal bei uns in der besucherin ist hier los ich will nur ein bild das ist ein geisel name da unten ist eine geisel name da an dem an dem an dem kanal da unten deswegen waren wir müssen dann echt tanken fern soll ich das machen er will die tank was kriegt er denn diese benzin also muss man heran fahren ich komme im schlauch nicht dahin nein er braucht den schlüssel ich zahle das aus ich habe nicht genug geld auf dem konto also erwarte ich hole ich stehe hier durch ich schaue mich hier ich fühle mich einfach besser komisch wo gehst du ich wollte geld auf ja ich muss das doch auf dem konto einzahlen wie machen wir das denn jetzt geben wir mal den schlüssel oh gott ist heute irgendwie ich weiß auch nicht ganz großes kino einfach können wir morgen was alleine machen ich weiß nicht was macht ich will ich warte ich will ich verflöte das ist einfach nur wow das ist der typische montag willi willst du mich verarschen du musst näher ran ich bin mit dem schlauch mit hängen gekommen oh willi du brauchst den schlüssel du hast gerade den schlüssel ja was fährst du dann näher ran ja damit ich mit dem schlauch dran komme ja und senden sie mal höchst um so einen riesen boah ich komm mir so rein das ist bestimmt seitdem wir hergezogen haben die 150. geiselnahme die ich hier miterlebt ja super super ganz toll großes kino wirklich toll was ist das denn ach du dich ganz klein scheinfach wo sind wir hier gelandet welche hupe willst du haben dass jeder mich auslacht fahren wir jetzt zurück oder ja wir gehen jetzt nach hause ja hier wacht der raus ja 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 ich bin egal ja sag doch man boah ein klamotten an älter gibt ja so ein kies ein kies was klatscht ihr so ich kann trinki wo klatscht du einfach nur weil es super ist wie wir schon wieder auf den senilen Herren gehört haben so aber wirklich aber warum mussten wir warte mal ja da ist der geist der war bestimmt eine geisel und das erste was der sagt nachdem der befreit wurde so der hausmaschine wie geht's denn wo wollen sie hin ich will zum zementrüttler deshalb mussten wir den knallkopf da hinfahren der war gerade nur eine geisel jetzt geht er wieder arbeiten ja oder verschwendung von atemluft ich bin heute echt fies soll ich ausziehen wenn die will oh gott ja weil die twinkie hat glaube ich was gegen mich ach quatsch nix effektives nix effektives nix effektives nix effektives oh pass auf war langsam hier bis geschwister wir müssen nur kurz durch hier links da schließt nur wird denn frag nix oh gott scheiße ganz toll die tür ist ein bisschen näher gekommen ja sagst du nicht hallo wenn du eine tanke vorbei fährst ich hab dich nicht gesehen ja komm doch zurück und sag hallo wir gehen geschlafen ich will einfach nie wieder aufzuklatschen ja besser ist das bis gleich bis gleich wem sagen wir hallo jetzt noch jetzt regen die sich auch weil wir kein hallo gesagt haben ja dann fahr nochmal dahin nö wir machen nach hause jetzt müssen wir nochmal hallo sagen witzig twinkie sagt du kurz hallo ok wem hallo ja hier die standen was interessieren die mich wer sind die das freunde oh mein gott hi oh rein die loser oh mein wird die ganze Karre bestimmt zerkratzt schau dir mal vor du bist gezwungen immer hallo zu sagen was ist das für ein scheiß Tag heute naja irgendwie anders das klasse macht mich nervös winky wat soll ich ausziehen ach reizmaulloppa naja wenn du mich nicht mehr magst ne ist schon gut okay du bist halt manchmal einfach dumm aber das und allemal ja ich will aber ist nicht mein bester Tag heute gewesen der Opa ist dumm weil der Pinsel ja zu sagen der Opa ist dumm der Pinsel der Opa ist dumm halt die Schnauzsitzel einfach nicht das Richtige der Opa ist dumm aber wenn eine Pinsel von Rede mit Eisenhower Industrie ist auf Sachen so Pissen ist anders in Ordnung nach hab ich gesagt ich will das ich hab nur gesagt ich hör ihm zu das ist doch alles was er will das ist doch alles was jeder möchte machen wir man möchte dass man gehört wird Pinat ja können wir nochmal 5 Minuten Männerabend machen nein okay Entschuldigung ey das klatschen fackt mich so ab ich werde nicht aufhören ich werde nicht aufhören ich werde nicht aufhören das war einfach wieder mein Top Abend wirklich großartig der muss einfach gewürdigt werden ja danke für gar nicht so Arschloch ach dann ja großartig warum wirklich großartig ach du scheiße oh mein Gott guck die Kache an ja da musst du auf jeden Fall in die Werkstatt oder Kalkstock Kröckstock wie hat die das denn gemacht hat die jetzt aufgesetzt oh und wie geht's dem ja ja alles gut oder Herr Schicht ja siehst du siehst du du hört sich ganz anders an ja bestimmt die Quetschungen ich auch ich auch sieh'n auch mal wie ein Geset ich hört nochmal jetzt kannst du die ganze Seite mal machen ich bin stolz auf dich das hast du gut gemacht oh Gott was hab ich gemacht jetzt weißt du ganz genau was du gesagt hast du bist super darin du bist super darin wie dreckig schell und lach mhm hab die denn vom Meister ja ich auch ich auch ich auch so ich würd sagen wir drücken uns jetzt alle und dann nehmen wir ein Bett ja ah darauf hab ich jetzt so keine Lust ich mag mich nicht ja was gleich ich zieh aus ich wünsch euch was Gute Nacht nein nicht ausziehen mein das ist nur Spaß ok wir quatschen morgen über Eisenhower Industries jawohl Chef und überdenkt den Partner mal mit Sachen anpinkeln Gute Nacht ja hau rein hi nein müssen wir ins neue oh du schön Pelle oh der war gut uah ach ne süß sind sie auch schon irgendwie oder komm mir manchmal vor wie ein Irren und Stein ja manchmal willst du doch nicht in das Bett doch jetzt auch ja ich auch glaubst du hast dich gestohlt nein der hat doch gequarkt ja anders aber er hat gequarkt komm ich geh bitte nur falls du morgen Rasen mähen willst oh ja würde ich gerne ja oh dankeschön ok und zieh dein T-Shirt dabei aus ja sowieso hab ich schon ich hab noch ne Badehose damit oh ich hab noch ne viel bessere Idee wenn das zum Glück ist er im Urlaub äh wann kommst du morgen raus äh was ist morgen äh Dienstag ja oi das ist doch deine Serie ne ja aber vielleicht guck ich die nicht aber ja wir sehen mal ich das ist immer so 50-50 aber eigentlich so 90-10 95 ja Beverly Hills genau 90-210 ich äh du auch nicht ich hab ein super Outfit für den Rasenmäher das zeig ich dir dann mal bei Gelegenheit ok ok mein Lieber wir müssen eh da lang noch eh da lang ich hoffe dass ich dieses dreckige scheiß T-Shirt ausziehen kann Gute Nacht Peanut Gute Nacht Willi Gute Nacht Willi Eieiei ja momentan ist irgendwie fühlt sich merkwürdig an so auf dem Server ne du hast manchmal echt aber das ist ja ok das ist ja immer so im RP aber irgendwie kriegt man gefühlt an manchen Tagen einfach nichts mit absolut nichts das fühlt sich dann richtig seltsam an ich würd das gern mit dem Newsreporter Ding machen ich würd sogar das Overlay dafür benutzen für den Stream und alles also das richtig cool aufziehen aber ich glaub wir werden das versuchen wahrscheinlich aber ich glaub das wird nicht funktionieren zumindest nicht das mit dem Dings Polizeifonks oder dem Mitkriegs wo irgendwas abgeht ist nicht böse gemeint aber ihr bleibt ja auch meistens in eurer Bubble das stimmt eigentlich nicht wir versuchen oft irgendwie Kontakte zu knüpfen meistens sind die Leute aber ja wie soll ich sagen die kommen nicht mit uns zurecht weil halt immer viel in unserer Bubble abgeht ist manchmal echt heiktisch und so und ein bisschen viel aber wir sind glaub ich alle vier oder mit dem Lucky noch und mit Oma Turtle so auf einem Niveau so wir können das aushalten meistens ist das so wie der Typ den wir grad gefahren haben so die sind einfach komplett überfordert mit uns oder die sind meistens vom Herbefeld so No wait Müsst du da mehr Taxi fahren und unter die Leute kommen? Ja dat auch, mal gucken wir mal sind einfach nur zwei Tage sonst ist doch alles top gewesen ich will mich nicht beschweren das einzige was ich jetzt grad gesagt hab ist dass man manche Tage hat wo man nix mitbekommt es geht viel auf dem Server der Service rappe voll aber du kriegst so nix mit weil du dich grad irgendwo anders befindest naja Daynat ich will nicht ich will nicht ich will nicht Dings würd ich kriminell werden mit Peanut so auf irgendeine Art und Weise wär das wirklich noch mehr wie Curtis ich will mich einfach wirklich mal daran halten so gut wie es geht legal so durchs RP zu kommen außer ich denk selber nicht dran you know es ist morgen da, morgens Dienstag, Dienstag, Mittwoch ist immer frei aber wahrscheinlich nicht will nix versprechen Dienstag, Mittwoch ist immer frei Relay stuff und so ja Bruder haben wir die nicht zwölf Uhr was sollen wir machen? Er hat uns als Kopf wäre auch toll müsste man da den Skin und so verändern für da das zu viel äh Deathaufwand und alles für einen Charakter wird sich nicht lohnen und da müsste ich auch Trinky und alle allein lassen ist auch doof hatte mal richtig was das angezickt auch mega lustig auch wenn für euch etwas anstrengt ja es ist halt einfach so RP ne und Showtime Dankeschön für Louisa im 24. vor 28 Minuten und Newluck Dankeschön für den Prime im 26. äh und plus dieses Akten RP da brauchst du schon einen verdammt guten Ski von so damit du da vernünftig rauskommst und wegkommst von Schlafgut, Multipass Geh Haie machen Geh du Haie machen Opa Willi Gute Nacht Ja ich lass mich noch einfallen wir gehen auf jeden Fall hatten wir ja eh vor Twinkie wollte ja gestern schon arbeiten gehen aber da bin ich ja wieder dazwischen gerätscht mal ein bisschen wieder Taxi fahren und so gucken damit wir noch vielleicht andere Gleichgesinnte treffen ja ich auch nicht brachial man kann viel machen so ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht wir sehen uns Donnerstag wieder 19 Uhr Dankeschön für den Support Dankeschön fürs Dasein Bleibt mir alle gesund und benimmt euch okay jetzt noch mit einem Babymachmusik in den wohlverdienten Feierabend für euch Schlaft alle gut Gute Nacht und viel Spaß Bye 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 Have a great time Tschüss Gute Nacht Immer Schattenwolf Immer Ich hoffe es hat Spaß gemacht Tschüss Kussi Kussi Tschüss Gute Nacht Vielen Dank.